oh no oh hell no hallo freunde und herzlich willkommen wieder zu einem neuen live stream heute wieder hier offen ja kanal hier ich habe gerade ein bisschen stress ihr müsst euch vorstellen ich habe obs gerade vorhin von weiß nicht ja vor der zeit halt gestartet und denke mir so passt alles jetzt so halbe stunde vorm stream denke ich mir so okay ich start obs jetzt natürlich vom stream was passiert obs aktualisierung was passiert nach der aktualisierung obs ist komplett neu neues design alles neu alles dort da drücke ich auf meinen stream button jetzt auf dem stream deck da ne stream button kann ich drauf drücken fangt das stream an funktioniert nicht weil wir müssen das alles neu machen manuell schnell den stream gestartet und gehofft dass es geht und nicht den ganzen key oder alles ich hoffe ihr hört mich ich hoffe ihr hört das game soundfile ich hoffe das funktioniert alles gebt mir mal bitte kurz eine rückmeldung ob das funktioniert weil wenn nicht dann muss ich mein obs neu konfigurieren aber es sieht nämlich gut aus sollte gut aus scheiße sollte gut aussehen so wie geht es euch geht es euch allen gut ich hoffe euch allen geht es gut es hört sich gar nicht gesund an ich habe mich gerade zu sehr aufgeregt alles gut bisher ja danke chat das reicht mir schon wenn sie mich seht hört und schmeckt und riecht ist alles gut dann haben wir schon mal alles richtig gemacht hier ja die einblenden gehen halt nicht das geht okay die einblenden funktionieren nicht weil anscheinend das gesamte stream deck die ganzes einblenden halt jetzt nicht mehr mit dem stream deck gesünkt sind herzlichen glückwunsch dafür dankeschön liebes obs dass ich das so schnell überriesen habe das heißt heute keine einblenden bei on stream des fixen habe ich jetzt gerade keine lust ich habe keine lust deswegen heute mal ohne einblenden aber wir überleben das heute geht es einfach heute ist das rp im fokus das kriegen wir hin mir geht es nicht so gut ja dann an alle die es nicht so gut geht vielleicht kann euch ja das team ein bisschen aufmuntern hoffentlich und bei allem was bei euch los ist oder so alles gute und gute besserung oder whatever so ich melde mich mal in dienst wobei ich muss mich glaube ich gar nicht in dienst melden weil heute heute ist nämlich was besonderes heute ist was besonderes wir sind ja heute dabei wieder wenn wir letztens schon mitgemacht beim beim training von von der swat unit haben wir beim training mitgemacht und heute ist die fortsetzung davon ihr wisst was da kommt und ich bin heute schon so gespannt ich freue mich schon richtig drauf muss ich halt schon ehrlich sagen also muss ich schon ehrlich sagen da kommt schon die freude raus ist aber was komplett anderes ich habe sowas in der form auch noch nie gemacht deswegen ich glaube ich nehme mir mein auto ich glaube ich habe ich noch was zu essen ich muss sowieso mal was zu essen einkaufen bis nächstes jahr wieder beim konzert aber das ist 100 pro morgen startet der kartenverkauf morgen startet der kartenverkauf ich freue mich schon spiral auf dem guten stream mit spiral auch viral ist die frage gotcha das ist mein fahrrad nehmen wir mal den porsche ich fahr diesen porsche nie das schon mal auf kann ich weiß nicht mehr ob der angemeldet ist na zahle ich eigentlich hat das schon mal jemand beobachtet ob ich ob ich was zahl der überhaupt der überhaupt angemeldet ist i don't know das wird jetzt mein neues dienstfahrzeug haben das wird jetzt welcher kartenverkauf hier für rammstein für rammstein ah ich könnte mal schauen ob die pizzeria offen hat das ist mal stimmt schaue ich mal kurz hin weil das weder am hauptplatz stehen die machen der party oder was da drüben vielleicht hatte vielleicht hat die pizzeria offen ich könnte ja eigentlich auch zu fuß rüber gehen aber weil ich ein faules stück scheiße bin bei salami vier schinken mal lasse ich mir voll machen wenn da jemand da ist der porsche ist also ja kartenverkauf für für rammstein ist morgen karten nie nicht für irgendwas anderes so warte mal lasst mich wir haben weißt du was wir schon lange nicht mehr gemacht haben zicke zacke zicke zacke hallo hallo ich frage mich ob da jemand da ist hallo da draußen ist nämlich ein auto geparkt auf dem gehsteig aber die dürfen es was ist deren gehsteig ja da ist niemand gut dann muss ich meine muss ich mir meine pizza woanders holen aber macht auch nichts gehe ich halt fahr ich halt zu meckers ist auch gut also hier in das angel ist es mcdowdl's gut gestern war ich auch bei meckers und heute hat es wieder direkt schallert wieder direkt bereut das ist aber was ist ihr am liebsten bei meckers also bei mir sind definitiv die magge zählen wie keine ahnung der all time classic die nuggers die lb die kollegen weil ich muss mich eindecken heute da kommt nämlich was was ist denn los mit meinem hals ich habe so einen schleim im hals lori bori mit einem euro dabei vielen herzlichen dank an der stelle so okay dann lassen wir zu meckers hochfahren ich fahre ich zu schnell also wenn sie mich jetzt rausziehen dann bin ich selber schuld big mac und royal ds ist es das heißt ts tasty oder was big tasty royal tasty nuggets mit süß sauer fühle ich halt zu 100 prozent ein urus ohne kennst stell dir vor der fährt jetzt zur nationalbank das wäre schon direkt wieder eine verfolgung für mich aber ich bin gerade nicht im dienst ich kann es auch nicht durchfunken weil ich habe off duty leider keinen zugriff zum funk fahr ich mal einen mcdrive da rein was kann ich denn alles kaufen kann ich mir fünf burger ich kann nicht so viele cheeseburger nehmen wie viel kann ich nehmen einen cheeseburger kann ich nehmen big mac voll die hütte dickenburger volles cabaret oh 20er nuggets box die nehme ich mal fünf natürlich kann ich nicht nuggets dass die nuggets beim überbleiben ist eigentlich ziemlich unrealistisch mache einfach mal voll was geht damit ich wieder eingedeckt bin jetzt habe ich gerade zeit das muss ich gerade muss ich gerade nutzen kaffee habe ich natürlich noch sechs mal kaffee vielleicht kann ich noch einen dazu mit noch einem kaffee keine mehr habe ich gut geschätzt ok ins fitnessstudio muss ich noch kurz rüber viral mac chicken classic und bei burger king bubble steakhouse burger king kenne ich mich leider überhaupt nicht aus ich kenne mich selbst bei mac es nicht aus ich kenne bei mac es kenne ich so chicken burger big mac cheeseburger nuggets apfeltasche solche sachen kenne ich aber so das spezielle zeug so kenne ich nicht auf jeden fall ich war gestern bei macky und heute in der früh jetzt direkt schallert ich und mcdonalds ist der darm dann immer sehr strapaziert nein ich habe ich habe keine darm probleme aber ich weiß nichts ich esse grundsätzlich eigentlich gesund und wenn ich dann mackes isst ist das so ein kulturschock für mich dass mein magen da dann meint so ich schlafe schlecht und alles ist ja vertrage ich nicht so gut keine ahnung warum aber aber ich habe ich kann euch ja mal sagen was ich gestern gegessen habe ich gehe selten zu mackes aber wenn ich gehe dann gönne ich mir richtig ich habe gestern gegessen einen big mac 10 nuggets weil eine 20er durch zwei also big mac 10 nuggets einen chicken burger große pommes und einen alm doodler also ich sage euch eins danach bin ich so aus mackes raus also ich bin so aus mackes raus ungenogen wie viele leute kommen mir da gerade wenn ich im polizeidienst bin sind mir noch nie so viele verkehrssünde auf einmal entgegen gekommen und dann fahre ich einmal oft oha der sonnenuntergang mit dem porsche fahre ich einmal mit dem porsche off duty herum direkt direkt schon wieder hier chaos aber da wurde sich da wurde sich gegönnt freunde das könnt ihr mir glauben naja stimmt und danach habe ich noch ein kalibro gegessen also das war das war gestern abschussbirne hoch 1000 ich habe dafür heute den ganzen tag nur suppe gegessen nur eine suppe ich war von gestern noch so k.o. geht es euch auch so? also wenn es wenn es immer so eine richtige Abrissparty bei mcdonalds habt geht es euch dann auch so? dass ihr dann einfach so richtig aus der gefecht seid das ist ah blimm mal schauen weiß also ich finde es super weiß ich nicht äh ich weiß nur vom also ich finde es super ich weiß nur dass äh 1.7 sich aufgelöst hat also das Cop mehr weiß ich nicht und so spiele ich es auch aus natürlich da machst du nix mir wird ganz komisch wenn ich mcdonalds esse das spricht das spricht für mcdonalds so jeder verträgt es anders das ist nix gegen mcdonalds jeder war schon mal dort Proteinriegel Power Raid ist das geilste da nimmst du einen Schluck und du bist und du bist äh nicht mehr durstig warte mal das zeige ich euch jetzt schaut mal jetzt bin ich bei der Hälfte trinkt Power Raid trinkst rein bist voll bestes Getränk einmal furzen dann hast du wieder Hunger traurig aber wahr ich hätte Thunfisch weil es mich eh schon Gewicht sparen bisschen zu potzen ich hab sogar noch ich hab sogar noch ein Snowboard kann ich in der Wüste herumgrinden es war nein das war keine Hühnersuppe es war ähm Haferschleim Suppe so geil Moonsky Kürbissuppe oh ja ich hab letztens von Oma hab ich einen Kürbis Cold der wird auch der wird safe zur Suppe verarbeitet Kürbissuppe im Herbst ist einfach Ehre Kürbissuppe bestes Leben bei uns in Österreich noch mit einem Schuss Kernöl oder so angebratenen Brotkrümeln oh Memo so nice so Viral McChicken Klasse also dann haben wir schon Ives haben wir mit 2,04 Euro Dankeschön was kennst du nicht äh also ich finde das super also die spezifischen Sachen kenn ich nicht McRaclet kenn ich zum Beispiel nicht gibt's wahrscheinlich auch gibt's einen McRaclet warum McRac McR 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 McRaclet hab ich kenn halt so immer diese Hütten Gaudi und so die ganzen Sachen nein sagt mir leider gar nichts ähm hier kauft die Cheeseburger danke für 2 Euro aber ich war entsetzt die kosten jetzt schon 1,30 und ich hab immer mich gefreut dass das immer einen Euro kostet muss ich immer das Kleingeld verwenden 1,30 krass so Dankeschön für für deine Donation dann haben wir Nico Hagen mit 1,51 Dankeschön äh Stopp Moin dann haben wir mit 99 ich kenn andere Partys nennt sich Genickbruchparty medal Gott herr Kollege servus na ja du du bitte du 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 hast das so eine richtige verarscht ich setze mich in den Streifenwagen es passiert nichts ich fahre einmal in einem halben Jahr mit meinem Baby herum off duty wir kommen vier Verkehrssünde entgegen ein Urus ohne Kennzeichen an der Nationalbank ein Raptor irgendwelche Motorradfahrer am Strand das ist verarsche ja das glaube ich fahren wir auf den Straßen also es gibt Verkehrssünder ja ich muss auf den Rookie warten der ist Powernappen ach so mein Gott noch so jung und trotzdem summiert unglaublich na pass dann haben wir schon wieder einen Abend gell bei mir kostet ein Cheeseburger 2,50 hä wo wohnst du ich dachte schon ich werde an 2,50 wo wohnst du ach so in der Schweiz kommst du aus der Schweiz gut dann wohnst du mich nach danke nochmal für 2 Euro aber du donatest mit Euro nicht mit Franken skandalös aber es gibt wo wo könnte ich mir vorstellen wo ein Burger so viel kostet in Euro Blaulicht test oder wie schon solche müsste ich jetzt kann man das da kann ich das Kennzeichen abmachen das Kennzeichen abmachen mache ich aber nicht damit es im stehen bleiben nämlich ich begebe mich jetzt langsam wieder zurück zum LAPD glaube ich habe nämlich soweit es geht ein bisschen einen Einkauf gemacht ich bin zufrieden weil jetzt warte ich dann inzwischen 19 Uhr und 19.15 sollten wir uns im PD eintreffen zur Versammlung und Besprechung deswegen die erste halbe Stunde nutze ich jetzt einfach mal um euch mit ein bisschen ein bisschen mit euch jetzt chatten muss ja auch mal sein kannst du mich und meine Freundin Isabel grüßen warte mal wie hieß er nochmal ich habe es gerade gesehen 107 Feuer Tobi liebe Grüße an euch beiden das habe ich gerade so im Augenwinkel gesehen diese Nachrichten verstehe ich nicht wisst ihr warum wieso kann man die nicht irgendwie wieso werden die nicht irgendwo gespeichert die kommen in den Chat und es gibt keine Möglichkeit die irgendwo wieder mal vorzulesen geht nicht blöd jetzt geht ab burger safe ein euro ein euro in China ja moin grüße ich hatte ich schufe dich nein wollen sie die degradiert werden nein warte anfange ich an warum sind Pizzaschneider immer kreisförmig weil Pizza mit P anfängt also ich finde es super weißt du der Grinser der hat es einfach gerade nicht besser gemacht ja warum warum tun sie das warum warum machen sie das aber weißt du nicht was die Polizei macht wenn bei Adidas eingebrochen wird ja das ist ich glaube ich jetzt prüfe ich selber noch schick drei streifen ja jetzt prüfe ich selber noch danach also Handy Nummer 800 800 666 Herr Kollege wieso warum wieso tun sie das sagen sie es mir bitte warum und sie stehen daneben vom SWAT und schauen einfach zu beschrieben der hatte auch noch einen der traut sich gerade nur nicht das schüchtern ich will jetzt endlich einen Job haben der ich würde behaupten ich verstehe auch nicht warum meine Pflanze immer vertrocknet richtig ich bin seit zwei Minuten im Dienst Batscha morris sag mal morris nimm mal die highspeed nö warum nicht Batscha weil ey seid mal da unten leise hier sind oben ich alleine da hinten hallo oben leute seid doch oben leise fröhlich steige ein sonst sieht man nicht mehr fröhlich weil komm mit den Heli Batscha in Heli ich will eigentlich schon länger wie eine halbe Stunde äh ja komm wir so in den Officer wir haben vermissen Officer sag mal Batscha sei in den Heli wollte ich doch mit dir reden du Saftsack ja komm mit den Heli Saftsack das ist Batscha in Heli wo ist die highspeed so was ist jetzt mit ihrem Witz ich warte auf ihren Witz ich versteh nicht warum meine Pflanzen immer vertrocknen Jochen 54 steht auf dem Schlauch ist das ihr ernst? das sind Swatler Witze deswegen sind wir bei den Petrels ist das ihr ernst? äh hab ich nicht gesagt Parka ist da der haut mir einer rein ich hab nichts gesagt Swat Beste Swat Super ist das ihr ernst der Kollege? ähm Telefonnummer und E-Mail ist auf jeden Fall drin ein bisschen und sie schauen da einfach zu da hinten oder wie? was auch immer das hier wird äh ja ist das der Bo? klicke ich auch ein ist das der ich hab bloß eigentlich das ist das der Bo? bitte nicht weiter fragen ja das ist immer so was ist das für ein Haarschnitt wo? zwangsläufig du lach ich da ich hab mir ja gedacht ich mach nicht eine Bewerbung draus du darfst gleich mal gar nicht lachen gell? ja ich muss mein Aussehen komplett verändern du musst mal gucken weinmal zieh mal die Brille aus bitte du siehst halb aus wie eine Frau mit dem Gesicht was ist denn das für Fleckerlteppich da in deinem Gesicht du wächst aber nicht gleichmäßig oh nein sorry oh was soll jetzt das was soll jetzt vorfeigen weiß ich nicht du könntest da mal von Günzelsen von der Kopfhaut oben ein bisschen was abnehmen also ich stelle mich auf eine Wartezeit von mindestens zwei Wochen ja wenn es dauert macht es ja nichts ich glaube ich werde diese Runde ich glaube ich werde weggehen weggehen das ist mir das zu hoch für dich ich wohne in Kroatien Spiral Burger in Kroatien 2,50 Euro was wo warum wegen Tourismus haben die die Preise wegen Sommer Tourismus so erhöht oder wie das ist doch hey das ist krank das Schweizer Niveau hier dort oder das gibt es ja nicht ich hau mich mal einfach ich hau mich mal einfach in Schacht und Schacht so schau ich nämlich gefährlich aus bitte sag ich kann die Brille nehmen ich bitte sag die rote Brille bitte ja meine Lieblingsrote Brille ich liebe sie so sehr die Brille wird mein Markenzeichen ich muss da noch eine Bewerbung abgeben gut Herr Commander hallo freut mich heute voll motiviert hey ja ich bin selber ein bisschen aufgeregt dass alles gut geht und keiner mitgefangen wird wir hoffen dass es gut geht oder ja also mein Plan steht der müsste funktionieren ich hab's selber ausgetestet alright okay wir werden alles geben das hoffe ich doch ich bin ja nur Mitläufer heute ja ich mein von der Fitness müsstest du es ja auf jeden Fall bei mir ist der olympische Gedanke dabei sein ist alles die Jungs da unten müssen abliefern ich nehme es mit am besten sie holen sich noch eine Fackel für Olympia ja mit der ich renne mit der davor dann sind sie der King ja dann wäre ich gekitnappt Alter dann kann ich das olympische Feuer in die Nationalbank tragen dann mhm sehe ich mich ja nee also ich denke das wird gut wir starten dann gleich Sammelpunkt ist hinten im Taktikraum ich glaub da sind auch schon ein paar Leute ah da schau ich unten in der Garage sind noch ein paar ah ok dann kommt da nochmal ich war entsetzt wie manche Leute ihr Aussehen verändert haben ja es gab da einen Vorfall am Wochenende glaube ich da wurden ein paar gekitnappt und ja dann musste jetzt der Friseur ran und jetzt sehen sie irgendwie ein bisschen aus wie eine Boyband ich weiß auch nicht was da schief gegangen ist oder wie eine Girlband irgendwo oder so also irgendwie sieht sie ein bisschen komisch aus Günzelsen meint gerade unten der eine hat ein Frauengesicht mit der neuen Fisur ach du Scheiße naja zum Glück tragen die Masken na pass dann sehen wir uns im Raum hin ja bis gleich bis gleich dieser Humor feier ich im Taktikraum da sind schon welche oder Freunde im Taktikraum da bin ich da habe ich mich mit meinen Freunden gerade verabredet falls jemand fragt ich habe mich damit das ist meine das ist das da hinten ist mein mein bester Freund das ist nämlich Westi der hält mir den Rücken frei wenn die Kugel von vorne kommt steht er hinter mir das ist ja das ist Westi liebe Westi und das ist und das ist Ziggy und das ist Funki und das ist Coffee und das ist USB-Stie und das ist Lappi Kati Porti Stifti nicht Shifty Stifti Funky haben wir schon Ferni sind meine besten Freunde und da hinten sehen wir Mark Rumpa Mark Rumpa ist jetzt auch schon auf der Fahndungsliste wir haben jetzt nämlich wir haben jetzt nämlich Gesichtsbilder von Mark Rumpa offiziell League das heißt er ist jetzt bei uns auch auf der Fahndung also falls ihr immer mal fragt warum er jetzt festgenommen wird das ist der Grund so aber das ist scheiße da kann ich die Kamera schauen da kann ich sicher der hat sicher Kamera der Chief haben sicher installiert in seinem Schlafzimmer daheim warte mal muss ich mal schauen beim Chief daheim ins Schlafzimmer schauen da geht es sicher zu wie bei Two and a half man warte mal wo ist denn da wo ist denn da die Brücke warte mal bin ich schon wieder bin ich schon wieder im Osterheim warte mal ah da unten Nationalbank ja ich muss mich mal ins CAD eintragen bevor ich mich da noch unbeliebt mache erhöhte Gefährdung ist gerade ok das sind nämlich nicht so geil an criminal ich bin da bei der tactical bin ich heute dabei den 19 in mission row bin ich bin aber Lincoln 15 kein David da würde ich mir schon aufspielen wenn ich das sagen würde yo das war immer minus 9 ich war da immer die 6 mit einer 20 da das war ich immer nicht stimmt so MSBG Army Tobias danke für 99 Cent Dankeschön Funkgerät ich glaube ich melde mich gar nicht in Funk so weil da scheue ich jetzt nur die Leute auf da sind schon Ritter von Flake die zieht sich um Ritter von oh Ritter Männer von Flake Hola alle allzeit bereit immer für alles mögliche ja für alles mögliche die planen da drin schon was die stehen schon im Büro die machen es nicht gut mit uns heute na hoffentlich ich hab vorher ich war gerade vorhin in Tournee und da hat es das ist sicher die ich glaube die haben ein bisschen zu viel Chili auf die Pizza gemacht drüben bei der Pizzeria vielleicht war das auch der Startschuss für unsere Übung Stimmt unoffiziell wir müssen wir müssen jetzt mit Fäusten Bank abstürmen ok last man standing like a virgin touch for the very first time oh wein das wird was das wird so schief gehen oh man hab da vorhin schon ein bisschen Zeit mit meinen Freunden verbracht das ist nämlich das ist Funky das ist Mappi das ist Zigi das da drüben ist Koffi das ist Lappi das ist USB Sti Kati Bernie dann haben wir hier Stifti Westi alles der Funky alles dabei und habt ihr gewusst dass der Chief da Kamera für sein Schlafzimmer installiert hat natürlich drehen sich alle um weil sie das sehen wollen war mir klar außer der Bo der braucht das nicht von innen sehen der war schon dort was deswegen vielleicht die Veränderung was macht der Batscher schon wieder für einen Stress mein Gott Batscher immer immer diese Batschers jetzt sitzt er im Hubschrauber und macht nur Terror rum das ist ja normal bei dem rüstigen Mann schon unten in der Garage hat er schon rum geschrien fröhlich Hubschrauber muss man wieder bei einer Tabletten eingestellt werden ich glaube auch ich glaube auch ja er kann sich vorstellen der Batscher mit dem fröhlich sitzt er im Hubschrauber das wird nix sag ich jetzt schon ja bestimmt müssen wir von rot nach blau nach grün und dann nach rot wieder das könnte wirklich ziemlich akkurat sein welches blau das gibt es ja zwei blau ich schätze das im Land und grün sind dann unsere Aufgaben was wir erledigen müssen das wird interessant einmal Human Labs stürmen also Human Labs ist da drüben das E-Werk stürmen das E-Werk ne ja E-Werk stürmen den Pflanzenfund auf den Ding was ist da drüben das blaue ist das McKenzie Airfield achso ja der ist da aber drüben in der Stadt ist Grove Street Grove Street Ballerei auflösen und dann da drüben haben wir die Schächte dort was ist dort Paleta das Grüne da in der Stadt das Grüne in der Stadt das ist zwischen das sind die Kanäle zwischen dem Autohaus ja stimmt das Rote das Rote könnte die Nationalbank dieses Möchtegern Klein Venedig meinst du ja Rote das ist die Nationalbank oh wei und da drüben und da ist die Hühnerfabrik zweimal richtig Ballerei dort jetzt wird's interessant dann kommt eigentlich noch einer von uns oder der Commander Ron hat gemeint er kommt nach wahrscheinlich ein bisschen später check wir sind motiviert ich hab zum Commander schon gesagt ich bin halt dabei so wie der olympische Gedanke dabei sein ist alles ihr müsst liefern ich darf mich blamieren im Auto gibt's kein Survival Training nicht na da muss das Auto ums Überleben kämpfen nicht ich der Sprit ausgeht hm ich muss den Commander fangen ob ich schon einen Arzt hab ja vor ein paar Wochen hab ich noch fast ins Gras biessen na dann ist das jetzt genau das Richtige ich weiß deswegen bin ich auch da können wir auch wieder gläser essen da muss ich mich halt selber mal challengen geht einfach nicht anders ja das schaffen wir schon sicher wenn ich trage mit ich vielleicht müssen wir am Ende des Tages müssen wir uns gegenseitig irgendwie killen Tribute von Harnem Hunger Games die Hunger Hungerspiele na die hab ich nicht aber ich war vorher bei der Pizzeria Mackie und am Strand unten im Fitnessstudio war vorhin auch nochmal groß shoppen bei mir wären es die Fettspiele und nachher wird alles abgenommen die Gichtspiele na die die Rollenspiele die Rollenspiele also wenn ich das abgeben muss dann bin ich mad zwei metbrötchen official danke für 20 Euro guten Abend vielen lieben Dank da bin ich nicht drin vielen herzlichen Dank ich finde das witzig leider rum der 20 Euro ey das ist doch Zeit zu pinkeln das ist voll viel Geld vielen Dank lauf doch einfach renn so lang du kannst lass einfach laufen ja du das ist mir auch schon aufgefallen da drüben ist ein Busch es ist zu spät jetzt ist es nee naja ach ist wohl auch leider dazu das abgefallen Leute änderung ist beantragt nee pipipi das ist ein Mädchenblase tschüss viel Spaß danke Mädchenblase ja 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 dasselbe wie mit deinem inoffiziellen Namen von daher das passt schon eine Mädchenblase an das ist eine Bubenblase das müsste man jetzt heiß diskutieren meiner Meinung nach oder ich glaub das ich glaub das könnte zur Verwirrung führen ja ich glaub das könnte zur Verwirrung führen oh nein oh nein habt acht genau jetzt geht's dir nicht aufs WC ich hab gar nichts gemacht gar nichts habt acht Achtung Jungs der sieht man nochmal sehr gut die Dame ist Blase entleeren Servus Servus wir haben uns schon gewundert wo sie ist im Laufschritt seid ihr denn auch so aufgeregt wie ich ja nein nein sehr gut sprach der zwölfjährige Bub hier ach komm das ist das ist die Boyband ja die Brille aber naja was man nicht alles macht ist das wie eine Frau alles für den Dackel das ist der Ladyboy okay okay ich muss nur schön er hat aber wirklich weibliche Züge okay schöner als Chirurg sich mühe ja ist hübsch hallo Captain hallo na sie sind ein wirklich toller Captain ja danke gell so jetzt wirklich ja jetzt war jetzt schleimer also deine Frau aber lange ja die hat ne Blase wie ein Pferd ne Entschuldigung gut das war wohl Timing ich geh mal extra abgesprochen ja ja ich geh mal aus dem Funk ach so ja geht ruhig raus aus dem Funk ich geb da gleich nochmal auch wenn da gerade die Witte brennt was ist denn los anscheinend drei maskierte in einem Urus anscheinend Quartel kann sich nicht so haben ähm es ist der Batscher dort der macht das schon ja heute wird's sehr interessant sag ich mal also ich habe so eine Sachen schon mal in Europa gemacht ich hab's noch nicht hier gemacht also gucken wir mal was das wird ja ihr habt's schon mitbekommen das ist eine Art Survival Training oder man könnte es auch sagen eher eine Survival Challenge ja ähm ihr werdet gleich an einem gewissen Ort ausgesetzt ja ihr werdet es dann auf der Fahrt wahrscheinlich merken wir werden jetzt mal von Augenbinden absehen für alle ähm in welche Richtung es geht ähm an diesem Ort angekommen werdet ihr dann tatsächlich in Schnellformat eure Aufgaben bekommen ja ich sag's euch schon mal ihr werdet quasi zwei Aufgaben haben und müsst natürlich noch einiges anderes sammeln um dann am Ende äh am Ziel erfolgreich anzugelangen ähm ich sag's schon mal gleich ja nutzt die Chance jetzt noch dann was zu essen was zu trinken ihr werdet alles abgeben außer euer Funkgerät eine Frage ja arbeiten wir als Team oder einzeln äh ihr werdet versetzt starten okay wenn ihr euch zwischendurch trefft feel free dann könnt ihr euch auch wieder zusammenschließen ansonsten ansonsten werdet ihr aber äh quasi immer in Minuten Intervallen starten damit äh jeder ein bisschen auch die Chance hat zu rätseln wo sie hin müssen und nicht quasi äh ja eilig alle dann hinrennen können ja das ist quasi das Ziel dahinter dass es auch ein bisschen eine Einzelkämpfer Challenge ist wenn man mal ausgesetzt wird ähm zu den Aufgaben selbst wie ich schon gesagt habe werde ich dann kurz und knapp äh nachher erklären ja du Scheiße ähm es wird Zeitdruckaufgaben geben es wird Überraschungen geben das Ganze wird euch gleich dann auch in eine Situation verpackt sobald wir am Startpunkt sind damit das auch alles quasi ein bisschen abgerundet ist ähm zu euren Aufgaben ihr bekommt sowieso einen Zettel von mir als kleines Rätsel was ihr zwischendurch lösen müsst ähm das gebe ich euch dann dann könnt ihr auf den Zettel auch aufschreiben welche Gegenstände ihr quasi zum Beispiel dann noch finden müsst oder wie eure Aufgaben sind ich hoffe es geht alles gut ich sag mal so diese Funkfrequenz wir werden als Notfrequenz den Funk 1.07 einrichten den kann jeder in seinem Funk einstellen bitte auch entsprechend ähm den Position Button auf diesen Funkkanal einstellen dass wir quasi äh nicht den anderen Bereich stören ähm das kann dann gleich schon mal jeder machen wir werden das dann auch noch mal checken bevor äh jeder losläuft und wir werden auch ab und zu über diese Notfrequenz eure Position Buttons abfragen damit gerade einfach nur der Matari und ich zwischendurch mal bei euch vorbeigucken können beziehungsweise mal vorbeifliegen können ob alles gut ist sollte irgendwas passieren ähm wir werden sowohl ähm eine Ärztin dabei haben mit einem RTW und als neue Überraschung was aber in nächster Zeit öfter kommen wird und wo ihr euch schon mal drauf einstellen könnt wir werden in nächster Zeit mehr mit äh mit den Psychologen und Psychologinnen des AMRs zusammenarbeiten die euch quasi screenen in eurem Verhalten in eurem Handeln und so weiter ja damit wir auch einfach weiter davon ausgehen können dass ihr nicht nur physisch fit seid sondern auch psychisch um äh mit der Psychologin zusammen die glaube ich heute kommt glaube ich eine Psychologin ähm dass die auch quasi ähm sich ein Bild über euch machen kann gegebenenfalls auch äh Verbesserungsvorschläge geben kann was das Teamgefühl auch angeht ich denke das wird ganz interessant wir werden mal gucken wie wir die äh Dame einsetzen dass sie auch ein Bild von euch kriegt deswegen wir werden diesen Funkkanal nutzen um mit euch zu kommunizieren ihr nutzt diesen Funkkanal bitte nur wenn ihr wirklich in einem Notfall seid oder wenn ihr heult schreit Angstkrämpfe kriegt gar nicht mehr wisst was ihr machen soll wenn es jetzt mal um die Aufgaben geht und ihr gar keine Idee mehr habt wie es weitergehen soll dann jetzt damit wir dann gleich auch losstarten können ähm würde ich euch bitten dass ihr euch am besten eure Dienstfahrzeuge mal ausparkt und da schon mal alles reinwerft was ihr reinwerfen könnt die einzigen Gegenstände wie gesagt ähm Funkgerät und euren Polizeiausweis könnt ihr auch bei euch behalten sollte es in eine Notsituation kommen dass ihr euch ausweisen könnt gut ja die Westen auch weg die Westen auch weg richtig ja Westen könnt ihr ausziehen Frage ja eine anziehen nein komplett nackig also nicht ganz nackig aber nackig ja genau ja wählt euer Outfit hier in schwarz selbst ihr könnt euch zwischendurch ähm das nochmal dazu gesagt ich gehe schon mal kurz dann noch auf die Regeln ein es werden weder kopflosen Boote noch Fahrzeuge benutzt oder irgendwas was quasi von der kopflosen Bevölkerung entstammt und ähm genau stellt euch auf Überraschung ein und es ist erlaubt dass ihr euch umzieht oder umziehen könnt wenn ihr das nötige Kleingeld quasi gefunden habt das heißt quasi das Ziel ist es natürlich auch dass ihr möglichst unerkannt an euer Abschlussziel herankommt damit ihr nicht entdeckt werdet etc. pp ja das nochmal dazu gesagt ja also ist das Konto das Bargeldkonto auch gleich null unser Portemonnaie wird leer gemacht ihr könnt auch gleich noch unten am Bankomaten alles einzahlen und äh Martario sammelt auch eure Kreditkarten ein der macht sich einen schönen Abend aber nicht ja das ist nicht fair dann macht das erstmal wenn euch noch Fragen einfallen klären wir dann gleich ja wie gesagt erstmal alles ausräumen Martario und ich werden es dann oben auch prüfen nachher und dann gucken wir weiter Check Stand for Gut So okay Geld tun wir mal weg das heißt einzahlen tun wir 2800 wir haben es verstanden also null Geld so warte mal kann ich da was einlagern nein nein okay okay ich gehe unten in die Aserwatenkammer ich habe mir da direkt was zu tun gell und oh nein der Chief ist schnell weg da ich finde es super oh no okay das heißt ich mache das so ich tue das gar nicht ins Auto ich hau das da rein geht irgendwie für mich vor allem mit den Waffen weil ich fahre mit den Waffen die kann ich da rein und es geht wurscht so ich tue da ein Messer die ganzen Waffen die kaufe ich mir einfach wieder ich habe sowieso zu viel das ist wurscht Essen und Trinken ich darf halt nichts gar nichts mitnehmen gell so alter alles was alles was Waffen und illegal ist oder so hau ich da rein why not Taschenlampe Fallschirm na den kalt ich mir Spike Strips Aceton hau ich rein das brauche ich nicht so Bandage also ich finde es super gegen noch was drin Handschellen Schlüssel ich merke dann den Rest hau ich mir dann irgendwo rein so aber die Waffen kann ich mir oben eh wieder kaufen ich habe die ja eh nicht modifiziert das ist von dem her hau ich es mir da rein das Auto habe ich oh nein oh no wait schon am Geldautomarkt gewesen ja ok einmal Kreditkarte reinschmeißen hier ja und das Telefon nehme ich bitte auch einmal ab ok perfekt bitteschön danke so warte mal ich tue mal was noch mal den Fallschirm Schneebälle Baller ich bin schnell jawohl dann dauert es eh nicht die Einsatzfreiheit sind zu gern aber theoretisch ein zu 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 die ganze ALKBAR da hinten rein die Taschenlampe mir nämlich vorgeschrien hat. Noch ein Big Mac-Menü mit einer Cola. Das ist gerade ein bisschen Stress. Die Chips, die hau ich mir rein. Dann wäre ich gleich wieder los. Den Dünger hätte ich auch oben in... Mein Gott, Andl! Den Dünger hätte ich ja auch vernichten können. Dann schieße ich mir noch Red Bull. Bei Red Dodge natürlich. Knobot pack ich da hinten. Alter Schwede, wie lange das nämlich dauert. So ein ganzes Inventar rein. Aber wenigstens hat der einen 80er-Kofferraum. Das ist schon mal gut. Warum habe ich so viel Alke? Alles mal aussodieren da, die ganze Kacke. Okay, ich habe es jetzt schon bereut, dass ich so viel vorher gekauft habe. Weil jetzt habe ich halt den Salat, ne? Jetzt muss ich da die ganze Zeit muss ich alles da entleeren. Ja, oh. Polizeiausweis, haben sie gesagt, darf ich kalten, den kalte ich noch. Ja, schmeiß damit Steinklumpen rum. Herr Bo, das waren Schneebälle. Da waren Steine drin. Ich blute. Oh. Er hat seine Tage. Deswegen, dachte ich mir schon. Ja, ja. Er will das nur nicht zugeben. Verstehe ich. Ne? Aber pscht, nicht drauf ansprechen, damit er richtig sauer. Das haben die Tage so an sich. Das ist so, ne? Fühlig. Ich habe noch ein Handy in den Winter. Das ist noch ein altes. Aber das packe ich hier weg. Achso, das habe ich schon. Batscha! Batscha! Unterstützung! Wo ist die Icebeat? Was hat denn noch viel Platz? Funkgerät, Poliziausweis und zwei West-Limo. Ich habe noch recht. So, jetzt muss ich da aber mal nehmen die Burger. Wisst ihr was? Ich nehme ja ich nehme ja für die Fahrt einen, dass ich da voll frisch rein starte. Und einen Kaffee nehme ich mir noch mit. Handy packe ich da rein. Ein Funkgerät packe ich da rein. Den Ausweis haben wir gesagt, dürfen wir mitnehmen. Er hat auch 80er Kofferraum. Das ist so Ehre, dass die Polizeiautos einen 80er Kofferraum haben. Mamas Muffins müssen auch zu Hause bleiben. So, die Bandage im Survival ganz mies. Alkomat! Das ist schon voll. Was haben wir denn das jetzt? Achso, die Weste hat zu viel Platz genommen. Jetzt check ich's. Weiter später. Das war gerade knapp. Holy moly! Da sind alle dran. Ja, Funk 1.07 und dann sammeln wir uns hier nochmal. Ich sehe keiner gerade. Kannst du dir ein Reifenflickset aufpassen? Ein Reifenflickset? Warum braucht der jetzt ein Reifenflickset? Was ist schon bei dir los? Einmal eine Bandage, einmal ein Alkomaten und drei... einmal... Missionen. Dünger. Ah, ich hab in jedem Kofferraum gefühlt. Hallo. Hallo, Marco. Hausgeber, wie lange schätzt du, gibt's den Server noch? Ist da jemand zu Hause? Hallo? Äh... Also ich hoffe und schätze schon noch lange. Ich hab nur Funkgeräte und Polizei ausweilen. Kann... Kann jetzt nicht sagen, wie lange... Ja, du such mich. Aber so lange wie möglich. So sie weg. Gibt's jetzt doch ab. Also ich fühle mich jetzt wortwörtlich erleichtert. Hm? Check. Wollt ihr dann oben erst durchsuchen, oder? Check. Ja, den Rest machen wir oben dann. Check. Jo. Nicht, dass euch noch im Auto was einsteckt. Ich hab mir... Ich hab mir jetzt noch für die Fahrt einen Burger und einen Trinken. Das ist okay. Dass ich mich dann noch beim Aussetzen noch vorher einen reinkipp von jedem ein und dann... Das ist okay. Natürlich. Das ist okay, ja. Ich bin ja nicht beim Swords. Das stimmt, außerdem ist Captain Morrison nicht beim Swords. Ja. Ach, so leicht hab ich mich noch nie gefühlt. Ja, war aber wirklich erleichternd, gell? So, jetzt zähle ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da hinten ist sie 7. 7 Mann, ne? Dann passen wir noch nicht in 2 Autos. Ein Auto, schade. 7 Mann, Frau, ja. Moin. Hilfe, wie viele Autos braucht er denn? Um seine Sachen einzupacken. Immer dieser Bau. Ich hab mir schon gedacht, ich hab mit meinen Schneebällen ein bisschen... Aber nein. Ich hab mit Schneebällen beworfen. Er hat mich so angeschaut. Ich hab nichts dafür. Aber ich hab auch... Das wär... Im Basketball wär das ein Dreiergärm. Also das war wirklich... Ich hab den voll erwischt. Von da hinten. Dann war's okay. Halt, ich muss noch Geld einzahlen. Aha. So, keine Kreditkarten mehr. Ja. Ja. Matarai, du weißt aber eh, was man mit dem Geld anfängt, oder? Auf jeden Fall. Sehr gut. Äh, Bugatti Chiroir ist bestellt. Scheiße. Na? Danke. Übrigens, na? Kann die sich mich dann kurz anschauen? Ich fühl mich nicht mehr so gut. Oha. Warte, damit es sich richtig lohnt, kriegst du noch von mir einen Schneeball ab. Ja, genau. Nur zu. Ich hab da richtig Eishapfen reingetankt, gell? Dann startest... Ja, dann startest du auch noch Steine. Ein Kieselstein. Dann startest du auch ein bisschen später, weil die kommt erst gegen 20 Uhr oder die kommen erst später nach. Geh noch deine Kreditkarte? Notfalls, äh, machen wir das zwischendurch, dann. Telefone hast du mir schon gegeben? Richtig. Perfekt. Meine kriegst du noch. So. Die Toschi. Dankeschön. Telefone hab ich ja schon mal gehabt, ne? Telefone hast du. Also ich hab jetzt Funk. Ausweis. Ach ja. Mit dem Burger. Na dann. Müsste jetzt für 30,45 Minuten, wenn du Fischi gerade nicht teuer will. Marius, bist du da? Können wir los, ja? Jawohl, check. Den Rest gibt's dann oben, ne? Oben wird auch nochmal kontrolliert. Und dann geht's gleich ab, ja? Jetzt habt ihr noch mal kurz ein paar Minuten, euch mental drauf vorzubereiten. Ich weiß ja schon, was kommt. Wir fahren mit zwei Autos, ich glaub, passen nicht in eins. Dann genau, meins steht da hinten schon. Können bei mir ein paar mit. Der weiß fährt dann beim Atario mit. Ja. Und dann geht's los. Bis gleich. Bis gleich. Und fahr ich da mit. Moin. Moin. Immer die... Die Frauen sind schon wieder so stürmisch. Das wird jetzt aber nicht von meiner Kreditkarte abgebucht. Ach doch, doch. Davon nehm ich vom BO die Kreditkarte. Ach so. Ach so, ja. Solange ich's nicht zahlen muss, passen. Das wollen wir maskieren. Nehm ich vom BO die Kreditkarte, würde ich auch nehmen. Die ist voll, hab ich gehört. So lange, bis siehörig oder fetzig, entscheidend. Seid ihr schon im Funk 1, Funk 07? Seid ihr jetzt auch zu einer kriminellen Funktion? Auf jeden Fall. Nein. Die würden ohne ihren P1 nicht mehr überleben. Das stimmt. Minecraft in GTA heute. Vielleicht die Petrol holen. Stadtwerke. Das liegt am meisten. Ach, ich würd sagen, macht ihr mal. Aber ja, kein Telefon, ne? So. Scheiße. Anfunken. Manu77, dankeschön für den Euro. Ich bin gespannt. Bleib am Leben. Ich geb mir Mühe. Dankeschön. Martin Vollmerz wird VIP. Dankeschön. Oh nein. Nein, ich hab vergessen zu verbinden. Oh, Jake. Jake. Schlaufe nochmal mit 4,99 dabei. Während dem Training am besten. You know this one hören. Ich kann mir eins, das würde ich gern. Da muss ich mir das weiter sagen, ja? Der fährt da vorne aber auch stummisch. Wir haben hier eine Verfolgung gesagt. Am East Highway Richtung Prison raus. Jetzt sind wir gerade Höheblitzer. Fahrer hält nicht an. Fährt mit überhöhter Geschwindigkeit. Fahrzeug ist ein Chevrolet. Kann das sein. Jawohl. Oh, schwer verunfallt. Wir hohle schwer verunfallt. Gott sei Dank bin ich nicht da vorne eingestiegen. Wenn das so weitergeht, nicht der Bo gleich bewusst passen. Stimmt. Vielleicht ist er dann im Wo. Was? Wenn er da reinpasst, gell? Okay, der war wirklich schon. Das war zu viel. Dankeschön nochmal, Christoph, für 5 Euro. Herzlichen Dank. Manu auch immer dabei. Jeden Stream. Freut sich immer. Was glaubt ihr, wo wir ausgesetzt werden? Ich glaube irgendwo, entweder da hinten im Wald oder am Montilio da oben. Ah, einen straffen Zeitplan. Ja. Ich bin sogar auf der Gegenspur. Ich glaube, der Commander ist kurz in England gewesen. Ja, das kann gut sein. Wirkt ja zumindest so. Ja. Ah, die Biker. Das sind richtige Biker. Sebastian, freue mich schon aufs Krankenhaus. Viel Spaß und Glück beim Training. Dankeschön. Nein, es ist eine Challenge. Kein Training. Oh, da, die Katze. Macht das dein Frauchen auch, wenn sie matt ist? Bestimmt. Ich glaube, sie redet nicht so gern mit uns. Was mache ich, wenn du matt willst? Hast du gerade nicht den Bergwöben davor hingehört? Was mache ich, wenn ich hungrig bin? Oh, wei. Das ist schlecht, weil heute wirst du hungrig sein. Auf jeden Fall. Oh, ich hab jetzt schon wieder Hunger. Auf der Insel, oben auf dem Berg, beim Wasser. Im Moment deutet alles auf Mount Chiliad hin. Dankeschön, lieber Sebastian. Aha. Holen wir die Petrol. Auf dem Berg, beim Tor bei Rainer. Da ist immer was los, denn es ist Sommer. Es duftet nach Schweiß aus der Scheune. Gibt es einen neuen Zeitpunkt, wann die nächste Bewerbungsphase ist? Bald. Ich hab erst gestern mit Kurt drüber geredet. Wir wollen bald wieder aufmachen. Notistencamp. Das Notistencamp. Im Moment deutet alles auf Mount Chiliads Spitze hin. Das Notistencamp wäre das schon da hinten. Aber Insel wird's wahrscheinlich auch nicht. Aber wir wären ja versetzt ausgesetzt. Also, vielleicht trifft es den ersten oben ganz hart. So. Lieber Sebastian. Solange nichts mehr gehört von dir, du Presenfetzen. Wie geht's da? Oh, wieder. Wo wir ja über den Gegenverkehr da oben stehen. Ein Marshmallow. Ja, das wäre nicht so gut. Was macht ihr hier? Haben sie gerade gefragt. Drogenfund. Eigentlich müsste man Bo als erstes rauslassen. Das wäre das ultimative Survival Training. Ja. Mit seinem Blutung. Voll. Challenge. Stillen. Damit meine ich nicht die Milch. Vielleicht hat er ja Glück und kriegt eine Wanne voll, ne? Mhm. Kann er trinken. Oh Gott. Jetzt hat die Pizzeria offen. Krieg Hunger. Ich glaube, da geht ein Tank leer. Jetzt, mir geht's schlecht, jetzt wo du wieder streamst, Arsch. Den Spaß geht's drehen in mein arbeitsloses Leben und bei dir so. Gönn dir. Hier läuft gerade ein Pflanzenfund. Was? Ist jetzt wirklich ein Pflanzenfund? Ja, der Chief hat mich gerade angerufen, ja. Ich hab den, ich wollte den nämlich vorher verarschen, weil der im RAM hat mich gefragt, was da los ist und ich hab dieses Spaß rausgehakt im Pflanzenfund, aber ich wusste das nicht. So eine Scheiße. Apple hat gerade zwei Millionen Zuschauer auf YouTube wegen iPhone 14. Ja, wie wär's, wenn, wenn mal 10% darüber kommen, oder? Nein, Spaß. Wie viel haben wir davon? Wir haben jetzt, ich weiß nicht, 1000 Zuschauer oder so. Müssten wir mal 2000. Das geht so. Mein Gott, ich hab mich grad verrechnet, ne? Ah, das ist gerade peinlich. Wir helfen sie mir. Natürlich, natürlich, ähm, 1000 Zuschauer mal 1000. Kann ich ja meine Mütze aufsetzen. Keinster. Das ist ein Sack. Ganz so versch... 2500 Zuschauer haben wir. Okay, dann einfach das mal 1000. Wir haben ein Tausendstel von Apple. Läuft bei uns. Wir haben ein Tausendstel von Apple. Also wenn... Oh. Ich wollte mich gleich mit dem Bo. Ich wollte den Bo nicht nachvernachlässigen. Wie nett. Also, ich sag mal so, ich bin froh, wenn zwei ankommen. Okay. Ich hab jetzt auch mehr Resonanz gehofft. Maskieren wir uns? Ja, ja. Ähm, ihr könnt euch ruhig eine Maske aufsetzen. Damit, äh, die Identität gewahrt bleibt. Noch gern. Ansonsten, kommen wir jetzt zum interessanten Teil. Oh mein Gott, Bader haut fünf VIPs los. Bitte sagt, die kommen an. Ja, sie kommen an. Und dann werden wir starten, ja. Ja. Also stellt euch folgende Situation vor. Ähm, ihr hattet hier einen Spezialeinsatz, wurdet bei dem Spezialeinsatz gekidnappt, ähm, unterschiedliche Orte gebracht und, äh, wurdet dann jetzt am Ende hier auf dem Mount Chiliad rausgelassen. Ja, ihr seid komplett nackig, ihr habt nur noch quasi eure, also ihr habt nur noch eure Klamotten an, ihr habt keine Ausrüstung, nix. Sie haben euch nur ein Funkgerät gelassen. Und euer Polizeiausweis konnte da noch irgendwie sichern. Eure Aufgabe ist es trotzdem, den Auftrag zu erfüllen und dann die Insel zu verlassen, um dann gegebenenfalls zu einem Folgeeinsatz zu reagieren oder sich an einem anderen Ort wieder auszurüsten. Dazu müsst ihr erstens euren Auftrag erfüllen. In einer Höhle an der Ostküste ist ein Boot gestrandet. In diesem Boot ist wichtiges Material, dort ist wichtiger Sprengstoff, welcher unbedingt von der Insel gebracht werden muss. Dieser befindet sich in dem Boot. Euer Auftrag ist es, diesen Sprengstoff sicherzustellen und dann Richtung eurer Rettungs- und Abholzone zu bringen. Wo diese Rettungs- und Abholzone ist, das müsst ihr noch herausfinden. Dazu habt ihr einen zweiten Auftrag. Einen zweiten Auftrag müsst ihr an einer bekannten Radiostation auf dieser Insel herausfinden, wie eure Funkfrequenz ist, bei der ihr euch melden sollt. Dazu bekommt ihr oder habt ihr einen Zettel bekommen, Klammern bekommt ihr gleich, wo quasi verschlüsselt die zu ermittelnde Funkfrequenz draufsteht. An dieser Station angekommen müsst ihr euch umsehen, beachten, was findet ihr dort dann Infos, um dann den Funkcode rauszufinden oder die Funkzahl rauszufinden. Solltet ihr das geschafft haben, meldet ihr euch und fordert quasi euren EVEC an. Dann werdet ihr Instruktionen bekommen, wo euer Evakuierungspunkt ist und was ihr zu tun habt und in wie vielen Minuten ihr dort sein müsst. Solltet ihr es nicht in der angegebenen Zeit schaffen, könnt ihr nicht evakuiert werden. Also beeilt euch und schaut, dass ihr da seid, zusammen mit der, sag ich mal, Beute. Natürlich seid ihr SWAT-Officer und solltet euch jederzeit auf Gefahren und Überraschungen vorbereiten. Dazu müsst ihr gleich dann noch ein paar Gegenstände an euch nehmen. Aber zuerst gebe ich euch mal eure Zettel. Wir dürfen ja keine Fahrzeuge verwenden, ne? Also keine Fahrzeuge, sag ich mal, die von den Kopflosen stammen. Unsere eigenen? Auch nicht. Auch nicht, also keine eigenen. Also wenn wir zum Beispiel Zugriff noch hätten auf unsere Garage, sag ich jetzt einmal. Also nicht eure eigene Garage nutzen, ansonsten feel free. Und natürlich, wie gesagt, keine kopflosen Fahrzeuge, auch Boote nicht. Dann gebe ich euch jetzt mal eure Zettel. Also keine eigenen Fahrzeuge nutzen? Keine eigenen Fahrzeuge, alles andere ja. Okay. Okay, das heißt, wir müssen jetzt eine Bombe sichern in einer Höhle bei einem Boot. Dann zu einer Radiostation, dort dann den Code entziffern und dann können wir über den Funk den Standort zur Abholstation. Richtig. Okay, und Zeitrahmen nochmal? Ihr habt keinen Zeitrahmen, bis ihr quasi an der Funkstation seid. Natürlich solltet ihr euch insgesamt beeilen. An der Funkstation wird euch ein Zeitrahmen genannt, wann euer MediVac oder euer IVEC landet. Hat jetzt jeder eins bekommen? Ein Dokument? Check. Ja. Von dem Haufen hier genommen? Ja, ihr könntet euch auf den Zettel schreiben, was für Gegenstände ihr quasi dann am IVEC-Punkt bei euch haben solltet. Ja. Da kommt auf euch zu, dass ihr zweimal Nahrungsmittel, was ist mir egal, zweimal was zu trinken, ist mir auch egal. Ein Handy, ein Brecheisen, Schrägstrich Messer oder irgendwas anderes, wo man Sachen mit aufhädeln kann. Und ein Feuerzeug, falls ihr Feuer machen müsst. Und ganz wichtig, sonst könnt ihr nicht evakuiert werden, um den Helikopter dann einzuweisen, eine Leuchtpistole. Diese Gegenstände müsst ihr gezwungenermaßen am Zielpunkt haben. Solltet ihr einen Gegenstand nicht haben, gibt das Abzug am Ende. Welche nochmal? Okay, also nochmal, ja, eine Schusswaffe oder eine Waffe, mit der ihr euch wirklich adäquat auch auf Entfernung verteidigen könnt. Ja. Zweimal ein Nahrungsmittel, was ist egal. Zweimal was zu trinken, ist auch egal was. Ein Handy. Ein Brecheisen, Messer, Machete, also irgendwas, womit man notfalls Türen aufhebeln kann, um sich in Sicherheit zu bringen. Ein Feuerzeug, um es gegebenenfalls Feuer zu machen, sollte man in einer gewissen Zeit nicht ankommen. Und eine Leuchtpistole, damit man dann den Evakuierungshelikopter einweisen kann. Habt ihr das alle? Ja. Gut. Ja, wie gesagt, Zeitansatz werdet ihr dann über Funk bekommen, sobald ihr die Funkfrequenz rausgefunden habt. Ja, achtet darauf, dass ihr an dem Boot in der Höhle nur ein Gegenstand quasi aus dem Kofferraum, also quasi einen Bombenzündsatz rausnehmt. Nicht mehr. Notfrequenz ist klar, ja, die 1.07. Nochmal, ja, es kann dazu kommen, dass Überraschungen auf euch zukommen. Keine kopflosen Boote oder Kfz nutzen. Keine Kfz aus der eigenen Garage oder aus Polizeibestand oder quasi eigenem Polizeibestand, sage ich es mal so, ja, aus der eigenen PT-Garage. Das Thema Karte ist freigegeben. Ja, wenn ihr natürlich vernünftige Survival-Kämpfer seid, dann nehmt ihr eure Karte nicht aus der Beintasche und versucht so. Wie gesagt, der Rest über die Funkfrequenz, nutzt die bitte nur im Notfall. Ja, solltet ihr quasi da einen Notfall melden, so seid ihr quasi aus der Wertung dann natürlich raus. Ja, ihr könnt die Aufgabe über das Ganze natürlich noch zu Ende machen, aber ihr seid dann erstmal natürlich disqualifiziert aus der Wertung. Wer als erstes ankommt, da überlegen wir, Tali und ich, uns noch ein cooles Gimmick. Ansonsten gibt es jetzt Fragen, soll ich nochmal irgendwas wiederholen? Nein. Achso, doch, meine Frage wäre gewesen, und zwar sind ja alle im Besitz eines Waffenscheins. Dann dürfen wir den beim Waffenladen verwenden, um uns dann in dem Fall... Ja, also ihr könnt Waffenschein verwenden, den habt ihr bei euch, und wenn nicht, ist es ja ein Waffenhändler am Rechner hinterlegt, dass ihr einen habt. Gut, wie gesagt, eure Aufgaben sind klar. Funkfrequenz 1.07, bevor ihr startet, werden wir nochmal prüfen, dass ihr den Position-Button umgestellt habt. Alle Anfang-Infos bekommt ihr, wenn es irgendwo nicht mehr weitergeht, wie gesagt, dann über den Funk melden. Gut, dann frage ich mal, wer möchte denn freiwillig starten? Okay, dann, wer starten möchte, geht schon mal davor an die Treppe. Jo, der Bluter. Ja, dann stellt euch dann nacheinander auf, wie ihr dann starten wollt, wie gesagt, also beziehungsweise wartet hier oben, der, der starten möchte, kommt mit runter, wir werden den da nochmal durchsuchen. Wir werden dann auch die Zeit starten, etc., damit wir eine Gesamtzahl haben, und dann geht's gleich los. Jetzt dürfen wir nochmal was snacken, richtig? Ihr dürft jetzt nochmal was essen, da unten sollte doch nichts mehr haben. Dann gebe ich Ihnen vorne noch schnell was ich trink, dass er nicht mehr dabei ist. Dankeschön, lieber Bader, für fünf geschenkte VIPs, von ganzem Herzen Dankeschön, ich bin so froh, dass es angekommen ist. Das wird spannend. Das wird richtig spannend. Vielen lieben Dank. Lasst bitte ein Herz für den lieben Bader da, Dankeschön. Sehr gut, ne? Schauen wir mal. Mhm. Ja. Wird schon schief gehen. Ich seh mich schon auf dem Tomatenfeld, mit irgendeinem Zivilisten-Auto. Das ist beschlagnahmt, danke. Was soll ich sonst machen hier? Beschlagnahmt, danke. Ja. Ja, werd ich so tun. Ich seh schon die ganzen Beschwerden von den ganzen Qualen, die irgendwas machen. Was passiert? Ein Kopf hat mich nach Geld angesprochen, irgendwas stimmt da nicht. Oh Gott, ja. Wenn du sowas mitkommst, sagst du. Ja. Ich brauch 5.000. Was? Nur 5.000? No. Brauchst du vielleicht noch eine Mille? Illegaler Waffenhändler, easy. Einfach kurz welche Hops nehmen, Strafe aufsetzen, zu schnell gefahren oder so, easy. Sie laufen ja maskiert rum. Allgemeine Verkehrskontrolle. Vor allem bei ihr Autos, die sind so schnell gefahren. Ich nehm's an einem Netz. Allgemeine Verkehrskontrolle. Blaulicht hab ich am Kopf. Das wird so passieren, ja. Ich hab sie mit meiner Brille 90 kmh gemessen. Bin ich gespannt. Ist angekommen? Ja. Check. Alter, das wird wild. Das wird wirklich ganz, ganz wild, wird das. Aber so richtig verstanden, bis wir zu dem Code kommen, haben wir eigentlich so lange Zeit wie wir wollen. Wichtig. Ja. So, wer rennt der Bo, jetzt haut's nicht euch hin. Viel Spaß, ey. Cool. Ich fau mich auch mal runter. Alter, Bader, schenk noch mal fünf Subs raus. Dankeschön. Ich hoffe, du hast dir nicht zwischen den Beinen getan. Entschuldigung, warte. Dann würde ich mal gucken. Ah. Dann, äh, check noch mal, bitte Position. Lasst noch mal Herzen da für den Bader. Dankeschön. Alter. Und bedankt euch bitte bei, bei Bader, die jetzt VIPs gegiftet bekommen haben. Dankeschön. Hey, super Schneider, die. 50-50 Schuss. Gut, Funkcheck mal nochmal, Funkcheck. Funkcheck? Okay, passt. Check nicht bestanden. Wir warten noch ein bisschen, ja. Dann geht's recht los. Hören wir hier mal auf, Schneider, kann ich ja eh gleich disqualifiziert hinschreiben. Ja, richtig. Das. Das. Schneider hat selbst sowieso irgendwo noch einen Burger stecken. Am Gaumen drückt er ihn rauf. Jo, wie eine Schlange, äh, wiedergeheuert. In den, in, in, in den Pansen rein. Geh nutzt, ja. Direkt in den Pansen. In die sieben Mägen rein. Vergiss die andere Spende nicht. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich weiß noch, natürlich. Natürlich. Das ist schon ehrlich, so ein paar Minuten. Ich verspreche dir, dass ich mich heute nach dem Stream drum kümmere. Geht's los? Nuh, 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 nuh. Aber du kannst dich schon mal bereit machen. Okay. Matalo, du könntest mich mal untersuchen. Jawohl, ich warte schon mal. Verweckt. Nix gefunden, außer Funkgerät und Polizeiausweis. Sehr gut. Ähm, einmal mit dem... Ja, sehr gut. Jetzt hat er keinen mehr, gell? Ich hab deinen Polizeiausweis klaut. Fähne der Position-Button rausschicken. Perfekt, danke. Einmal Funk checken. Okay, Schneider. Hallo, Jack? Jupp. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Tschüss, Spaß. Also, ich find das super. Ich seh schon, Kong gleich schickt er erst in die Position. Oh, je. Oh, je. Ich weiß schon mal, wo die Höhle ist. Das ist schon mal gut. Wichtig ist, dass ich mal ein Auto oder so hätte. Das wär gut. Irgendwo müsste ich jemanden treffen, der ein Auto für mich hat. Das mit dem Polizeiausweis ist wirklich nämlich gut eigentlich. Ich hoffe, ich werde nur nicht gekitnappt. Ich würde ja schon lachen, wenn der Käpt'n erster ist. Tschüss. Wahrscheinlich eher nicht. Alle Davids abgehangen. Ja. ja wir sind noch oben schaffst du ja das hat mich gerade ist das der scheiß vielleicht am bootsanleger da finde ich die besitzer nicht ich will nie mit einem auto klauen parkplatz also ich finde es super mal ein bisschen dehnen tanzen tanzen ok also ich bin so ready ich bin seid ihr auch ready seid ihr auch bereit wir stehen die challenge gemeinsam durch bis zum bitteren ende meine freunde macht sich schon mal warm natürlich wenn wir wenn wir die challenge schaffen dann lasst jetzt ein like da gut dann in 5 4 3 2 1 go oh nein oh nein oh nein ich habe gesagt warte mal ich habe gesagt ich gehe grapeseed runter gell ja grapeseed runter das wort auto da hinten klauen oder so let's go ich versuche mein glück tatsächlich da unten in grapeseed ich hoffe halt mein essen hält durch das ist das ich brauche halt mal ein auto das wichtigste wäre ein auto weil so kann ich ein bisschen geld beschaffen weil so könnte ich ernten gehen irgendwas machen ich brauche einen job oder ich brauche halt einen nebenjob aber ich brauche ein auto das wird das erste dann klaue ich spaß gut du wirst das qualifiziert funk nur für notfälle nutzen nein spaß okay so aber ich brauche unbedingt ein auto aber das mit dem dienstausweis dass muss beschlagnahmt das ist schon mal gar nicht so schlecht es ist schon mal not so bad aber das wäre halt wirklich das wichtigste für ein anfang weil so kann man halt mit dem auto ist man flexibel ich meine das problem ist ich brauche halt geld fürs tanken ich hoffe ich kriege halt was wo ich elektroauto das wäre halt barba das muss man nicht tanken oder was so ein grokart das dürfte ich rein theoretischen grokart ich bräuchte ein bisschen geld sie haben nicht gesagt dass man nicht schnorren darf oder oder ist es gegen die regeln wenn ich jemanden anschnor wisst ihr das ich glaube nämlich schnorren ist nicht gegen die regeln oder weil rein theoretisch das beste wäre so ein gokart zum auslösen nur für das brauche ich halt geld da brauche ich den einsatz aber schnorren wäre halt geil ne finde ich irgendwo ein und frage ihn aber für mich halt vielleicht ein taui hat oder so einfach ist erlaubt geil okay ich muss den schnorren machen ich rufe homeland hol homeland okay da weiß ich schon bescheid das wäre also schnorren ist schon mal grundsätzlich gut aber ich muss noch mal an geld kommen ich muss leute finden das wäre mal das wichtigste wisst ihr was ganz lustig wäre wenn ich auf dem weg irgendwo einen kocher finde oder so könnte ich den könnte ich richtig anschnorren da bin ich schneller wenn ich das ist jetzt ult ja da bin ich aber schneller ich darf es noch nicht aufs maul legen ich laufe lieber querfeldein ich will nur nicht will nicht verletzt werden come on my friend das geht alles noch alles in ordnung alles ist gut aber wir werden wir werden definitiv hustlen werden wir werden hustlen aber schnorren wäre wirklich gut es wäre geil wenn ich jemanden finden würde so einen richtigen sugar daddy wo ich geld und ein auto krieg das wäre dann gg so meine lebensanzeige ist rot weil ich gerade am limit bin also ausdauertechnisch gokart als ausgeparktes auto das ist eben die frage aber normal nicht oder wobei doch könnte sein gg ja aber ich würde nicht mit dem gokart fahren das wäre halt so weird ne aber ich würde halt gern jemanden finden der mir vielleicht ein bisschen geld stecken kann und ein auto das wäre halt irgendwie das wäre der dream also gleich ziod tot nein ich habe vorher meckes gegessen ich habe den ich habe den pfad des durchfalls mit mir weil die höhle ist nämlich da hinten ich weiß nämlich gott sei dank wo die standorte sind das weiß ich das weiß ich by the way freunde wenn ihr hier neu seid auf dem kanal wird es mich mega freuen wenn sie hier kostenlosen abo da lasst euren freunden vom kanal erzählt oder vom server vom projekt und ja die glocke aktiviert damit sie nichts verpasst das wäre das wäre mir mego geholfen das gratis bus geht raus wenn man die frage ist bin ich darüber schneller ich glaube ich sowieso den langsamen weg gegangen am laufen kriegt man halt keine das der vorteil beim gokart ist halt dass ich dass ich kein sprit habe aber ich würde das gokart nicht nehmen das wäre halt weird zum gokart stanzen ich mache mir eher sorgen dass ich vorher an geld kommen bevor ich sobald ich ein auto habe bin ich es gg so bisschen geld und auto dann ist dann bin ich und nein da geht es runter oder wurscht das schaffe ich geht sicher auf 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 bitte steh auf bitte steh auf bitte steh auf bitte steh auf digger oh mein boger das bitte fall nicht auf die schnauze halt da habe ich grad angst gehabt ihr wisst ihr wie wie, man kann so schnell sterben, wenn man da runterfliegt. Das glaubt ihr mir nicht. Ich hab schon gedacht, ich bin jetzt tot. Oh mein Gott. Also ich find das super. Ich glaub's nicht, weil wenn man da runterfällt, und ich hab auch keine, jetzt hab ich halt keinen Spielraum mehr. Oh mein, Alter. So, voller Einsatz. Alles gegeben. Alles, was in seiner Macht stand. So, haben die Kühe was für mich. Ich bin jetzt in meinem Gravesy, das ist jetzt schon mal gut. Wenn da jemand, irgendwo jemand. Boah, hab ich mich gerade angeschissen. Yo, Herrgott. Herrgott, hab ich mich gerade angeschissen. Mal schauen, ob da irgendwo ein Autofahrer kommt. Bitte sag irgendwo, dass jemand einmal kommt. Das wär wie so ein Moment. Das wär wie so ein Engel. Alter, das wär's gewesen. Das wär gerade, das wär gerade die Enttäuschung gewesen. Jetzt einfach schon ins Gras beißen. Da war die Biker drüben. Bei den Bikern. Ich weiß, die sind nicht beste Freunde bei mir, aber ich könnte, ich könnte zu den Biker rüberlaufen. Vielleicht haben die was für mich. Ich schwöre, ich stehe ewig in deren Schuld. Bitte sag, die sind da. Die sind normal immer da. Ich muss zu den Bikern. Ich muss zu den Bikern. Ich weiß, das ist gerade das ist gerade einfach einer der riskantesten Ideen dort hinzugehen, aber ich ich sehe es als realistische Chance. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. So, wenn ich da auf den korrekten Dude stoße ich müsste halt das Oberteil ausziehen. Den Gürtel heiß drauf. Kaufst du Rammstein-Tickets? Habe ich vor, auf jeden Fall, ja. Habe ich vor. Morgen ist, glaube ich, Ticketverkauf. Das ist. Vivi ist jetzt voll da. Ach, mega nice. Mega nice. Bin kurz weg, muss mit dem Hund laufen. Spiral. Kein Problem. Danke für zwei Euro. Geht da drüben. Da läuft jemand. Da läuft jemand. Das ist aber, da läuft ein Sward. Da läuft ein Sward-Office da drüben. Ja, ja, ist mein Geisel. Ja, sehe ich mich auch schon. Viel Glück und gutes Gelingen. Dankeschön, Ando. Dankeschön. Warst du mal auf der Gamescom? Nope. Aber das war ein Sward-Eigener. Vielleicht will der auch zur Biker-Bar schnoren. Vielleicht hat der einfach dasselbe vor. Ich hoffe, der hat nicht dasselbe vor. Aber ich bin schneller. Also, ja. Tarsten Wunder mit 1,38 Euro. In welcher Situation hast du Kurt kennengelernt? Wie war deine Woche? Ähm... In der Schule? Einfach so? Ich bin schneller. Ja, wenn der auch zur Biker-Bar will, ne? Ich hoffe, er sieht ihn. Hat sicher schon nach hinten geschaut. Glaub ich, renn? Ich glaube, da steht ein Motorrad. Ich glaube, da steht ein... Moin! Da steht ein Motorräder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat doch nicht dasselbe jetzt vor, oder? Der hat nicht gesehen. Ich glaube, ich da reingehe. Hallo? Jetzt sagt da ist jemand. Hallo? Also, ich finde es super. Muchas gracias. Hallo? Vielleicht offen? Auch nicht offen? Verdammt! Hallo? Hallo? Verdammte Scheiße! Da steht ein Motorrad, aber keiner ist hier. wie geht das? Hallo? Ja, bitte? Äh... Können Sie mir kurz helfen? Ja, warum dann? Ja, das... das... das Motorrad da. Hm. Ich... brauche ich dann einen Zugang. Das muss beschlagnahmt werden. Ich habe einen Ausweis mit. Äh... Ja... Ähm... Echte Frage, Mask. Ja, perfekt. Ja, wenn eigentlich PD... Warum machen Sie das dann ist gleich auf? Ja, weil... Ich bin da oben ausgesetzt worden und ich habe... Äh... Und ich soll das jetzt aufmachen für Sie. Ja, bitte. Mhm, mhm... Ist es Ihr Motorrad, oder? Ähm... Gehört ein Freund von mir. Wie heißt er dann? Ähm... Noah Briggs. Ich bin ein Kollege von Ihnen. Äh... Passt nicht ganz. Der hilft... Der hilft... Der hilft prima ausschlechten. Ja, aber das Motorrad ist nicht auf den Handblockstuhl gelassen. Sondern auf den Anders. Sie haben was gut bei mir, wenn Sie mir jetzt helfen. Sache ist... Ich habe selber jetzt keine Lust, irgendwie... Stress mit der Petrol-Führung zu haben, weil... Hm. Petrol-Führung? Ja, naja. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Mal folgendes. Ähm... Warum wurden Sie denn ausgesetzt? Das... Das kann Ihnen die Petrol-Führung... Äh... Eine andere Führung sagen. Kann Ihnen meinen Namen sagen. Mhm. Morris. Gott, das ist mir schon. Ja, ähm... David-Führung, dann wahrscheinlich das. Helfen Sie mir bitte. Ich brauche eins von den Motorrädern. Irgendwas. Oder... Oder noch... Oder anders. Ähm... Haben Sie ein Auto für mich? Können Sie mir... Können Sie mir ein Auto leihen? Irgendeins. Ein bisschen... Haben Sie ein bisschen Geld und... Oder... Und ein Auto? Ich habe Autos, ja. 77.000 auf dem Konto. Geld habe ich nicht. Ja, wir reichen... Wir würden für den Anfang... Ein paar... Tausend Dollar oder 2000 Dollar reichen. Na, ich rufe mal gleich die Nummer raus. Und dann überweisen dort. Nein, nicht überweisen. Ich habe meine... Bargeld. Gut, dann... Ah, wo ist dann das Laden? Da vorne. Ja, dann hebe ich mit ab. Gebe ihm das dann parken das Auto aus. Kann ich bei Ihnen mitfahren? Ja. Die helfen mir gerade extrem. Aus dieser misslichen Lage. Aber können Sie mir ein Auto leihen? Ja, kann ich machen. Vielen Dank. Aufwärtsstraße. Was... Was wollen Sie mehr? Der hat halt S3, S3, R7, X7... Oder können Sie mir... Können Sie mir... Ein bisschen mehr geben? Ich gebe Ihnen alles zurück. Ich verspreche es Ihnen. Na gut. Wie viel genau? 10.000. Kann ich machen. Wir kriegen alles von mir zurück und noch was drauf. Servus. Oh nein. Gott. Vielen Dank. Oh mein Gott, Dankeschön. Wenn geht ein Offroad-Fahrzeug. Ja. Haben Sie ein Privates? Ja. Das ist aber nett. Oh mein Gott, Alter. Warum wohnen Sie ausgesetzt ohne... Ich kann Ihnen das alles später mal erklären. Naja, sehr gerne. Mach ich. Ich würde gerne wissen, warum ich jetzt... Weil Sie von Petrol-Führung reden. Ich bin aus der Petrol-Führung. Na, ich verpackt. Aber danach habe ich noch ein bisschen meine Ruhe. Der Officer hat Auto auseinandergenommen. Grüße. Servus. Hallo. Ich verspreche Ihnen. Ich gebe Ihnen das unversehrt und alles wieder zurück. Mein Gott, Dankeschön. Wer da... Schlussstück jetzt steckt. Dankeschön, Herr Officer. Warte, nochmal. Jetzt. Na, nein. Ich kann nicht. Ich liebe die Schlosselbearders. Bitte, da. Seid offen sein. Nein. Ey, willst du mich forschen? Sperren Sie mal aufsetzen. Sieh Sie sich rein. Nochmal. 12, David. 10, David. Und dann fahren Sie einen Meter vor. Na. Jetzt steig ich es aus. Armaposition. Viel Spaß. Dankeschön, Herr Kollege. Also, ich finde es super. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Oh mein Gott. So. Warte mal. Soll ich zuerst... Mit der Kohle komme ich locker aus. So, ich mache jetzt das Erste, was ich mal mache. Ich tank den mal voll. So. Oder ich gehe zuerst die Bombe besorgen. Ich könnte zuerst, actually, die Bombe besorgen, na. Alter Schwede. Ich habe jemanden gefunden, der mir Geld und ein Auto gibt. Ich wollte, dass er es mir aufbaut. Aber er hat gute Arbeit geleistet. Er hat echt gute Arbeit geleistet. Ich glaube, ich gehe zuerst die Bombe holen. Die ist nämlich da irgendwo in dieser Höhle drin, na. Ich gehe zuerst... Vielleicht ein Motorrad wäre fast noch besser gewesen, na. Oder wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich gehe mir... Na, ich gehe zuerst... Na, ich muss mich verteidigen, oder? Das ist Blödsinn. Ich gehe nicht die Bombe holen. Ich gehe zuerst, gehe ich einkaufen. Ich brauche eine Waffe. Damit ich vielleicht... Weil sie haben gesagt, es können Überraschungen kommen. Vielleicht muss ich mich dort verteidigen, na. Oh mein. Alter, habe ich mich... Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Alter. 17 David für 7 David. Oh mein. Ich habe mich gerade erschrocken. 17 David, einmal bitte Position Button. Ich kaufe mir... Ich darf mir eine Weste kaufen, na. Ich kaufe mir jetzt eine Panzerung. Einfach, weil ich kann. Ich habe keine Waffenlizenz. Darf ich ins PD rein? Wait a minute. Ich habe keinen Waffenschein. Ich glaube, ich muss ins PD. Oder zum... Oder Moment, warte mal. Der illegale Waffenhändler. Warte, dann gehe ich mir noch was zum Essen kaufen. Das hat jetzt meine Waffenhändler. Das hat jetzt meine Waffenhändler. Linken, 15 für 10 David. Ja. Komm mal bitte Position. Ich kaufe jetzt einmal ein. Kann nix schaden. Or die Hütte. Wisst ihr was? Ich fahre zum illegalen Waffenhändler. Ich darf auch zum illegalen. Ja, sehr gut. Dann kaufe ich mir eine vollautomatische. Ich habe bis dato, ich habe genug Kohle. Also mit dem Geld komme ich aus. Mit dem kann ich mir alles kaufen, was ich will. Das kriegen wir hin. Ich habe so ein Feuerzeug. Wo kriege ich das hin? Ah, wo kriege ich das her? Aus dem normalen Laden, oder? Feuerzeug. Ja, es schläft. Da gehe ich auf die Zigaretten. Habe ich da irgendwas, was ich... Ich darf mich aber auch umziehen. Hat es geheißen. Dabei soll ich mich umziehen? Ähm, Moment, 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 Moment. Ich brauche keine Bank. Warte mal, ich nehme mal den normalen Laden. Dann kaufe ich mir mal das Feuerzeug. Das ist da. So, dann habe ich mal ein Feuerzeug. Sonst brauche ich ja nichts. Gut. Das habe ich mal. So, dann kaufe ich jetzt... Dann kaufe ich jetzt meine... Meine Schusswaffe. Brecheisen brauchen wir auch, gell? Die Rechnung will ich jetzt nicht zahlen. Auf, der nimmt mich jetzt nicht irgendwer hoch von der Polizei. Wie soll ich das? Tendel wird einmal mit der Position. Muss ich schnell sein. Was? Also, nein, warte mal da. Das war immer so verwirrt. Da geht es runter. Ich habe das nie checkt am Anfang. So, Brechstange, gell? Brauche ich. Zweimal essen, zweimal trinken. Ten David, einmal deine Position, bitte. Fifteen, bitte einmal Position aktualisieren. Klagstock ist kein Brecheisen. Welche nehme ich mit? Die Glock 17 ist die vollautomatische, gell? Oder eine Uzi? Was ist denn bei? Das ist, ich nehme eine Uzi und ich nehme eine Glock 17. Ist es eigentlich erlaubt, wenn ich ins PD gehe? Ah, na, die Glock 18 ist die vollautomatische. Ich will noch nicht zu viel Kohle rauswerfen. Das passt schon. Lincoln Fifteen, bitte einmal Position aktualisieren. Unauffällig ankommen, hieß es. Ah, okay, warte mal. Das heißt, dann hole ich mir Kleidung. Handy kaufe ich in der Stadt. Dann muss ich definitiv mal in die Stadt runter. Aber ich glaube, in den Spielregeln war doch, dass ich das Outfit kaufen muss, oder? Lincoln Fifteen für Ten David. Hört. Hört. Also, die schauen, ob ich noch lebe. Kurze Frage, hört Ihnen jemanden im Funk? Negativ. Wer? Ah, einmal bitte Position aktualisieren. Leuchtpistole, stimmt. Die brauche ich auch noch. Passt nicht zum Outfit. Ich brauche, ich denke, eine Cap oder so. Irgendwas normales, unauffälliges. Oder ein Helm? Mal ein Cap, let's go. Ich glaube, ich gehe mir jetzt ein Handy kaufen. Wo kriege ich denn eine Leuchtfeuerpistole her? Ohne Waffenlizenz. Darf ich auf die... Denk an das Feuerzeug. Habe ich schon. Feuerzeug habe ich. Zweimal essen, zweimal trinken habe ich. Handy habe ich. Brecheisen habe ich. Handy habe ich nicht. Feuerzeug habe ich. Eine Waffe habe ich. Ich habe eine Weste. Leuchtpistole. Brechstange. Die kriege ich alles im normalen Waffenladen, oder? Eine Brechstange und so. Walmart kriege ich die. Die Bombe muss ich dann noch holen. Aber zuerst equipe ich mich einmal. Lincoln Fifteen, bitte erneut einen Positionsplan. Verfolgen die mich, oder was? Hey, die verfolgen mich. Das ist unfair. Wo kriege ich eine... Vom Walmart kriege ich eine Brechstange. Seid ihr euch sicher? Also ich hoffe. Ich gehe mir jetzt erstmal ein Handy holen. Ich muss auf die warten, nee, oder? So, ich habe jetzt ein Handy. Fünfter wird einmal mit der Position warten, bitte. Oh mein Gott, das FD hat Leuchtfeuerpistolen. Das ist ein NPC, ne? Feuerwehrmann, Feuerwehrmann. Grüß Gott, hallo. Hallo? Daher? Boah, der hat ja gar keinen Bock auf mich. Ist jemand vom LAFD irgendwo? Hallo? Ist da jemand vom LAFD? Hallo? 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 Dingkarte brauche ich nicht, nein. Hey, wo... Wo könnten die hin sein? Wieso ist da nur einer? Da hinten, oder? Da hinten ist einer. Da, 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 da. Hallo? Hallo? Ich bräuchte Ihre Hilfe. Ähm, okay. LAPD. Ja, mhm. Haben Sie eine Leuchtfeuerpistole für mich? Und eine Brechstange? Ähm, Momentchen. Einmal... Oh mein Gott, vielen Dank. Dankeschön. Sie haben mir sehr geholfen. Muchas gracias. Wie... Wie ist Ihr Name? Gordon. Gordon, mein Name ist Morris vom LAFD. Ich danke Ihnen. Können Sie kennenzulernen, Herr Morris. Gerne, gerne. Ich werde mich bei Ihnen... Ich werde mich... Ich brauche das. Gordon. Also, die wollen mich verfolgen. So, ich habe jetzt alle... Ich glaube, ich habe jetzt alle Mittel, oder? Ich habe jetzt zweimal... Ich habe jetzt alles. Ich gehe die Bombe holen. Ich habe eine Leuchtfeuerpistole. Ich habe... Ich habe eine Waffe. Ich habe zweimal Essen. Ich habe zweimal Trinken. Ich habe ein Handy. Ich habe ein Brecheisen. Ich habe ein Feuerzeug. Bombe muss ich jetzt holen. In der Höhe. T-David, einmal bitte Position. Kontrollieren, ob ich alles richtig mache. Munition habe ich. Ich habe ein paar Schuss. Ich kann mich selber verteidigen. Wer ist deiner Meinung nach... Also, ich finde... Ich finde Scotty sehr gut. Also, Ryan Walker. Sehr guter Fahrer. Sehovich, keine Frage. Also, das sind so die... Namenhaften, die ich jetzt gerade kenne. Werden wir jetzt hinterher fahren, oder was? Ich glaube, das da hinten ist nämlich die Höhle. Das da hinten muss sie fast sein. 5 am besten. 20 David, bitte nochmal Position. Das muss die Höhle sein. Oh, ich warte hier, ich verlaufe mich nicht immer so schnell. So, da ist das Boot. Da ist das Boot. Ich glaube, das sind Ziele, oder? Da hinten. Ich darf halt nicht fragen. Das ist das Boot. Mein Gott, wasch doch nicht die Schmauchspuren jetzt ab, mein Sohn. Gut, dass ich nicht gleich die Bombe holen gegangen bin. Smarter Move. So, ich habe die Bombe. Und keine Ziele mehr. Jetzt darf ich jetzt nur nicht überschlagen. Ich habe alles. Ich habe die Bombe, ich habe eine Waffe, ich habe Essen, ich habe Trinken. Ich habe eine Leuchtpistole, ich habe... Ich habe alles. Warte, ich checke nochmal durch. Also, ich habe ein Funkgerät, ich habe ein Handy, ich habe ein Brecheisen, ich habe eine Glock. Also, ich habe eine Waffe, ich habe eine Leuchtpistole, ich habe Trinken, ich habe Brot, ich habe Essen, Joko, das, das, das. Leuchtpistole, Waffe, Trinken, Feuerzeug, Brot. Ich habe alles. Feuerzeug. Feuerzeug. Okay, ich habe alles. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich darf jetzt nur nicht, ähm, ich darf mich jetzt nur nicht überschlagen. Das ist jetzt mein, das ist jetzt mein Hauptziel. Ich will jetzt nur nicht mich überschlagen. Ich habe alle Zeit erwähnt. Jetzt muss ich noch zur Radiostation runter und muss das Rätsel lösen. Und da brauche ich aber das Dokument. Das heißt. Okay, das sieht da schon mal schlecht. Ah, da unten ist die Straße. Sehr gut. Da komme ich sogar raus. Das mache ich noch da vorne. Da ist eine Tankstelle. Da mache ich einen Tankstopp. Oh, das ist jetzt gemein. Ein Zinkanister. Also ich finde es super. So, warte mal. Flugzeug Alpine, meine erste Spende. Wie geht es dir? Dankeschön für zwei Euro. Mir geht es bestens. Mir geht es wirklich sehr gut. Dann geht der Nachfrage. Geht der Afriksion? Hi, wie geht es? Kennst du mich noch? Du bist schon Langzeitzuschauer bist du. Natürlich kenne ich dich noch. Danke für zwei Euro. Marc Schneider mit fünf Euro. Dankeschön. Wer ist denn... Achso, das habe ich schon vorgesehen. Dankeschön. Dann haben wir Marco 301. Wann kommt wieder 107? Hey, er ist bester Streamer. Bald mal wieder, schätze ich. Dankeschön. So, jetzt muss ich zur Radiostation. Die Radiostation ist da hinten oben. Das hat geheißen, bei einer bekannten Radiostation. Entweder es ist die da oben oder es ist die auf dem Berg. Aber ich glaube eher die da. Muss die sein. War mal das Gelände. Das da ist, glaube ich, ein Tomenstudio, oder? Also, ich finde es super. Da war mal ein MLO drin. Nevermind. Tim, nicht böse gemeint, aber finde Andel Cop RB besser. Ist nicht so der Crime-Typ. Das sehe ich mich selber nämlich auch. Muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Ich bin auch eher so der Cop-Typ. Oder ist es die falsche Radiostation? Rebel. Ich setze mich da mal in den Busch und schaue mal die Dokumente. Nein. Bell. Er. Das könnte aber Rebel heißen, oder? Beller. Rebel. Für euch der Info, der Panic ist negativ. E. Ipp. L. R. B ist 2, E. Plus, Minus, Plus, Minus. Fehlt da ein Buchstabe? Kurze Frage. Ist jemand schon am, ähm, Radiosender? Ja. Ja, positiv. Negativ. Kann sein, dass da ein Buchstabe fehlt? Negativ, ich komme zu dir. Ah doch, ist richtig. Es müsste Rebel nämlich sein. Auf dem Dokument, es müsste nämlich Rebel sein, aber da fehlt ein Buchstabe in dem Dokument. Ja, eine Sekunde. Sag mal, ja bitte. Ja, ich höre dich. Ja, weiß ich Bescheid. Perfekt. Ach so, E gibt's zweimal. Jawohl, mach ich, mach ich. Ah, verstehe. Yo, tschusen. Ah nein, ich verstehe schon. Das E gibt's ja zweimal, so. Verstehe schon. Okay. Okay. Nein, nein, hab schon verstanden. Okay, perfekt. Aber für dich schon mal zur Information. Ja. Eigentlich sollte anschließend in den Funk gegangen werden. Ja. Ja. Und, ähm, der Funk ist aber gesperrt. Okay. Deswegen sagst du mir gleich einfach das Ergebnis. Alles klar, mach ich. Ich rechne kurz, gell? Ja, klar. Mach. Äh, Tender, denk auch dran, das Ziel dann zu sagen, ja? Ja, positiv. So, wir haben Re ist 1. Warte mal. Rebel, das ist 9 plus 1 minus 2 plus 1. Minus 4. Minus 4. 5. Perfekt. Okay. Du hast jetzt 15 Minuten Zeit, ähm, um zum Airpad zu gelangen, ja? Alles klar. Also, ähm, zum Helipad. Zum Helipad. Warte mal, zum Helipad am Airboot, da gibt's mehrere. Oder das, wo die drei iPads sind. Warte, das erklär ich eben schnell ab. Zeit zählt noch nicht. Okay. Ähm, unten gibt's ja drei, ähm, oder zwei Helipads. Zu welchen wolltest du die genau haben? Okay. Ja, perfekt. Alles klar. Ähm, Lincoln 15, äh, 34. Ähm, zum ganz rechten bei der Versicherung. Okay. Jawoll. Schu. Ganz rechts bei der Versicherung, das musste das da sein, irgendwie. Jetzt nur nicht, jetzt nur nicht überschlagen. Alter. Freunde, lass dafür bitte ein Like da. Die 10 Likes, die knacken wir heute. Alter, dafür. Ich darf mich jetzt nur nicht überschlagen oder sonst irgendwas. Und da wäre die Versicherung, ne? Da. Ganz rechts, meint er. Also vom Flughafen rein. Komischerweise, weißt du, wisst ihr, was mich gewundert hat, ist, dass nur mehr nach David 20 und, und, ich glaube, die anderen sind alle disqualifiziert. Oder die sind gestorben oder so. CJ geht heute leider nicht, weil mein, mein OBS sich aktualisiert und seitdem geht gar nichts mehr, leider. Ich muss mich ein bisschen ruhiger fahren, weil ich da blitzen sehe. Ähm, 12 David für 10 David, einmal mit der Position. Ah, doch, da leben noch ein paar. TartTV 31, danke für einen Euro. Alle, die noch nicht auf den Like-Button gedrückt haben, jetzt ist eure Chance. Macht's mir eine Freude. Jetzt ein bisschen mehr Risk. Ich weiß, dass es beim Flughafen einen Hintereingang gibt. Ich weiß das nämlich. Dann müsste man da bei dem Tune, aber da kann er nicht, da kann niemand blitzen. Da kann ich jetzt durchziehen. Da ist zwar 80, aber da scheiße ich einfach drauf. Da hat noch nie jemand geblitzt. Und da müsste jetzt irgendwo in der Nähe ein Helipad sein. Da ist es mir nicht schaubar. Und da müsste jetzt irgendwo ein Helipad sein bei der Versicherung. Ganz links. Aber ganz rechts. Oder ist das da, meint er das da hinten? Und da wäre die Versicherung. Wurscht, ich fahre es uns mal rüber. Ringel 50 einmal mit einem Position-Button. Da hinten fährt er immer. Ach da hinten. Ich fahre es uns mal rüber. 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 Sonst ist da niemand mehr nah. Jetzt muss ich nicht runterfallen, Digga. Schwerf, David, einmal Position. Schwerf, David, einmal Position. Das war's für heute. also ich finde es super stark das war wild ich werde ich sagen sie sind erster ja das ist das alte haus noch mal bewiesen ja sitzt 19 51 gestartet und um ich habe auch alle materialien ja das gucke ich jetzt mal nach guck mal nochmal am besten einmal alles rausholen dann tastest du durch brecheisen ist dabei pistole sogar noch eine uzi dazu der benzin kann ist so eine leuchtpistole brot haben wir cola feuerzeug von gerät was essen noch mehr zu essen die bombe ist auch am start handys am start das gucke ich doch noch mal nach ja eine sache fehlt oder habe ich mich verguckt haben wir doch nicht brecheisen ok gut also gibt es auch keinen punkt abzug die habe ich alle erledigt ziele sind erledigt genau funk frequenz welche haben sie rausgefunden ist sein fünf was auch super cool nicht schlecht erspricht auf jeden fall dankeschön also ich weiß nicht wie lange das noch dauert gucken wann die anderen kommen also ich habe gerade gehört haben alle noch immer noch keiner da also es sind noch alle im rennen ja kein erwischt also ich habe nichts gehört ja gut geil es hat spaß gemacht ich habe ich habe richtig geschwitzt mit dem essen und so ging ich habe von martarion anruf bekommen dass sie ja irgendwie zufällig bei einem einsatz vorbei gekommen sind und feuerwehreinsatz war ich dort habe ich nämlich die leuchtpistole ja easy ok und die waffen die waffen habe ich vom schwarzmarkt händler na cool wie sind sie an geld gekommen ich habe ich habe das auto ich habe jemanden auf der straße gefragt habe ich ein auto und geld von dem bekommen ja ich wollte nämlich zuerst um einen polizeiausweis dass das jemand auf der bikerbar dort sein sein bike gibt und dann ist auf einmal ein kollege also das ist ja nicht das war ja erlaubt das ist egal wer oder hauptsache kein ding dann ist ein kollege halt ist halt vorbei gekommen also vom vom pd aber ich habe eine maske und dann habe ich gesagt magst du mir ein privater auto von dir geben und ein cash kriegst du mit zug ja das kannst du machen also das ist kein problem er hat mir das gegeben er steht so vor mir und sagt so jetzt kriege ich sicher probleme von der petrol führung habe ich so ich bin sehr gut ja entspannt sehr sehr stark freut mich geil aber die uzi gebe ich am besten ab naja genau können sie mir einfach in der hand drücken habe ich wieder meine glock 17 so dann gucken wir doch mal aber frau frau doktor haben sie im pflaster für mich ich bin am anfang wenn ich am berg ein bisschen gestolpert ja bisschen elbogen bisschen knie dann einmal dafür dass der captain als erstes ist ja das knie noch eben dank jetzt julian luka die beste immer drauf verlass viral mit zwei euro schneider einmal position ne und das ist meine erste spende danke für 2 euro 4 cent dankeschön schickt nur ich die nicht gerade auch nicht ich habe meinen daumen gedrückt dass du gewinnst dass es aber süß dafür dafür chat lassen jetzt ein like und ein abo da auch wenn meine scheiß einblende nicht geht aber heute habe ich es mir verdient alter habe ich geschwitzt könnte das lebendige ziel sein und auf sie schießen wenn sie ankommen spaß findet man dann für schätze im kopf ich habe sogar ich habe sogar eine schusssichere weste für alle fälle schusssichere weste hätte ich aber eigentlich auch noch aufnehmen können fällt mir gerade ein das habe ich bisher für mich das a und o ja hört wo genau am airport ganz hinten in der ecke wo das heliport ist check ok ich prüfe nochmal 17 david mit einer position bitte check danke ja er lebt doch noch ich hatte schon angst da kommt jemand es ist den schieß jetzt nicht das müsste einer von uns sein aber ich sehe gerade jetzt sind zwei schon an der ähm an der funkstation steve und ella muss man die bombe also die sind beide da aber 17 david ist die bombe ja vorsicht da ist wirklich was drin Autoreifen alte alte autoreifen geschreddert ähm ne und zwei teilnehmer sind auch da laut den positions hola grüße du kannst mir einmal einen gefallen tun mal hier so in dem bereich oder auch hinter meinem oder ne eher nicht hinter meinem auto du kannst deins ja noch ein Stück rüber fahren mal so vier fünf ziele aufbauen wenn die hier ankommen schießen wir die quasi einmal an sozusagen ok check mit dem gebäude auch direkt oben das war aber cool oder schreibt es mal rein wie es euch gefallen hat das war doch mega cool also bodenhöhe genau ja checkt mal euch ja und wenn dann einer kommt dann äh schießen wir ein bisschen ja check die bombe schmeckt was für eine schadener bombe wir positionieren uns jetzt alle da und schießen einfach mit voller feuerkraft auf die die was kommen ja dir umso mehr desto besser dann machen sie sich wenigstens in die hose kurze frage jemand weiteres an der radiosende angekommen und wie wird das bewertet dann also wir haben ja die zeiten die rechnen wir gegen und dann können wir quasi von den zeiten her einmal rechnen wie viel gesamtzeit gebraucht wurde und dann ist es halt gibt es punkt abzug wenn man es halt nicht in der vorgegebenen zeit von der funksstation hierher schafft und es gibt punktabzug wenn man gegenstände vergisst ok ja habe ich einen punkteabzug ne ha ähm es sind sechs acht minuten bisher gebraucht von der radiostation genau ok ja ich habe ein bisschen zeit verloren weil weil material meinte ganz rechts bei der versicherung und ich habe da vorne noch gesucht ach ja ja ne 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 bei der radiostation hat er nämlich gesagt vorne bei der versicherung rechts dann habe ich dort gesucht aber dann bin ich da hinten hingefahren naja das das nächste mal mal gucken dass das hier aber diesmal schießen wir ja dann werden sie uns schon finden ja und insgesamt sind es 9 49 ja 51 minuten für den gesamt also von stopp bis hier ran bei mir jetzt haben sie gebraucht ja geil gar nicht so schlecht ne also ich habe vorhin so geschätzt naja so anderthalb stunden ja okay machst du heute noch streife ja keine machen wenn man natürlich Glück hat und ein auto hat dann ist es natürlich top ne und dann noch ein bisschen cash da kommt man schnell voran ja 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 ich habe halt noch gezielt gefragt ob er einen offroader hat kommst du gleich zur bombe hinterher hm ich habe halt ich wollte halt nicht ich habe überlegt am anfang soll ich zur bombe gehen aber dann habe ich nein das kann ich dann habe ich mich zuerst komplett ausgerüstet und dann bin ich die bombe holen gegangen und dann habe ich die quests erst gemacht ja das ist top ich gehe nicht so auf mission mit bombe bergen ohne ohne alles ich habe sogar dann auch sagen können dass da unten was ist ja ich habe ich habe halt mit lebenden widerstand eventuell sogar gerechnet so fast aber ich habe mit allem gerechnet mhm ja okay lebenden haben wir diesmal nicht das wäre aber auf jeden fall noch eine steigerung ja ja dass da unten wirklich jemand sich verschanzt und du dann weg holen musst mhm wäre halt schon mies aber ja wir brauchen ja auch noch ein bisschen steigerungspotenzial absolut hallo der captain von der patrol das erste easy ich dachte aber schon am anfang bei mir ist vorbei ich bin den berg und dann habe ich so eine kippe wollte ich zeit sparen bin runter und dann hat es mich aufgehauen und dann da bin ich so langsam runtergerollt und man weiß wie schnell man da bewusstlos ich hatte schon so schiss naja gerade ohne alles ohne schutzweste am anfang natürlich trick geht so schnell da hatte ich richtig schiss das glaube ich ja das wäre natürlich dann besonders schlimm gewesen gleich am anfang das wäre so mies 7 david für dich zur information 20 david 17 david und 12 david sind jetzt auf dem weg 15 minuten fenster check gibt es da noch eine nachbesprechung ja wir machen dann eine ganz kurze auswertung start war 15 ähm halten das aber kurz ich werde nochmal sagen oh nein ich will doch nicht einsteigen ich will mal ganz kurz sagen warum wir das gemacht haben und so damit wir einen zusammenhang herstellen und dann passt das dann gibt es die siegereihrung oh also aussuchen für den ersten ich stelle mal mein auto zu uns oder mhm nur ganz kurz ich habe ein paar starten aus zivilisten ja passt super ok reicht das so von der aufteilung reicht reicht nicht zu viel das auto hat nämlich nicht einmal einen kanzler das ist schon ein leichter boom jetzt Freunde wir müssen jetzt bloß mal gucken so wie ich das jetzt mitbekommen habe wir haben 126.000 abos erreicht oh mein gott warte mal irgendwie kann ich irgendwie muss ich die einblende triggern es geht nicht warte mal ah ja warte geht das manuell was was habe ich denn jetzt gemacht einblende sondern das ist eine andere Szene oh no ok ich lasse das lieber kann die einblende leider nicht triggern hallöchen es hat so Spaß gemacht was lasst bitte ein Herz für den lieben Rafi da ein richtig geiler Stream richtig toll von den Jungs was sie das so ausgedacht haben absolut ja ich glaube 7 david ist von 20 david angefunkt worden ja 7 david hört warte wegen dem kratzer eigentlich 10 david wir hatten ein kleiner Autounfall ich glaube wir brauchen einen Arzt ja check position einer nein das ist dreck da ist ein kratzer verdammt ja da ist ein kratzer verdammt haben die sich überschlagen ja 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 oh nein da kann ich mit da ist der so um am alten 107 geländer ja die Straße hältst du hier kurz die Stellung check oh wie bitter wäre das jetzt wenn die sich überschlagen haben das kann nicht sein ich war da auf der Zielgeraden das wäre so bitter das wäre so bitter das ist sind die jetzt zur dritte im Auto gesessen? ja ich weiß nicht kann sein dass die alle zusammen sind ja wieso schließen die sich zusammen? ja grundsätzlich verboten haben wir es ja nicht ok verstehe ja hier bin ich nicht raus hier bin ich raus aber wenn da jetzt alle drin wären das wäre so bitter das wäre richtig bitter dann sind einfach mal drei raus ist halt der Nachteil wenn man sich zusammenschließt ne? ja oder man muss den fahren lassen der es kann ich meine wenn du dich zusammenschließt dann schickst die jeden an einem Ort und dann kannst du schon was erreichen so aber ja ja das stimmt Glückwunsch zu den 126k Dankeschön Sebastian für 10€ mit Überweisungsgebühren Nobody hate du Sacklpicker alles Gute zu den 126k alles Glaubet ihr Bestens ich höre mal was der Funk bei uns so sagt Bestens Dankeschön lasst dein Herz regen da Vivi nochmal mit 1999 Glückwunsch zu den 126k verdient Dankeschön hey ich freue mich gerade so Robert ich freue mich gerade so derbe herzlichen 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 Dank liebe Community ihr seid einfach die Besten so das ist so viel Geld Dankeschön aber das wäre das jetzt so bitter oder wenn die sich da überschlagen hätten ich hoffe die werden eingeblendete Sticker Dankeschön Hallo Hi Danke 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 und Bader nochmal 5 VIPs verschenkt oh mein Gott ja das das ist mir bewusst ich bin ähm mit ähm Herzlichen Dank ich bin unterwegs lass Liebe da im Chat alles klar ne danke für den Anruf jo ciao ebenso tschüss ja so bitte ja eine Ambulance erregt aufsehen bei euch am Set wie die da hin und eingecamped zu sein oder? ja sie sitzen zumindest alle noch im Auto ja sie sitzen zumindest alle noch im Auto ja Kamila soll sich wundern gucken ob ihr ins Krankenhaus müsst ja wenn nicht dann äh müssen wir da ein bisschen Zeit runter nehmen ja hat sich irgendjemand von euch verletzt? hat irgendjemand Schmerzen? jaa da boh da hinten hat er immer noch Schmerzen da boh der war ja davor schon schwer verletzt wo tut's denn weh? die Prost die Prost aber du wachst der Mechanik mit 5 Euro Glückwunsch zu 126 km weiter so vielen herzlichen Dank ähm bedankt euch an alle die jetzt grad VIP bekommen und dann bitte bedankt euch beim Bader ich sag auch nochmal den ganzen Namen hier nochmal herzlichen Dank abschnallen einmal fassen sie da kurz wieder an Captain ich ruf mal kurz hin na klar was was muss ich dann Camila? ähm ich würd einmal genau die Tür aufmachen warte ich warte und dann einmal zur Seite einmal einer rechts einer links so und dann einmal hinsetzen ja erstmal nur her hinsetzen so ok perfekt danke ich helf einmal aus dem Oberteil raus ja der ist da also der ist durch ist heftig aber ist gebrochen 51 Minuten hat der gebraucht hast du Schwierigkeiten beim äh Luftbeform? Punkt check oder geht das? krass check ok habt ihr irgendwie dem FD oder so schon Bescheid gesagt? nein ne? nee ja oder Ich glaube schon, dass wir da einmal auf jeden Fall ein Röntgenbild machen sollen. Gerade Höhe hier ehemalige 1.07 bei einem Unfall von Teilnehmern. 10-4, wie sieht's aus bis jetzt? Wie stark sind die Schmerzen noch mal? Tatsächlich ist Captain Morris Erfler geworden, 3 sind gerade verunfallt und ja, 2 fehlen noch. Das ist klar. Ja, 10-4, gibt es noch ein paar Scherzwecks-Briefing? Ja, check. Chief One aus der Funk. FD von einem Air. Habt ihr eine Ambulance frei für mich? Lasst alle ein Tigerherz in den Chat hauen. Eskalation will ich sehen. Mit 4,99. Vivi ist wieder am Start. Dankeschön. AMR von Deputy Two. Das ist wirklich ein Scheiß. Ihr werdet fast da gewesen. Ich bin wirklich, ich habe auf der Zielgeraden, ich habe mich so angeschissen, ich bin mit Schritttempo. Ich bin sogar mit Tempomat über den Hauptplatz gefahren. Dann schicke ich euch ein Dispatch. Wer lang, ich habe von, ich habe von der Radiostation bis runter, ich glaube, 8 Minuten habe ich gebraucht. So langsam Richtung fahren. Genau, ja. Der Commander hat vorher auf, am Hauptplatz hat auch Flug auf gehabt. Ja, ja, RTW. Die anderen komme ich denke ich so hin, aber eher RTW. Alles klar. Ich musste mich selber ganz schön beeilen, dass ich vor ihnen da bin. So, was haben wir hier? Ähm, eigentlich tut mir nur mein Arm weh. Okay. Also mein rechter. Bist du im Gurt gehangen, ja? Das heißt gehangen. Also hat der Gurtstraffer ausgelöst? Ja. Okay. Okay. Passt genau in das Kinn. Hm? Okay. Na hier. Ja, du hast hier leichte Prellmarken. Steig mal einmal aus. Jo. Kannst du gehen oder brauchst du Hilfe? Alles gut. Okay, komm mal einmal mit. So. Also ich finde das super. Was ist bei dir? Mich hat mein Ellenbogen angestoßen, aber das geht eigentlich. Aber ich glaube das wird ein rieser fetter blauer Fleck, ey. Moment. Was? Okay. Du hast ordentlich Prellmarken am linken Schlüsselbein. Ein Tigerherz in der Chat will wie wir sehen. Gibt's dem Wunsch nach. Hast du irgendwie Bewegungseinschränkungen? Jetzt unabhängig vom Schmerz irgendwie, dass du sagst, irgendeine Bewegung funktioniert nicht? Moment. Tch. Hm. Wir sind zwickend total, aber... Jaja, ey, Schmerzen ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass irgendwas nicht wichtig ist, ja? Naja. Naja, das ist jetzt nicht unbedingt. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, ich geb dir erstmal ein Kühltex. 20 to David mal ganz kurz aus der Funk-Kopie. Super, danke. Lieber ein bisschen Brot, als ein bisschen Brot. Alles klar. So. Kannst du da drauf tun, aber immer das Tuch bitte drum lassen, ja? Okay. Nicht das Tuch direkt drauf. So, die Dame. Boop. Ich helfe auch einmal eben raus. Dankeschön. Alles klar. Also der Ellenbogen. So, ja. Das ist halt auf der Zielgeraden, wenn du da verunfallst, das ist halt irgendwie dreifach pittert. Das ist so wie wenn ich am Anfang, aber da hatte ich einen Schutzengel. Das war's ihr. Ihr war's mein Schutzengel heute. Dann wird man gecrasht. Also zu meiner Verteidigung. Ich fahr super Auto, ja. Und der Kollege hat auch super geworfen. Oh, fuck. Hallo. Hi. Hallo. Das war mit Schmackes. Was zum Bieststierbe. Okay, also pass auf. Ja, ich pass auf. Ähm. Danke. Die beiden, beziehungsweise die drei, haben einen Frontalzusammenstoß mit dem Masten gemacht. Oder womit seid ihr zusammengestoßen? Ja, ja, genau. Mit dem Masten gemacht. Ja, aber dadurch, dass er vorher schon irgendwie einen Stein geküsst hat, hatte ziemlich starke Schmerzen an der Brust. Okay. Acht von zehn. Ich hab, weil es auch ein bisschen geblutet hat, hab ich das ein bisschen schon versorgt, notdürftig die Brust. Ähm. Aber da müssen wir auf jeden Fall mal ein Bild von machen. Die anderen beiden, die hab ich jetzt grad hier ambulant behandelt. Das passt, aber er muss mit auf jeden Fall. Der Arme. Was hattet ihr jetzt eben gesagt, wie er heißt? Oh, genau. Wer kommt mit? Die Frage ist, wer kommt mit? Der Arme. Der, der sitzt. Der Herr, der sitzt. Also wie gesagt, der hat Wunden auf der Brust und ich würde auch gerne einmal Bilder machen vom Brustkorb, ob da irgendwie Rippen gebrochen sind oder so. Okay, das kriegen wir hin. So, dadurch räumen wir hier schnell ab und dann dürfen sie gleich drauf. Ah, ist das eine Bank? Hat der schon immer so eine Fusion? Ne. Scheiße, die Warschütze werden mich umkriegen wegen ihrem Auto. Wegen dem Auto, ey. Servus, Adel, feier dich mega, Bastel. Dankeschön, Kuss. So, ich hab ja ein Handy, Europa-Mechaniker, gell, ihr? So. Würde man sagen, Blechschaden ist ersetzbar, ne? Menschen leben nicht. So. Dann lauf man dem Feierabend. Dann, gern bei mir festhalten. Ganz grad, ich war unter dem Flughafen, ne? Ich schreife nur die Arme und dann. Genau. So. Gab's eigentlich sonst noch jemanden? Einer ist noch unterwegs. Ah. So. So, wie war denn der Name jetzt gleich nochmal? Ich will jetzt einfach das Konzession werden. Ach du Scheiße. Wie hat der Nachname? Max? Oh. Ein Jahr VIP und ein Jahr Mod. Holy shit. Das ist krass. Ich find das super. Wo sind denn die Schmerzen? Acht von zehn war das, ne? David Schmidt sind nur Euro. Dankeschön. Mit. Was war's denn auch so? Toho. Lustig wär's eigentlich gewesen, oben am Berg in Mount Gilead den Spot, den da gleich klauen oben. Wenn der zufällig offen gewesen wär. Schön den Toho und dann abhauen, das wär schon ganz schön frech, ja. Aber es wär, es wär legitim gewesen, oder? Ja, klar. Wenn er offen gewesen wär. Alle Hilfsmittel nehmen. Äh, äh, Status? PD? Äh, ja. Ja. Ziviles PD, irgendwie sowas. Ziviles PD. Ich hab nur Erste-Hilfe-Köfferchen dabei geraten. Brauchen sie ein Schmerzmittel. Wär mal nicht verkehrt. Wär nicht verkehrt. Wär nicht verkehrt, supi. Dann würd ich ihn gleich mal Zugang legen. Ja. Sodala. Ich hoffe, sie haben keine Angst vor Nadeln. Wiese, sie habt jetzt kein Auto, ne? Okay, das ist ein Tier. Ja, ja, Taxi regelt. Wir haben Geld. Ist Taxi da? Irgendwelche Vorerkrankungen bzw. Unverträglichkeiten bekannt. Ich hoffe. Ja, das ist eine Information. Den Devils ist auf dem Weg zum Airfield, hat 15 Minuten Zeit. Startzeit ist 10. Dann kriegen wir mal einen Milliliter Traumal von mir. Dann soll's hoffentlich... Ich zieh den ab. Vielleicht ein bisschen weiter machen. Ja. So. Da lag... Einer fährt jetzt los grad. So. Perfekt. Gut. Dann lass fuckle ich nicht lange rum und pack's gleich mal ins Oceans. Genau. Alles klar. Das fährt zu spät gewesen. Danke dir. Einen schönen Abend noch. Ebenso. Ciao. 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 So. Die Regeln in der Ambulance kennen sie ja, ne? Gut. Die beiden können weiter machen. Mhm. Okay. Gut, komm. Dürfen wir, ja? Okay. Tschüss. Danke. Gut, dann fahren wir auch wieder schnell runter. Der letzte Mann ist jetzt auch auf dem Weg. Rein theoretisch, wenn man fies ist, könnte man den Unfall auch von der Zeit abziehen. Oh, dann haben sie jetzt schon verloren, glaube ich, oder? Ich hab's richtig verstanden, ne? Ja, haben sie. Zieh ich den aber auch ab. Rein theoretisch 15 Minuten runter, dann wäre schon vorbei, ne? Ja, ich werd den den auch abziehen wahrscheinlich, den Unfall. Weil das ist ja nur wirklich doof. Kannst einfach langsam fahren. Ich mein, das ist halt blöd, wenn ein Kopfloser so ins Gesicht springt. Ich kenn das. Ja, das hatten wir vorhin aber auch auf dem Highway auf dem Weg zum Schlert. Da hat's uns auch. Auf einmal stand ein Trecker da. Am Hauptplatz hattest du vorher auch Schluck auf ein bisschen. Ja. Der arme Boho. Der hört sich nicht leicht manchmal, ey. Der arme. Vor allem er ist nicht mal gefahren. Ach, der Sau, ey. Er steigt verletzt ein, vertraut denen und dann... Auf den letzten Meter, das ist halt super ärgerlich, ne? And, das interessiert mich gerade, ich weiß nicht warum, aber es interessiert mich, wie alt du bist. 24. Bin ich. 24. Ey, Commander, wir sollten tanken gehen. Oh. Ich hab nen Kanister. Ja, ich auch. Oh, hoppla. Als Captain von der Britta Roll immer die Tanknadel im Blick halten. Ja, das sind ja auch die Verfolgungsprofis. Gerade sie. Was bin ich jetzt für ein Profi? Ja, Verfolgungs- und Survival-Profi. Überlebenskünstler. Professioneller Überlebenskünstler. Soll noch ne Urkunde in Auftrag geben. Um einige Zeit vor den Davids da gewesen. Ist jetzt die Frage, ist das jetzt gut vom Herrn Morris oder schlecht von deinen Jungen? Ja, ich will ja nichts sagen. Also, Herr Morris ist schon so lange im Dienst. Also, das kann der eigentlich nicht. Ich mein, man muss bedenken, ich war mal Chief. Also. Auch das, ja. Okay. Okay, okay. Ich glaub, da kann man ihm einfach nicht viel vormachen. Und ne Portion Glück hat auch dazu. Also, es ist jetzt nicht genug. Das stimmt, ja. Was mir Zeit gespart hat, ist, dass ich sofort gewusst hab, was ich zu tun hab. Sprich, dass ich halt wusste, wo was ist, wo ich was krieg. Ja. Und halt die Karten haben auch ein bisschen gut gespielt. Sodass ich halt am Anfang gleich ein Auto und so hatte. Also, es war halt Glück. Und was mir wirklich Zeit gespart hat, war halt wirklich, dass ich wusste, wo die Höhle ist. Dass ich wusste, wo der Radiosend ist, das Rätsel, wusste ich dann gleich. Und das waren halt so die Sachen. Ja, genau. Also, Höhle und Rätsel. Ich mein, die beiden Aufgaben sind jetzt auch noch sehr human, sag ich mal, ne? Ja. Ich mein, wenn ich bedenke, dass ich mit dem Nym mal im Hubschrauber in der Höhle war. Ach, ach, das, ja, das hab ich gehört. Dass die da mal reingeflogen sind. Ja, der Nym ist reingeflogen. Und dann hab ich gesagt, nein, Nym, ich flex dich weg. Da bin ich mit dem Hubschrauber rein und hab eine Drehung drin gemacht. Dann bin ich wieder rausgeflogen. Boah. Ich weiß aber auch noch, da wollte Nym durch den Tunnel auf den West Sideway fliegen. Oh, ja, die Geschichte hab ich gehört. Ja, aber das ging schief. Ich glaub, die Story kenn ich auch. Allzeit legendär. Das sind Paradebeispiele, was man immer erzählt bekommt. Ja. Allzeit legendär. Mhm. Aber ich mein, mittlerweile ein Commissioner seine Stories sind auch super. Letztens hat das Auto in den Mammutbaum rein, dass das Auto im Baum war. Mhm. Da waren wir dabei. Vor der Brücke, dann hat er in den Kran rein, am Hauptplatz. Also wie der das schafft, das ist wirklich schön. Aber jedes Mal aufs Neue. Vor allem, man denkt sich so, man kann es nicht mehr steigern. Es schafft auch niemand, aber er selber steigert sich immer. Er ist der Einzige, der es sich selber überbieten kann. Der erzählt mir auch jedes Mal eine neue Story. Egal wie oft ich den hab, jedes Mal erfahre ich irgendwas anders, wie er es geschafft hat. Alle getötet. Oh, geiler. Wie. Gar nicht mehr. Alle getötet, wir können das Signalfeuer schicken. Glücklichen Herzwunsch. Oh, das wollte ich schon immer mal machen. Das hab ich noch nie gemacht. Warte, jetzt kommt mein Moment. Oh, oh. Du müsstest mal probieren, im 90 Grad Winkel nach oben schießen, an der Stelle stehen bleiben. Okay, mach das. FD Roulette ist das. Ist Camilla da? Ja, super. FD Roulette. Ich vertrau dir. Das ist eine ganz schlechte Entscheidung. Ich hab keinen Unfall gebaut. Wer sich am weitesten... Senkrecht in die Luft schießen und gucken, wer am längsten da stehen bleibt. Oh. Ich hab verzerrungen, Nicole. Ja, ja. Das siehst du. Das FD Roulette. Möchtest du uns... Also, Captain, ich hab jetzt mal ne Frage. Ja. Wie, um Himmels Willen, bist du so schnell hier gewesen? Und du hast alles gehabt? Natürlich. Tolle Punkte. Richtig schnell. Richtig schnell. Wie? Ich dachte, wir waren eigentlich schon schnell, weil wir waren jetzt auch fast da. Magic. Aber so schnell? 51 Minuten. Ja, aber wie? Wie bist du so schnell ein Auto und Geld gekommen? Ich bin den Berg runter gelaufen nach Grape Seat. Dann bin ich zur Biker Bar. Dann wollte ich dort eigentlich was schnorren. Und dann ist ein Kollege, also ein Dealer vorbeikommen. Und dann wollte ich, dass er mir das Motorrad aufbricht. Dann hat er gesagt, nein, er kriegt Probleme. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mir ein Auto von sich leiht und mir Cash gibt. Dann hat er mir Cash gegeben und ein Auto, diesen X7 da. Und dann bin ich alles zusammenkaufen gegangen. Waffen, war vom illegalen Waffenhändler. Sehr gut. 21.50 Uhr. Wo man halt die Sachen halt zusammenkauft. Im Eilis-Dempo. Habt die Bombe called. Alle Ziele dort neutralisiert. Das Ziel hat doch nicht gehalten. Entschuldigung. Das ist eine Mechaniker, eine Sekunde. Ja, ja. Herr Zarario, hallo. Na ja, ich meine, wir... Hallo. Wir müssen vorsichtiger fahren müssen, ne? Die? Äh, das... Ja, ich hatte einen kleinen Unfall. Konnte aber weitergehen. Es wird mir grad abschnitten und reparieren lassen. Ich würde es dann gleich abholen. Also für den hatten wir jetzt keine Ziele. Ja, doch. Kennzeichnen wir irgendwas mit TMJ 425. Oder irgendwie sowas. Du musst da stehen bei der Laterne. Dann lieber aufs Seide gehen. Danke. Ciao. Also ich würde sagen, das nennt man auch, ähm, Schummeln, oder? Absolut. Jaaa, alles richtig gemacht. Perfekt. Und dann habe ich das Rätsel gelöst und dann hatte ich so Schiss, dass mir genauso was wie euch passiert und bin mit dem Tempomat 80 von der Radiostation daher gefahren. Dann bin ich da hinten... Oh, das ist mal auch. Dann haben sie auf mich geschossen, dann bin ich aufs Dach. Und dann habe ich von da her weg. Nicht schlecht. Also wir hatten jetzt auch Glück, dass wir unseren Kollegen getroffen haben, der uns jetzt ein Blaulicht hierher gefahren hat. Das war, äh, Luxus gerade. Das war grad echt so fein, dass das Andermut vorbeikam. Ich bin fast disqualifiziert. Also ich war am Anfang den Berg runter und hab mir gedacht, die... ich spare mir da kurz ne Strecke. Und dann hat es mich aufs Maul gekriegt. Und ohne Weste und Ding, wenn man mal so ein bisschen zum Rollen anfängt, ne? Das kann so... ich hab so Schiss gehabt. Das kann ganz schlimm enden. Ja, aber da braucht man nicht mal schlimm fallen, ne? Das kann massiv in die Hose gehen, ja. Alter, da hatte ich schon gedacht, jetzt ist aus. Schieß mal auf ihn. Mach den denn da. Der muss... der weiß schon, dass er die Leuchtpistole noch schießen muss. Das wird die Zeit nicht angehalten. Das ist egal. Kate, hast du alle Gegenstände dabei? Ja, klar. Sehr gut. Mal gucken mal gleich noch. Ich schieß gleich jetzt, wenn dann noch länger, aber schieß auf die Reifen. 22 David Beckham. 19, okay. Ich geh weg essen, will ich jetzt was essen? Ja. Er ist so durch, hat er gesagt. Warum? Ich weiß auch nicht. Jetzt war's da rein, das sieht's ja niemand. So, Kate. Jawohl. Hatze, hatze, hatze. Der M4, wieder übers Ziel hinausgeschossen. Ich hab's sechs. Es war nicht verboten. Ich hab nur eine legale Waffe geholt, weil ich legal bin. Ich hatte auch eine Uzi. Ich nicht. Ja, ihr seid alle legale Waffenhändler. Illegale Waffenhändler regelt. Ja, da war ich auch. Oh, ich koste. Sorry. So. Wo ist denn jetzt der andere? Der steht nicht mehr auf, oder? Wirst du schon kontrolliert, ob du alles hast? Check. Super. Da. Da hinten ist er. Hinten. Da. Da. Auf die Reifen. Wo ist er? Hi Don. Auf die Reifen. Alles bei? Ja, find ich auch, aber ich muss zu lange arbeiten in Europa. Weiß. Ja, ich will eh den Commander Frank wiederholen können, weil ich kann mich nicht auf mich beruhen lassen, dass er besser war als wir. Ja. Dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Den schlag ich das nächste Mal. Das nächste Mal machen wir den Kaltschneider, ja? Hopp. Okay, easy. Das sehe ich was. Gibt es ja als Team auch noch gearbeitet. Der war erst ganz, 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 ganz spät. Ja, 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 ja. Ganz kurz bevor es dann schiefgegangen ist, ja? Es lief so gut, Mann. Also, Bo tut mir ein bisschen leid, aber ich habe gesagt, er hätte gleich zum Arzt gehen müssen. Nein, nein. Ich renne schon mal los. Der Bobo. Ich bin von da nach da gelaufen. Im Boot war das Müll. Der ist alles gelaufen. Der hat kein Auto gehabt. Er hat alles gegeben. Er hat sich so viel Mühe gegeben. Kannst du dir kurz meine Brust angucken? Er hat alles gegeben. Ja, alles, was in deiner Brust ist. Ist mit euch. Kannst du dir meine Brust angucken? Ja. Ich bin leider bei einer Attacke von der Krippe gefallen. Er hat wirklich im Wasser gelandet, aber... So eine Chicken Chest. Mach mal den Pulli weg. Welche Frequenz hast du rausgefunden? Fünf. Ach. Du auch? Ebenfalls fünf. Ah. Frequenz? Ja, fünf. Hat er doch grad sieben gesagt. Ah. Du Assi. Es war die sieben. Fürs Team. Hast du Schwierigkeiten beim Luftholen? Ne, es geht noch ein bisschen außer Puste, weil ich, ja, Human Labs an den Hähnchenbrust ausverkauft habe. Hä? Was habe ich denn jetzt wieder damit zu tun? Der sieht so aus. Nein, nein, nicht du. Nein. Oh Gott, nein. Nein. Weißt du, wie er aussieht? Wie so ein Grundschulkind. Der hat so ein Babyface, ey. Echt? Er hat irgendwie auch so ein bisschen weibliche Züge. Okay, das können wir jetzt mal kurz brennen. Ja. Dann die Beinchen ziemlich gefühlchen schenken. Jetzt ist mir, jetzt ist mir, nach dem Trip ist mir alles egal. Herr Drogen nehmen war verboten. Disqualifiziert. Drogen nehmen war verboten. Ich habe nicht eine Droge bei mir genommen. Ja, der hat bestimmt ein bisschen Meff genommen. So ich gegen gerannt dann, ich habe keine Ahnung was. Ja, ja, ja. Genau. Da kommt's raus. Oh Gott, ich habe vor lauter Aufregung, ich glaube, allen vergessen, denen ich was zu verdanken habe. Dankeschön. Am meisten habe ich dem, am meisten habe ich dem FD glaube ich was zu verdanken. Leuchtpistole? Ja. Ich auch. Am meisten dem Chief und dem Captain. Ja. Ich habe von denen Leuchtpistole und Brecheisen. Deshalb waren die so angepasst. Oh mein Gott, ich bin Brecheisen. Oh mein Gott, ich habe mich von einem Kollegen zum Walmart fahren lassen. Oh Mann. Dankeschön. Sind die Nummer von dem Marschatz, sehen wir nicht, ne? Schuss. Aber du hast im Gerichtssystem eine Liste von Telefonnummern vom Supreme Court sowie von den Marshals. Oh nein, der ist nicht mehr im Dienst, glaube ich. Du musst das ein Auto bei der Versicherung holen und der Arme. Ja. Das werde ich meinen dann auch so machen lassen, weil... Ja. Trotz habe ich den aber zu einem Mechaniker gefasst, muss ich das sagen. Alles gut. Scheiße. Scheiße. Setz dich mal hin. Hast du was zu trinken? Genug, ja. Dann trink mal was. Bin ich... So viel gelaufen bin ich noch nie. Der hat Drogen genommen. Ich habe keine Drogen genommen. Hat er gerade immer was von Drogen gesagt? Ja, du. Nö. Doch, jetzt hat er schon Hallos. Eieieieieiei. Das war nicht gut. Das ist ein schlimmer Fall. Das war nicht gut. Ganz, ganz schlimm. Ja. Schneider, kannst du die kurze Nummer merken für mich? Nein. Bitte. Welche? 98426. 98426? Ja. Okay, warte. Sag mal sie noch mal. Warte. 1, 2, 3, 4. Jetzt warte doch. Ja, also 800, ja. 7, 4, 8, 2, 3. 7, 4, 8, 2, 3. 7, 4, 8, 2, 3. 9, 8, 2, 3. 7, 1, 2, 3. Aber das war nicht. Krassiert. 98423. 26. 27. 6. 9, 4, 3. 9, 8, 4. 800. 1. Aber jetzt nicht. Ey, das ist Mobbing. Kamila. Kamila. Die mobben nicht. 8, 4, 2, 6. Was? 9, 8, 4, 2, 6. 7, 3. 1, 2. Ja, 7 war am Ende. Ach, ihr seid blöd. Danke. Was? Mir fällt gerade ein, ich habe die Kommunikation vergessen hier hinten. Ach, egal. So ist das Funkverhalten, wenn ich mit der Patch schon eine Verfolgung mache. Ich hatte einen kleinen Unfall. Also ich meine, es war ein Alleintrip, ne? Also von daher, Funken hätte eh nichts gemacht. Ich habe mir nur das Szenario vorgestellt, wenn ich entführt worden wäre. Wie witzig das gewesen wäre. Alter, ich war... Du hast ja nichts dabei. Ich war bewaffnet bis auf den Zahn hat, der Weste, alles. Ich habe nicht so erst hoffen, wo die ausgestiegen sind und auf mich angefangen. Ich bin einfach die Klippe runtergefallen, ins Wasser gefallen. Du bist gekitnappt. Entschuldigung, könntest mir gefallen und könntest mich da hinbringen. Ich werde gekitnappt. Bitte nicht zum Flughafen, der ist so weit weg. Bedroht es mich mit einer Leuchtpistole und schießt es einmal bitte. Commander, ich hätte Ihnen sogar Pizza mitgebracht, aber die Pizzeria hatte leider geschlossen. Ja? Wie lange dauert das noch ungefähr hier? Ja, wir warten jetzt noch kurz auf Matario und den Chief, da werden wir nicht mithören bei der Auswertung. Also, geht sofort los. Okay. Äh, Jake noch dran? Jake. Andrew, wie bist du auf den Namen und Millie gekommen? Und dann, weißt du, wer mir da vorne noch entgegenkam? Underwood. Der hat mich natürlich nicht erkannt. Ich wollte, dass ich aussteige, ich habe gesagt, ich bin Weinberg. Ich wollte, dass ich aussteige. Er wollte sogar meinen Polizeiausweis aussehen. Ich habe mir gedacht, jetzt nerv mich nicht. Der Underwood hat uns ungefähr mit 800 hierher gebrennert. Was? Danke. Ciao. Ah, auch noch nicht mal an die Verkehrs... Weißt du, ich bin schön entspannt mit dem FD, den East Highway runtergefahren. Habe mich ein bisschen mit dem unterhalten. Der Underwood. Der Underwood. Bei der nächsten Beförderung kriegst du keinen Teddy von mir. Mh. Mh. Muss ich in Underwood sagen, als Petrolführung, muss ich sagen, hat er gut gemacht. Definitiv. Muss ich aber auch den loben, der nicht für mich das Motorrad aufbrochen hat. Äh. Was? Ähm. Was? Was für ein Motorrad aufgebrochen? Ähm. Habe ich da einen Regelverstoß? Was? Ah. Bitte? Ich weiß was. Bitte? Ich habe noch eine Sache, aber die würde ich mal Tario ansprechen. Wo wurde ein Motorrad aufgebrochen? Was für ein Motorrad? Also Herr Morris. Ähm. Nein, es wurde... Ich glaube, da ist was nicht ganz koscher gelaufen, ne? Keine MPC beziehungsweise Kopflosen. Ja. Ja. Das war doch von jemandem von der Bikerbar. Hahahaha. 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 Nur weil das davor stand. Am übrigen, ich... Nein. Nein. Er hat das Kennzeichen gecheckt. Ich bin so... Und ich so... Und ich so... Es gehört einem Freund von mir. Und ich so... Ja welchen Freund? Und ich so... Jack Nagel. Und er so... Das ist der Falsche. Verrammt. Dann hat er mir sein Auto gegeben. Easy. Aber er hat nicht auf mein Befehl das Motorrad aufgebrochen. Das war gut. Mhm. Und unsere nette Psychologin sind anscheinend auch noch in den Unfall verwickelt. Ja. Das passiert. Das musst du nicht verstehen. Das passiert. Das ist okay. Ich bin auch fast nur gelaufen. Der ist noch im Rausch. Der ist noch im Rausch drin. Äh... Äh... Komm... Äh... Komm... Kommander, wenn sie mal kurz... Ja. Dann kann ich es ihnen auch schon mal mitteilen. Der lügt. So, Leute, ihr wisst jetzt, was für ne Zeit ist? Täuscht mich nicht. Sag es. Dorn. Meinst du Uhrzeit oder Jahreszeit? Du weißt, was jetzt, was ich jetzt mach? Du weißt, was ich jetzt mach? Essen. Nein, pinkeln! Frauenblase. Ja, gell, da hinten ein Busch hier. Ja, setz sie wenigstens hin. Was hat mir Taro gesagt? Eine Blase wie ein Pferd? Wie ein Pferd, ja. Blase wie ein Gaul. Ja, okay. Oh. Dann muss aber jemand ins Bett brechen. Ja. Oh. Steckt an. Geißer. Hm? Ja, gut, dann geht's ja. Ne, ist ja halb so wild. Passt. Ja, so in dem Fall ist es okay gewesen. So, warte mal, wir haben hier noch. David Schmidt mit einem Euro. Vielen herzlichen Dank. Stefan ist neuer VIP. Herzlich willkommen. GTA Freakzion. Hallo, alles gut gemacht und du bist der Beste. Bleib so wie du bist. Dankeschön. Ach ja, wenn man wieder auf den Chief und auf den Captain wartet. Ich hab' Kaffee-Pläuschchen. Ja. Wollen wir die auch einschießen, wenn die kommen? Ja. Ich hab' mir gedacht, was geht denn hier? Ich hab's erst gar nicht realisiert und dann hab' ich die da stehen sehen und hab' ich mir gedacht, jetzt... Was ist denn das? Oha! Alles voll mit Benzin. Auf war ja. Pack mal nen Hubschrauber aus. So. Hm? Positionieren uns da einfach alle am Dach. Schießen dann voll im Rückhalt rein. Ja, ich spül auch mit. Ich wollt schon immer mal schießen. Okay. Du machst nen Fortnite-Tanz, aber da drüben muss ich ablenken. Gott, sie hat ne Waffe. Na, siehst die Geisel. Ah. Was? Los, schieß. Do it. Der Fortnite-Tanz. Ja. Der Fortnite-Tanz. Fortnite-Tanz. Fortnite-Tä. Das war mein... Das war mein... Mein Jubel war das. Mhm. Das ist der beste Jubel. Ja. Ja. Beim... Beim Starten auch getanzt und beim Ankommen auch. Ja, das ist mein Geheimnis. Der untere Regelverstoß auch noch. Ja, natürlich. Man bewegt sich grundsätzlich, dass man schneller vorankommt, so voran. Man hat immer so einen Stein, der gerne rammt. Im Ohr. Mhm. Mhm. Die sollen gut sein. Heute noch Streife, bitte auf Streife. Ich muss noch warten, weil es gibt noch eine Siegerehrung. Da kann ich jetzt nicht gehen. Du stehst hier rum, Sonne. Und ich stehe hier rum. Du amüsierst dich hier. Ey, Luki seit 17 Monaten... Ey, ich mach auch mal kurz... Das wollte ich die ganze Zeit schon machen, aber jetzt... Viel Glück. Schlaf gut. Was? Ob die heute noch kommen? Mhm. Heute... Heute nicht mehr. Jetzt schief er irgendwo ein Palito. Was? Und Matario ist dabei im Unfall. Ach, da bei der Tankstelle in der Grove habe ich Matario gesehen. Mhm, genau. Au, wein, wein. Inzwischen gehen wir um den Flughafen joggen. Tilted? Wie ist euer Status, Matario? Wir sind jetzt gleich wieder auf meine Fahrt. So, check. Daumen, wie ist VIP Pro geworden. Dankeschön. Herzlichen Dank. Vielleicht mache ich dann noch eine Runde High Speed. So. Ich habe auch eine Eichhörnchenblase. Natürlich. Sie hat wie ein Pferd. Stimmt. Bleiben. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, das niedergetrampelt ist. Ich habe vergessen, wie das geht. Mio. Ich habe dir einen Standort geschickt. Ganz hinten rechts quasi, da wo man die Flugheliversicherung oder was hat. Weiße. Ne, äh, weiße. Guck mal, weißes Zeichen auf der Navi-Karte drüber weiße. Ich habe es hier teilen. Ich habe es hier. Okay. Sportlich. Die haben noch nicht genug. Mussten ja, aber das macht man. Jetzt kommen sie. Das ist Matario. Das stimmt. Guten Arzt. Servus. Mahlzeit. Herz dien. Warte mal. Guten Tag. FD-Roulette. Hallo. Hi. Achtung, FD-Roulette. Ich weine nicht immer. Das ist doch der Weinberg. Der Weiner. Wow. Was habe ich gesagt? Na, weshalb? Okay, das war ein Bullseye. Oh nein. Oh nein. Wohin geht's. Kamilla. Zum Glück sind die Klamotten feuerfest. Kamilla. Sind nur feuerfest. Oh Gott, oh Gott. Wupp. Ich brauche einen Hut. Das Wort Sachen sind feuerfest. Wupp. Vielleicht sind die Haare ein bisschen angesengt. Das ist so doof. Das ist so doof, einfach. Und dann habe ich noch zwei Patienten versorgt im Vorbeigehen. Ich selber nicht, nein. Ja, war total faszinierend. Entweder war das... Hast du einen Schallanddusen, weil ich sie auch... Psychosomatische Schmerzen oder Phantomschmerzen. Ich hatte es so glücklich. Hol Homelands. Ja. 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 ul. Ja. 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 Genre schnаюсь. Sollen werden nimm ich dabei. Okay, weiß ich. Alles klar. Dann bin ich nett mit dem FC wieder in die Stadt gefahren. Oh, das ist auch nett, ja. Dann bin ich nett mit dem FC-Dealer in die Stadt gefahren. Okay, ne alles klar. Wir sind gra� ein bisschen überlastet, aber ich bin im Außeneinsatz. Ok, dann mach's, yo, tschau. Krasser Scheiß. Alles okay da unten? Sollen wir doch mal reden? Das ist ein Grashupfer. Schnecke. Schnecke. So kann man auch das PD rauswischen, gell? Musst du jetzt nur einen Lappen in die Hand nehmen und einen Putzschwamm zum Putzen. Das machen alle ab dem zweiten Platz. Oh nein, aber geht's dir gut? Ja. Ich hab nur, wie gesagt, ein bisschen... Ich hab einen Bauchklatscher gemacht, ne, ein bisschen Brustschmerzen. Ich hab, wie gesagt, ne... Ey, dankeschön, lieber Tommy. Ich hab mir lassen meine Hähnchenbrust zu nehmen. Vielen, vielen Dank. Es gibt hier nur einen einzigen, oder eine einzige mit Hähnchenbrust, und das ist wahrhaftig ich. Darf ich dir mal abreißen? Nimm dich zu. Oh, wie geht's dir? Die Hähnchen ist beendet, falls mich jemand abholen könnte. Ja, warte, ich hol dich. Das hört sich mit nem Hedi... Oder, oder, ja. Oder, oder... Wo bist du denn? Na, Hauptdeingang. Ich komm schon. Ich komm schon. Oh schon. Werde jetzt eh keiner dorthin, oder? Äh... 22 David, bin drauf fahren. Weil ich hab hier nicht mitgemacht. Ja, weil ich bin schon am Weg, nämlich. Weil ich jetzt umsonst kommt. Ja, check. Gut. Gut, weil dann fahr ich. Ich fahr jetzt so, als ob's um Leben und Tod geht. Ich hoffe nur nicht, Underwood hält mich an. Ich hoffe, er kennt mich. Kannst du mal einen 12-Stunden-Livestream machen? Möglich wär's. Aber ich wüsste halt nicht, was ich 12 Stunden zocken könnte. Beziehungsweise, ich bin auch nicht der Mensch, der für so 12 Stunden dauerhaft zocken gemacht worden ist. Ehrlich gesagt. Ich weiß schon, wie fertig ich bin nach 3-4 Stunden. Das ist halt überhaupt nicht meins. Da würde ich eher sagen, so einmal eine Woche jeden Tag streamen. Da wäre ich eher so dabei, wo ich sage, okay, ich stream eine Woche lang jeden Tag. So auf meine 4 Stunden. Das würde ich locker backen. Aber so 12 Stunden streamen, das ist hart. Das ist wirklich hart. Auch am Wochenende, finde ich. Weil irgendwann weiß ich halt einfach nicht mehr so, ja, dann bin ich halt nicht mehr bei der Sache. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist da halt sehr gering. 12 Stunden Metal, ja das geht. Wobei selbst 4 Stunden Slipknot haben, das war schon hart. Das war für mich. Ja, die wünschen wunderschön, ne? Gleichfalls. Ciao. Hallo, Bo. Na, wenns. Na? Ja. Links eine Rippe angebrochen, aber ansonsten bin ich in einem Stück. Das war dein Auftritt, du warst Sieger der Herzen. Das ist super. Du hast alles gegeben, was in deiner Macht stand. Und am Ende bist du raus, weißt nicht, ob er was dafür kann. Das ist schon hart. Das ist so bitter. Du hast alles gegeben. Ich bin den ganzen Weg gelaufen, ey. Ich habe schon vorhin gesagt, das nächste Mal laufe ich durch. Oh Mann. Ich bring dich jetzt aber sicher rüber. Ich bin von der Petrol. Ich hoffe, ich kann fahren. Da vorne ist ein Officer, oder? Aber wie er reagiert? Ansonsten kannst du ja mal zur Fahrausbildung bei uns kommen. Schau mal, ob mich der verfolgt. Der verfolgt mich, oder? Nö. Er hat aber das Signal an. Habe ich ihn schon abgehängt? Sicher hat er das Signal dran. Doch. Ich glaube jetzt hat er, oder? Er hat mich verloren. Ich habe ihn abgehängt. So viel dazu. Oh nein, er ist noch dran. Ich nehme ihn jetzt im Schlepptau mit runter. Jungs, ich nehme Besuch mit. Es ist nicht Underwood. Ey. Wollen wir denen ein schönes Empfangskomitee? Ich bin jetzt auf dem Weg zu. Ich bin am Flugfeld. Das sind Kollegen von der Petrol. Der Arme. Lass dich dort richtig schön empfangen. Wie so ein Geburtstag. Ich bin jetzt gleich da. Ich bin 100 Meter entfernt. Ich sollte jetzt die Sirene hören. Ich stehe es schon. Komm, gleich kommt die Panik. Check, nicht Kontakt. Der hintere. Oh Mann. Oh Mann. And wenn du auch nur UC einstecken hast. Die hat dann wirklich alles dabei. Die zeigen der Psychologin wie sie wirklich sind. Ja. Das war mal ein Prank. Die wird bald alles einstampfen. Ich hab damit gar nichts zu tun, ne? Also, auffälliges Verhalten. Ja, genau. Ja, macht euch weiter, ich bin gar nicht da, ignoriert mich einfach. Auf ihr beide! So, gut. Kurz und bündig, jetzt einmal die Erklärung zu dem ganzen Thema heute. Erstmal, oder ich stell die Frage mal ein bisschen auch an euch, warum machen wir denn sowas überhaupt? Hat das überhaupt einen Zweck, oder hat das überhaupt einen Sinn, auch fürs Hot Officer, sowas zu machen? Ja, Schneider? Ja, hat's. Das war eine Frage, hat's einen Sinn? Und ich sag, ja. Ja, kann das einer, schafft das auch einer mit Begründung, der Herr Schneider noch nicht. Also, ich denke mal, es hat einerseits damit zu tun, unsere Aufmerksamkeit zu testen. Also, einerseits, wie aufmerksam wir durch die Welt stolzieren. Echt Prinzessin stolziert. Ja. Und einerseits, unsere wirklich, eventuell wirkliche Ausdauer zu testen. Ja. Ja. Okay, ja, ich kürze das mal ab. Grundsätzlich ist es halt immer gut, sich selber, vielleicht nicht, aber durch andere, eben die Vorgesetzten oder Ausbilder, seine untergebenen Officer, halt in extremen Situationen zu bringen. Ja. Warum übt man das? Damit man halt in der richtigen Extremsituation einfach besser reagiert und weiß, wie man zu handeln hat. Ja, es kann immer passieren, auch dass ihr, wir, wer auch immer, der Chief, sonst wer gekidnappt werden, irgendwo rausgelassen werden. Und wir kennen die, unsere Klientel hier, die sind zu allem fähig. Und sollte man doch mal die Flucht ergreifen und sollte man zumindest ungefähr wissen, wie man reagiert, wo man lang kann, wo man was findet, wo man notfalls einen Unterschlupf findet, wo man zu Kontakten kommt, um halt dann das PD oder sonst wen zu informieren. Ja, dazu dient das, auch das explizite Suchen von, auch das explizite Suchen von Gegenständen, ja, was ist wichtig zum Überleben, ja, eine Schusswaffe und so weiter und so fort, sowas zu suchen, ja, im Grunde genommen extreme Situationstraining, dass man in einer echten Situation einfach viel besser reagieren kann. Echte Situationen. Ja, das ist der ganze Hintergrund, ja, das war also quasi nichts aus der Nase gezogen und war im Grunde genommen vielleicht, also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es war aber nicht zum Spaß, sondern hat natürlich auch wieder einen Ausbildungshintergrund. Das sehe ich aber sehr erfolgreich, ja, wir sind fast alle angekommen am Ziel, ja, einer nicht, der konnte nichts dafür, dass er auf der letzten Zielgerade da noch gegen den Pfeiler massiert wurde. Also, ja, trotz allem, ich habe damit gerechnet tatsächlich, dass wir ein Stück länger brauchen, ja, also insgesamt, bis der letzte hier war, jetzt mal ein Bo ausgenommen, lief das Ganze eine Stunde 35 ab dem ersten Starter bis jetzt zum letzten Ankömmling. Ja, das ist eigentlich sehr gut in meinen Augen schon, ja, wir haben es schon mitbekommen, ja, manche sind sehr viel gelaufen, andere hatten ein bisschen mehr Glück, haben ein Auto gefunden, konnten dadurch schon profitieren. Ja, ja, was sehr gut lief, sich halt einfach die PD-Kollegen dazu zu holen oder das FD, ja, scheut da nicht, gerade halt die staatlichen Mitorganisationen dann da nach Hilfe zu fordern, weil gerade aufpassen und deswegen habe ich auch gesagt, es ist euch gestattet, euch umzuziehen, ja, versucht dann unterzutauchen. Jemanden zu finden, der quasi in der SWOT-Uniform rumrennt, ist für organisierte Kriminalität hier am Staat natürlich ein gefundenes Fressen. Wenn der sich dann auch nicht wehren kann, ist es noch besser und dann werden sich halt wieder die Mäuler zerrissen über uns und das wollen wir auch nicht. Also, wenn man so in eine Situation kommt, Tipp von mir, schnellstmöglich umziehen, ja, untertauchen. Alles richtig gemacht. Und dann halt gezielt schauen, mit wem rede ich, mit wem rede ich nicht, ja, dementsprechend auch wieder hinter die Ohren schreiben. Alles richtig gewacht. Bitte merkt euch auch oder merkt euch Gesichter von Straftätern, dass ihr eine extreme Situation auch gerade nicht die anspricht. Grundsätzlich, wie gesagt, lief das ganze Ding sehr gut, ihr habt die Aufgaben alle gelöst, ihr habt die Funkfrequenz gefunden, ja, das war jetzt noch wirklich low-level, was die Aufgaben angeht. Und nächstes Mal dann ein bisschen schwerer, ein bisschen interessanter, da werden wir dann mal gucken. Ich habe schon so vorhin so ein bisschen mitbekommen, es soll anscheinend ein nächstes Mal geben, weil wohl, ja, Captain Morris da bis jetzt noch ungeschlagen ist und das wohl nicht so gut ankommt bei manchen. Deswegen müssen wir mal gucken, wann wir da eine Runde zwei machen und ob dann Captain Morris seinen Titel verteidigt. Dann kommen wir auch gleich zum, ja, ich sag mal, zu dieser kleinen Siegerehrung. Und wie ihr es schon gehört habt, ja, der Platz 1 ist ja bekannt. Auf Platz 5, unser Ehrenplatz gilt natürlich unserem Bo. Bravo! Bravo! Das war, ähm, leider auf der letzten Zielgerade ein bisschen, äh, aus dem Trott gekommen. Warte, ein schlechter Joke, bra-bo. Oh, auf, äh, leicht geformiert wurde. Leider, ähm, aber sehr stark, dass du so viel, sehr stark, dass du so viel auf jeden Fall im Laufen, äh, auch gemacht hast. Nennt sich Motivation. Ja, ja, ähm, auf Platz 4 ist unser Herr Schneider. Wuhu! Bravo! Ja, Platz, Platz 3 ist Frau Matario, ja, das kommt einfach dadurch zustande, dass ihr die Zeit gerissen habt. Ja, Zeit, Zeit gerissen, ähm, im Ernstfall, im Unfall ist quasi auch ein Unfall, der euch dann halt hier das Leben kosten kann am Evakuierungspunkt. Ja, ähm, deswegen da aufpassen, diese Zeit zu halten. Das haben wir auch mit Absicht gemacht, da eine Zeitlimit zu setzen, vorher nicht. Ähm, ansonsten, naja, Platz 2 geht dann an den Weinberg. Wuhu! Ja, der sich auch gut aufgeschlagen hat, geblühten, aber auch fertig, als der hier angekommen ist. Ähm, und, sag ich mal, das ist ja auch sehr gut. Mal ungeschlagen bis jetzt, nach einem Versuch, aber sehr Respekt davor auf jeden Fall, als Captain von Petro Service, man muss dazu sagen, langen dienender Officer, schon schief gewesen. Ja, also viele, viele Karrierewege gehabt, deswegen einfach, er hat selber gesagt, er kennt sich aus, er weiß, wo er hin muss. Deswegen ist, äh, Captain Morris nach 51 Minuten hier angekommen. Und als damit tatsächlich, ähm, der nächste kam erst nach, äh, nach einer halben Stunde später, ja. Also, Respekt, ja. Deswegen, trotzdem, ganz kurz zu euren Zeiten, ja, wie gesagt, der Captain 51 Minuten, ähm, ohne Punktabzug, äh, Skate nach einer Stunde 18 angekommen, äh, Weinberg nach einer Stunde 22 und Schneider nach einer Stunde 27. Ja. Ja. Trotzdem, wie gesagt, sehr gut alles, äh, hat mich gefreut, es hat euch Spaß gemacht und auch irgendwie euch ein bisschen was weitergebracht. Ja. Auf jeden Fall. Äh, dass es euch nicht zu langweilig war. Danke fürs Organisieren. Ja, sehr gerne. Das freut mich zu hören, ja. Dann, ähm, genau. Uh. Geschenk, Geschenk für den Platz 1, äh, das habe ich dem Schief noch nicht gesagt, aber bitte beim Schief abholen, der wird sich schon noch was ausdenken. Ja, ist ihm gut. Und wenn jetzt keiner mehr von euch, egal wer hier in der Runde Punkte hat oder noch was dazu sagen möchte, dann müssen wir ganz kurz wieder auf den Schief warten, weil der hat noch was für uns. Du willst euch kommen, bis gerne mal davon, ja, aber wirklich die App. Dum 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 dum. Das brauche ich auch. Ich werde kann das bleiben sideways. ich bin wo ich du kannst aber gut auch natürlich glückwunsch an die anderen officer die was damit teilgenommen haben hätte ich mir jetzt nicht doch es ist nicht so ich habe jetzt noch in meinem kofferraum eine aufgabe für euch was noch entsorgt werden muss wie wisst ihr alle was das heißt ich habe von mir oder ich habe jetzt in meinem kofferraum eine million schwarzgeld sowie 393 juwelen und 420 kusch die was sie noch entsorgen also schlafen ist es noch nicht drinnen ich muss ganz dringend schlafen ich vertrete ich an diesem wort mit dem plan ausüben entzeugung ist egal wo ihr braucht es nicht das supreme code in dem fall wie gesagt es sind eine million schwarzgeld 400 juwelen sowie 420 kusch was ihr noch entsorgen soll das ist eure letzte aufgabe das ist hier das ist im kofferraum das habe ich jetzt mitgenommen das müsst ihr bitte noch entsorgen fahren ansonsten ja noch mal herzlichen glückwunsch an jeden ich glaube es gibt kein verlierer grüß dich ja der was verletzt du schönen feierabend und der restliche die was in dienst hat passt auf die stadt schläft im moment jetzt auch gerade nicht wir haben kurzes briefing für euch kurz zwei versuchte bankräuber die was gescheitert sind durch einen brand ja wir gehen davon aus dass es jetzt demnächst los geht mit der bank beziehungsweise jubiläer je nachdem ja gut schick martario parker ihr kommt zu mir ich übergebe euch die ganzen sachen und die restlichen officer wer es gewandt mit hat ihr könnt von da direkt schon fahren oder je nachdem fahrzeichen ich muss mir aber auch leider ausklinken das war ich trotzdem noch mit wenn ich darf mit der angebrochenen soll ich die ziele abbauen wieder oder wer kriegt wer kriegt ich drücke einfach raus gibt es einfach aus ich habe es 420 habe ich das kann man alles entsorgen ja da muss nix irgendwie ins zwischengang die träger alle in das auto oder nicht können wir ja dann fahren wir eine ablenkung das macht irgendwohin gefahrt und weg das zeug ich habe eine glock 17 ich habe ja thompson irgendwas und wenn jemand hat bitte was zu essen ich habe was zu trinken ja wer munition hat sollte die warte geben warte ich gebe dir ein paar so du hast doch warum nimmst du dir ja weil ich keine muni da würde auch dankeschön ja bitteschön vielen vielen dank abhalber abhalber getränk brauchst nicht ne habe ich schon gekriegt reiste habe ich was hättest ihr da planen naja wo ist der captain er ist er ist mein geschenk der weiß aber nichts davon alle die jetzt was bei sich haben ach so ich habe auch was bei mir also ich bin jetzt voll equipped eigentlich ok ja ich habe eh alles mit wie viel sind wir denn 236 wir haben vier autos wir haben ja noch ich bin mit dem suburbia also die beiden da hinten sind auch gepanzerte fahrzeuge ich kann mit dem undercover fahren ok dann fährt alles was was mit hat kann ich meinem von mir noch das schwarzgeld geben ja dann fahrt fahrt ihr beide also der captain morris im tuch ich kann auch noch was nehmen ne wir können ja ein paar ledon aufschabern oder was ne wir brauchen einfach nur mülltonne äh ich würd äh da hinten steht einer echt jetzt äh ja sieht blau aus ja dann joggen wir wohl das zeug weg bringen das klingt doch gut aber ich würd sagen in format ist das äh ich muss jetzt nix zu sagen oder dann joggen wir das zeug weg ja aber doch nicht alleine sondern gemeinsam als team oder wir krabbeln hin ja hinkriechen wir können auch hinkriechen ne ja vorhör ich mich warum der geht los warum der chief das jetzt da nicht selber reinschmeißen konnte aber wir könnten uns schon noch den spaß machen und konvoi fahren können wir auch ja wir fahren ein konvoi ähm ok dann sag's beschein wenn der angekommen ist sag's beschein wenn der angekommen ist hast du noch ne weste über ja kriegst du sofort so das hier check alles klar wir bleiben an 1.07 captain und du in den zivilen moin moin was hast du dabei ich hab äh schwarzgeld und die bmx7 perfekt dann haben wir alles wir fahren das backup jawohl nochmal wiederholen bitte der audi der bleibt äh ich bleibe hinter euch hinter dem bmw wir sind gleich fertig ok ziel ist gut ja mülltonne die mülltonne in 200 metern östlich wolltest du jetzt wirklich da hinfahren oder wolltest du wirklich noch ne 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 wir fahren wieder Richtung Hafen da wo wir das letzte mal abgelegt haben ja da kommt immer auch das äh säuberungsschiff richtung Hafen da merkst du das ins mauer ins navi ja wenn es das raus nimmst hast du es raus genommen mhm schon mal in die richtung da bin ich eingetippt auf jeden Fall aber mit dem wo man hat 100 mal Achtung bei uns Person Fahrzeug mit äh KTM check noch ne KTM wir sind jetzt um die Kurve gefahren wir sind jetzt an der ersten Halle die Kurve ja wir sind auf der Ausfahrt check ja die Karte erste KTM kommt uns jetzt entgegen Trench hit oder der wird es hinter euch mhm ja check naja ja ich bin äh äh Fliegen runtergerannt nach Paleto ok und äh und da hab ich dann auf einen gewartet da hat mich dann einer mitgenommen ein Stück von denen hab ich noch was zu essen trinken bekommen ähm ja dann bin ich weiter also erst zum Kleidungsladen noch umziehen gegangen und dann ging es weiter zur Tankstelle im Paleto da hab ich dann auf jemanden gewartet also auf irgendjemanden halt mit dem hab ich dann ein bisschen hin und her gedealt also ich hab sein Handy genommen hab ihm dann Geld überwiesen und das Geld hat er mir dann ausgezahlt und dann hat er erst ein Handy wieder bekommen und ein Auto hab ich dann noch von ihm bekommen und dann ging es halt weiter und dann ging es halt weiter und dann ging es halt weiter und dann ging es weiter und dann ging es weiter ja ich bin Grapesie drunter bei der Bikerbar ja da hab ich dann jemanden angeschnurrt der hat mir Geld und ein Auto gegeben ja hast du deinen Ausweis gezeigt? ja 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 check falls von hinten was kommt kannst du dich schlagen ne nein das war ein PD Kollege ja gut ok also ich bekomm doch Anschiss von der von der Patrol Führung ich so ich bin die Patrol Führung ich so ich bin die Patrol Führung ja nein Dunsens ja voll aus Fahrzeug ihr müsst einmal alleine durchziehen unser Kollege ist in dem anderen zivilen Fahrzeug ist aus dem Auto gefallen halt dir vor wir fahren runter und fahrt durch dann schmeißen wir das Zeug rein ja passt bitte ruhig auf beobachtet erst das Umfeld bevor ihr entsorgt ja den vorne ja ich bin ja Gottseidank zivil also den Schwarzgeldsack habe ich schon in der Hand ja und dann hatte ich ein Auto ich hatte Geld und dann habe ich alles besorgt dann bin ich dort schnell hin gefahren ja fahr mal weiter gerade da vorne ist das ich hab mich vertippt da vorne ist das siehst du noch also hier jetzt links ist der Eimer wo jetzt äh hinter uns also dran vorbeigefahren unter der Lampe hinter uns rechts quasi da stehen zwei Mülleimer ja jup jup was das mein Gott ist das so dumm hm ist das da oben wie ja können wir noch Umgebungssicherung machen wir danken das Zeug schnell rein dann ist auch Ruhe wie geht für das zivile Fahrzeug zur Info es ist KTM vom Airport auch in die Richtung unterwegs aber sehr versetzt egal eins ist weg Schwarzgeld Juwelen entsorgt Busch ist auch entsorgt gut alles entsorgt erledigt si senore vor Maham Feierabend einfach mal so Casual so mal schnell ein Million versenkt oder mehr naja mal gut passiert ne passiert wenn die KT alle lang sind ja schicke eine Posi und könnte herkommen scheiß auf den Temponaten können wir feuern ja nicht umsonst bei der Patrol jawohl aber die Verfolgung gesagt war auch kurz lustig als Geschenk mitgenommen ist der euch hinterher geschürt oder was ja sicher achso ich bin mit dem Bow gefahren mit 200 und ich so schon da vorne ist der Kopf voll vorbeizogen mit 200 irgendwas an ihm naja gut naja gut muss auch mal sein klar muss ja die Jungs ein bisschen fordern ja das stimmt man muss ja gucken wie sie sich verhalten ne würde ich ja öfters gern machen so Verfolgungsjagd-Training wo ich mal Verfolgungsfahre vorne mhm das ist ja schwierig halt wenn es ja durch die Stadt mit Ballerst und halt doch was passiert ist halt ja muss halt irgendwo mhm der hat gerade aktuell keine Vitalzeichen kein Puls wir werden die Camilla da auch noch mitnehmen müssen sonst haben wir irgendwo blutende Wunden hat er irgendwo ja nein ja das Bein ist komplett blutverschmiert schon mal ich sehe zumindest mal keine Wunden was das angeht also ich denke mal dass es wenn dann eben weil der ich hab den ich hab zwar noch gebremst aber er ist mir trotzdem vorne auf die Seite am Auto mhm das ist aber Tatsache keine erkenntlichen Wunden aber Vitalwerte bei Null mhm aber solang nix raussifft Roto 30 Likes hat jeder schon mal drauf gehauen ja naja probiert es mal aus das ist cool ja ein niedrigendes Gefühl wenn man da drauf drückt ja guck guck fahre ich fast um alter wir sind echt gefährlich heute raus aber der Officer hallo 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 oh mein Gott so ich übernehme auf 3 check aber der der Officer der mir da geholfen hat ich muss mir ich hab mir ich hab mir ich hab mir ich muss im Stream nochmal schauen wer das war ich hab jetzt seinen Namen und von dem F-Dealer denen lass ich was Gutes zukommen wir sind in Kolonne gefahren und der Kollege ist dann aus dem Auto gefallen warum auch immer und äh ist dann vor 1 unserer Fahrzeuge geschnallt okay alles klar das war also die Challenge in dem Werttransport mhm so ich probier's jetzt mit Adrenalin das war vom Chief privat wir sollten uns jetzt das ist das Preparatia daheim gebt kurz so eine Wohnung ausgeräumt so ich geb Adrenalin ja komm 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 perfekt hallo nicht erschrecken LAFD x7ac ok jungs ich brauche euch gleich der Chief hat schon angerufen Richtung Nationalbank wahrscheinlich ja hallo Aiden aus Geldwurl ja wenn dann ja wenn dann wenn dann muss ich jetzt noch mal äh ich meine ganzen Sachen sende ihr könnt schon mal äh ruhig los ok ich noch kurz hier fahren wir äh Mission Raw willst du das Auto von ihm ja kann ich machen aber auf mich müsstest du dann sag jetzt nicht ich komm noch nicht rein verzeih ich habe meine ganzen Sachen in meinen Autos verteilt willkürlich auf auf ins Mission Raw jo wieder Blitz ja hoffentlich in den komplizierten Weg hm jub 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 hallo gott mein auto das hat morris und weinberg schulden mir mein auto hat mein auto hat sich kaputt angehört ich lege mal kurz auf was das war warum hat das einschlusslöscher was warum macht das auto ein einschlusslöscher das hat doch keine einschlusslöscher doch hinter der tür ist ein einschlusslöscher was ja fahrerleute hinter der tür hat es bei mir viel einschlusslöscher nein bei mir nicht okay warte mal erst mal vielen herzlichen dank für deine hilfe in der strafe warte mal muss kurz was machen bleibt da er hat es einfach verdient ich habe so viel kohle die ich nicht brauche herr kollege ja ich habe für sie was vielen dank dank einfach mal easy 50k gemacht aber ich gehe mich jetzt mal umziehen aber ich gehe noch ich muss einmal ich muss einmal meine ich muss ich muss einfach es juckt mich so in den fingern es geht einfach nicht anders ich muss highspeed fahren munition rüstung ich brauche eigentlich nur ein taser brauche ich noch sonst habe ich eigentlich alles muss ich mich mit dem cad umtragen warte mal das sind alles also ich bin heute erst david eingetragen adam 58 für linken 36 wiederkommen wie viel highspeed zwei highspeed haben wir ja das geht sich aus denn aid als captain 1 3 6 7 7 8 7 8 7 7 So, on the road, endlich wieder Mustang fahren. Entschuldigen Sie, haben Sie gerade Zeit für einen, wie heißt das, Leumund, beziehungsweise ein Führungszeugnis heißt das, glaube ich, auch. Äh, ich brauche ein Führungszeugnis für? Ich habe mich, will mich bei der Kanzlei bewerten und da meinten die, ich brauche einen Leumund und dann, die Polizei siehst das. Äh, da bin ich der Falsche, leider. Wer ist denn der Richtige? Jemand aus der oberen Etage am besten vielleicht? Ähm, der Kollege, der meinte, das ist in der Vorkangebiet. Äh, Floga, Lea, 4-2. Es müsste eigentlich unser, unser, unser Assistant Chief da sein. Er kann das sicher für Sie übernehmen. Moment. Wie kann ich den erreichen? Moment, kommen Sie mal mit. Ich muss dann in Funk, ja. So, wenn der wird wechselt in Funk 1. In den 15 ebenfalls. Warten Sie mal kurz da, gell? Alles klar. In den 15, 10, 8. Guten Morgen. Hallo. Rufus, störe ich dich gerade? Ach, hi. Ich mache nur ein bisschen. Ich bräuchte dich gerade kurz. Äh, ja klar. Wofür? Na da. Was kann ich tun? Pass auf, folgendes. Da vorne ist jemand, der braucht für seine Kanzlei oder so irgendeinen Leumund. Deswegen habe ich mir gedacht. Okay. Das steht nämlich vorne. Komm, ich nur kurz copy. Check. Ja, ich kümmere mich drum. So, bitteschön. Guten Tag. Schönen Abend, Rufus. Ebenso. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Abend. Batsch auf die Gau. Ciao. Tschö. Schönen Abend. Tschö. Auf Wiedersehen. Adam68, informativ. Die zwei Malbachs gehören schalber zu einem der entführten Personen. Links soll die der EF, alles in 7. Schönen Abend euch noch. Ciao. Schönen Abend. Ciao. Cent, wollen die von dem Malbach? Äh, gerade Richtung Rockford Plaza gefahren. Das Zeichen war MB, Leerzeichen, S650 oder O. Ist das ein weißer Malbach? Nein, schwarz. Ah, ist einfach. Am Hauptplatz ist gerade ein weißer. Wieder fährt jemand mit dem Fahrrad. Neulich bin ich mit 120. Das ist eine Einheit hinter dem, äh, von dem entführten, hinter dem Malbach. Ich habe hier einen flüchtigen Lamborghini Urruss, einen grünen. Ohne Kennzeichen. Das ist ein Offroader. Ja, der fährt jetzt gerade Richtung Arknas. Beim chinesischen Denkmals sind wir gerade da. Ich bin leider mit der Highspeed hinten dran, also da braucht nur ein Hügel hoch und ich bin raus. Schönen Abend noch. Schönen Abend, fahren jetzt bei den Filmstudios vorbei. Jetzt fahren wir Richtung Krankenhaus wieder. Jetzt Richtung, sind am Friedhof vorbei. Richtung Golfplatz. Ist hier vorbei, ciao, ciao. Fahren jetzt Richtung Markergebäude. Captain, sind Sie schon in der Highspeed? Ich bin in der Highspeed. Ja, okay, dann rücken wir ab. Brauche ich den Offroader. Also Tar oder irgendwas. Nein, sie hat sich jetzt angeschlossen. Sind Sie ready? Ja, vom Gerichtsgebäude. Wir fahren gerade am Gerichtsgebäude vorbei, sind jetzt Höhemechaniker. Fahren weit. Fährt wieder Richtung Kirche. Da ist ein zweiter Urus. Die wollen ins Gerichtsgebäude, das sind mehrere. Die sind schwer bewaffnet. Die stürmen das Gericht. Denken wir 6,7, respond. Da sind 6,7, responding. Adam, 30, responding. Die sollen Einheiten aus dem County responden? Adam, 27, responding. Wir brauchen dort Unterstützung. Die stürmen das Gericht. 19, David, an alle Einheiten. Mehrere bewaffnete Personen jetzt im Supreme Court. Die stürmen das Gericht. Die stürmen das Gericht. Die stürmen das Gericht. Ich gehe, ich stecke den Vordereingang. 20, David, vor Ort. Keine weiteren Personen reinlassen. Informativ, drei Urus am Hinterausgang. Check, wir müssen mal eine große Tempozone ziehen. Weiß man, ob jemand im Supreme Court ist? Kann mich jemand mitnehmen? Ja, zwei Personen verhaftet, gerade sichtbar. Ebenfalls die Frau Harris und Tamela ist ausgenannt. Oh Gott. Vier Geil, live derzeit direkt am Fenster. Check, 20, 2, David, an der Welt am Haus. Sollen wir vielleicht die Auf-Duty-Kollegen alarmieren? Wer, glaube ich, gerade sind wir. Ja, 10-Fahr, ich mach das einmal. 6-20-19 ist am Vordereingang. Alle vier Geil stehen jetzt hinten direkt am Fenster. Ja, Meldung an die Auf-Duty-Kollegen ist rausgegangen. Helm und Maske Freigabe. Ich gebe an die Ikra-Einheiten, die Auf-Duty-Kollegen ist auch eine Meldung. Helm, ja, Maske, nein. 15, David, vor 19, David. Es wird gerade gestorben, Geiseln-Name. Geiseln-Name, Supreme Court. Ähm, bestätige auf jeden Fall Frau Harris und noch eine Person. Ja, Meldung an die Männer-Klo vom Supreme Court. Was stehst du? Ich stehe auf der Toilette vom Supreme Court. Was ist da eine Frage? Peter. Was passiert da im Supreme Court? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Fahrens weiter. Okay, fahrschirr, fahrschirr. Fahrens weiter weg. Ja. 15 für 19, David. Da komm ich schon. Ich glaube, 15 ist außer Dienst gegangen. Da sind, glaube ich, fast alle weg. Da komm ich schon, da steht am Scheißhaus im Supreme Court. Ja, ich stehe bloß nicht mehr im System. Ja, check. 7, David, klar, geht der Funk. 7, David, dürften wir umstellen einmal auf blaue Klamotten. Alle Geiselnehmer sind schwarz gekleidet. Äh, wartet ja, sind wir noch, bitte. Fett war. Gegenüber vom Supreme Court, errichte ich ein Checkpoint. Macht ab unter Aufhör, AMR und FD. Überrascht sich das so, wie sie zuletzt. Ja, Marek. Check, das FD steht hier bei mir bei 22 mit der Engine und hat sich dahinter gesetzt. Ja, der Vorrang ist hier noch komplett blank, Jungs. Wir müssen noch wer mit her. Ja, ich bin vor der Eingang, vor der Eingang, vor der Eingang, Supreme Court, Jungs. 20, to David, komm da vorne. Commissioner, Frage, in welcher Toilette bist du genau? In der Toilette. Also unten Eingangsbereich Richtung Osten. Unten Eingangsbereich, linken Schwertoilette, ja. Ja, bleibt da drin. Die sind fast davor. Sie haben jetzt gerade oben die Räume durchsucht, also ich glaube, sie haben unten schon gesichert. So, hier, da ist ein Börr mit vorziehen, hier ruhig, ich ziehe meinen am Stück vor. Chiefs 3, von der FD. Roof ist wo, hast du das aufgebaut? Äh, gegenüber vom Supreme Court, hier bei dem Medical Center. Einmal, bei Position. Sollen wir vielleicht noch die Immobilieinsatzzentrale holen und da auch hinstellen zur Absicherung? Ja, das könnte ich machen, weil die müssen das sehen, die, ne? Ja, ja. Ja, dann vordern, hol ich die ab. Oder hast du eine Heißbitte? Ich bin mit einer Heißbitte. Warte, ich habe nichts, warte, ich hole dich ab. War nichts mehr, Gatschie. Wo bist du? Vordereingang. Petra am Vordereingang, die da sich alle in Reimglied aufstehen, verteilt. Ja, ich stehe dort mit dem Mustang beim Vordereingang. Ja, ich meine, wegen der Straßensperre. Na, ich bringe ihn nämlich rauf nach Sandy, deswegen. So, können wir jetzt bitte, bitte, bitte ein bisschen mal Ruhe in den Funk kriegen? Ich will ja Leute koordinieren, wir unterhalten uns hier, wo wir sonst wo hinfahren. Die X-Ware-Unit, die hier vorne am Haupteingang ist, wird vorzudessen wirken. Einfach. Seven David, ganz gut. X-Ware 21 in Funk, wird in Unterstützung gebaut. Super, gut. Dann wir unterwegs. Warum trifft es immer einen Commissioner? Wo wird Unterstützung benötigt? Beim Gericht. Deine Frau? Aber warum ist genau der Heißl? Seven David meldet mindestens... ...auf dem Scheißhaus. Ja, ich weiß. Schau mal. Was zieht der bitte an? Ich hab keine Ahnung. Entweder entführen sie ihn bei einer Verkehrsanhaltung, oder sie entführen ihn während er bei der Pflanzen ist, oder sie entführen ihn bei der Sub-Planche. Im Scheißhaus, siehst du. Sie haben ihn aber noch nicht offiziell entführt. Sie wissen nur nicht, dass er drin ist. Er funkt ja noch. Er schickt mir ein Foto von der Herd anbüroh. Seven David. Seven David fänden lassen. Echt, er schickt mir wirklich ein Foto von der Scheißhaus. Ja, ich hab den Foto in die Sicherung. Ich hab den Foto in die Sicherung schon mal bereitstellen. Was ist mit Code einschmiert? Wir machen erst die Absicherung und dann den Rest. Ten vor, wir kommen vor. Sie sind gerade beim Hinteringang, wir kommen vor. Nationalbank. Nationalbank ist jetzt erstmal zweiträumig. Ich glaub, wir werden alle hier gebraucht. Ja, Ten vor. Ich schau mal, ähm, in den Camp. Check. King, Sing, Ten? Nationalbank ist auch noch. 17? Hm. Hört. Die Banke bei dem? Ich hab noch Schäuche vor. Ja, check. Kannst mir jeder von oder auch sagen. Danke dir. Könnt ihr von. Ja, ciao. Das sind vier Geiselnehmer und eine Geisel. Informativ. Ein Geiselnehmer kommt jetzt gerade mit einer Geisel zum Hinterausgang. Ja, die Fahndungsführer bleiben dann hier, äh, SWAT-Unit hier näher ran. Die, äh, King-Unit sichern. Dann gehört dabei, Einheiten klarzumachen für die Nationalbank. Vielleicht hängt es auch zusammen. Scheint so, als hätten die nur was aus dem Kofferraum von einem der Fahrzeuge geholt. Die fahren an die gesamten, äh, Kante-Einheiten bitte einmal in die Stadt verlegen. Ja, Südfahren. Haltet. Das FD steht auch schon vor Ort. Die wollten nämlich eigentlich selbst zum Kort und da rein. Es brennt die Stadt. Das FD steht informativ. Vor der Nationalbank stehen fünf Motorräder. Was? Es tut mir niemanden, wie ich die. Kollege. Fünf Motorräder? Ja, Linken24 informativ. Hier um den Supreme Corp. Hättig aus dem Wasser beigebracht. Der ist jetzt gerade hinter uns beim Mechaniker aufs Parkhaus gefahren. Ja, Check im Auto behalten. Nicht die Position verlassen. Fünf Motorräder. Bei der Nationalbank sind das Offroad- oder Straßenmotorräder? Straßen, alles Straßen. Ja, okay, dann. Sind so Chopper. Fünf Chopper sind's. Ja, Off-Duty-Patrol kommen auch noch dazu. Kann mich eben wieder absichern zum Verhandeln an der Nationalbank. Bringen wir doch schnell hinter uns. Ja, warte kurz. Na, warten wir noch. Warten wir noch. Ja, es kommen noch Leute, die Off-Duty sind. Gehen jetzt in den Dienst extra. Das sind auch nochmal drei, vier Leute, glaube ich. King22 würde schnell nochmal zur Bank kommen. Wir brauchen da Motorräder. Vorsicht, Verkehr. Habt Ihnen das Bescheid gesagt, Morris. Seven David für Fifteen David. Hört euch. Frage, äh, blaue Freigabe. Verdienstkleidung. Ja, check. Wie viele David units sind denn überhaupt da? Wir sind da. Es sind ja nur noch zwei, oder? 19. Ich denke, es ist noch ein paar Unentsmitglieden. Wir sind zu dritt. Chief, du könntest auch noch zur Not mit einspielen. Ja, wir warten erst mal die Verhandlungen ab. Die sind jetzt, glaube ich, gestartet. Frage, wer übernimmt Einsatzleitung, Schrägstrich Einsatzdokumentation? Wo? Gesamte Petri-Führung 10-8 und einmal respawning mit Motorräder ist in der Nationalbank. Ja, Nationalbank, dann bitte auf einen anderen Funk ausweichen. Die Petri-Führung, die da hinfährt, muss den Einsatz dann vor Ort übernehmen. Positiv, gesamte Petri-Führung ist 10-8. Ja, checkt, dann die bitte einmal koordinieren, den Funkkanal auswählen, das sind doch schon Petri-Service und Detective-Haut. Super. Welcher Funkkanal? Das FD trifft da hin. Ich würde einmal vorschlagen, dass die Bank trotz der wenigen Einheiten in Funk 2 geht, sonst geht alles durcheinander. Ich habe leider kein schnelles Straßenmotorrad. Würde es eher Sinn machen, dass ich mit dem Taho nachfahre? Adam 58, wechsel auf den 2. Haben wir eine Täterzahl für den Spring-Cut? Ich glaube, ich konnte 5 oder 6 zählen. Geisel 4, ja. Korrekt. Geisel korrigiert. Kommissioner ist gerade erst Geisel genommen worden. Okay, den fahren. Wir brauchen mehr Motorräder. Sind unterwegs, ganze Petri-Führung. Ja, gehöre ich auch dazu, ich habe leider keins. Ich muss wieder einmal vorziehen, das Fahrzeug hier quer stellen. Kommissioner wurde gerade erst Geisel genommen. Ich weiß, der Ausgang. Wir gehen Funk 2 in der Zahnarbe. Ja, dann lasst wir beide rückstehen zusammen rum. Ich bleib Funk 1 zu Funk 2, dass wir alles im Blick haben. Wer ist alles in Funk 2? Adam 58. Funk 6. Grüß dich. Also ich würde mal vorgehen, gell, fröhlich. Was? Ja, weil vorhin hieß es noch abwarten, aber geht's vor, ja. Jetzt sind wir genug. Jetzt sind wir auch nervös. Jupp. Haben wir keinen Spot? Nee. Ich glaube nicht, die sind komplett, ich glaube die sind komplett bei der Guide. Wir haben ja einen Supreme Court. Der Supreme Court ist gerade gestürmt worden. Ja, wir müssen auch Nationalbank sichern. Lieber hinten, weil hinten auch die Fahne aus uns. Irgendjemand muss rein in die Bank sichern, aber nicht alleine. Ja, ich komme. Wir brauchen mindestens drei Leute. Ich gehe mir heute von der SWAT-Übung, also. Ja, aber du brauchst noch jemanden, Ja, ich brauche ihn alleine. Ich weiß. Ja, fürchte ihn, der wird hinten an Fahne auch unterstützen bei Absicherung gegen Unit. So, wir haben jetzt drei Motorräder von uns. Ja, vier mit Underwood. Und Underwood ist vier. Eins brauche ich noch, ja. Ich so, Tim, war das Peak-Rate komplett zur Übersicht. Ja. Mach du nochmal Verfolgungsanteilung. So. Hallo. Guten Tag. So, ein Moped bräuchte man eigentlich noch irgendwie. Ich würde ja wechseln, aber dann müsste ich meinen Rookie hier stehen lassen. Weil ich bin mit der High Speed da. Äh. So, das Peak-Rate ist wieder geflickt. Sonst würde ich aufs Moped wechseln. Morbus, ich streik dich mal um. Ja. Ich kann auffahren. Ich brauche nur das Vehikel. Ich habe nur kein Motorrad. Ich, ich, dann würde ich dir das eben holen. Seven David, two, twenty today. Dann fahre ich. Rookie? Mitkommen. Gut. So, dann fehlt uns immer noch für die Kamrieren. Eine X-Ray Einheit fragt, ob sie auf dem Kran soll, um mal zu schauen, ob sie was sehen kann. Hm, nee, das ist Quatsch. Das bringt ja nichts. Du hast schon die Warnung aufgenommen? Ja, check. Ja, ist ein Doppel. Ja. Ich bin vorhin, einen drauf. Weil dann mit dem... X-Ray 11 ist nade. Weil mit der Highspeed-Unit kann ja jemand anders fahren. Informativ, da ist ein Rookie gerade aufgewacht gegen Sprint-Bot. Für die Unit, die gerade aufgestanden ist, Gewicht wird gerade gestürmt, Vorsicht. Ich glaube, die haben den schon. Es wird noch unterdorf, ich krieg jetzt den Motorrad. Negativ. X-Ray 11 ist rausgekauft. Wir haben keinen Plan, falls sie sich umschlagen. Informativ, jetzt sechs Geile. Ich kann aber auch was Backup fahren, aber Hauptsache, wir machen Motorrad. Wo ist Miller? Der ist bei der... Der ist bei der... ...Konkord. Ja, dann soll das... Also, Peter, er ist jetzt rausgekommen, oder er wurde als Geise gebracht? Wir sagen, sie sind... Wir haben jetzt zwei unterschiedliche Funksprüche. Negativ sind zwei aufgewacht, eine Person... Aber können Sie uns nicht fragen, ob wir zwei Leute kriegen, die die Bank zu laufen können? Ich bin noch im Funk 1. Wie schauen die denn aus? Frage, sind noch zwei freie Einheiten für die Nationalbank verfügbar? Vom Supreme Court eventuell? Was hast du gesagt, Freddy? Vorzug SWAT oder irgendwas... SWAT kriegen wir nicht. SWAT kriegen wir nicht. Ruf, es kommt. Perfekt. 7, David... So, man kann ja mit einem Detective vielleicht reingehen, oder? Ja. Ist 68 jetzt mit hier, oder? SWAT kriegen wir sicher nicht. SWAT kriegen wir sicher nicht. Weil es ist... Es ist... Ja, Ruf, es passt. Es ist die Commissioner dort. Ja. Ist das da hinten im Charger 68, oder...? Chief, wo bist du denn? Wir essen im Charger hinten Richtung Hiltz. Sie können durch die hinteren Scheiben nicht kommunizieren. Haben wir gemerkt, Dankeschön. Ja, ist er. Ja, dann soll sich nichts machen drauf. Denk bitte an die Piche der Kredition. Ja. Da hab ich jetzt schon mal... Hm. Check. Hm. Was ist überhaupt das für ein Voice-Tracker-Arkanal? Chief 3 verlegt jetzt zur Nationalbank. Check. Check. Ich hab jetzt eine Triplatte über sich gemacht. Also, ich kann das auf jeden Fall schon mal fünf Geisel immer komplett richtig. Ich glaube, jetzt kommt Ruf es. Ja. Könnt das sein, ja. Verhandlungsschwere von Linken-Eleven. Für euch sind wir ja eine Kapazität von SWAT oder Co. Ich hab jetzt einen Schiff. Könnte bitte jemand eine Mitteilung raushauen, das ist halt... Wir hatten vor, wie sieht's verfolgungsmäßig aus? Wir haben alles mit Motorrädern. Wir haben nichts, falls die umsteigen abgrund der Kapazitäten. Ja, alles kaputt, als ihr seid theoretisch bereit gemacht. Ja, alles kaputt, als ihr seid. Theoretisch bereit gemacht. Hey, 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 hey. 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Ich geh jetzt mal rüber und tank meinen Moppet. Wer ist unser Heistiter? 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. du müsstest ich und motorrad fahren freunde freunde der sonne das wird was und ich werde gut ob man das ja auch so schnell ist wichtig ist dass ich mich da anschnallen kann frage ähm fd kann man das anfordern vielleicht im funkei linken 58 dead 50 und noch zur information wir kriegen jetzt eine geisel im tausch gegen keine nagelbeinne bitte einmal im pkd alle die jetzt hier bei der nationalbank sind und bei petra die aktualisierung machen wer mit welchem passag vorsteht ein p1 ja vermutlich wenn es lauten ja ja machen sie da ich war bis gerade eben am telefonieren und währenddessen habe ich nicht vor auto zu fahren deswegen habe ich gerade hier gestanden und warum sie maskiert da stehen nicht unbedingt nehmen wir uns bitte die maskierung dankeschön bitteschön und der herr laurenz könnte sein warum einfach so dass das fahrzeug auf sie angemeldet ist wie gesagt könnte sein ist ein ausweis für mich gibt es einen grund habe ich irgendwas falsch gemacht ich darf sie jederzeit um ihren ausweis bitten oder wenn wir nichts zu verbergen ja eben fragen ob man was falsch gemacht hat nein sie haben nichts falsch gemacht ich bitte nur ganz schnell dankeschön fast können wir zurück haben dankeschön schönen abend noch ebenfalls bringen sie sich in sicherheit da hinten ist nämlich gerade ja 10 vor dann einmal 1050 ein truck ich habe keine angst davor aber ja dankeschön ja ist der herr laurenz hoppa da ok warte das heißt wir haben jetzt ein motorrad von miller da aber er ist nicht da das motorrad von miller hat äh captain morris ach so gut dann haben wir jetzt einmal für morris ein motorrad und eine highspeed wir haben heißt wir machen entweder an jedes motorrad eins und kein backup plan oder an kommt ihr die auf vier runter gehandelt von motorrädern oder wollen die mit fünf los aktuell mit fünf aber ich kann mal noch nachfragen ja das wäre verdammt gut wenn ja dann hätten wir ja highspeed im backup also wie gesagt ich bin flexibel ich kann entweder motor fahren oder mit der highspeed fahren das ist schwierig was ihr wollt vier motorräder haben ja das sind von einer mama weg gehen ja alter ok check ich ab ja schauen wir weiter mit der einteilung alle die im motorrad jetzt verfolgen bitte einmal zu den motorrädern kommen check so von uns aus gesehen ich verfolge ganz links das also von der mcdonalds das erste das zweite verfolgst bitte du badger das dritte in der mitte verfolgst du underwood das vierte maus und sollte es ein fünftes geben verfolgt das ergab mit das dritte von links ne genau obwohl herbert es macht ja es wird von links und also wir schauen jetzt von unserer richtung von links nach rechts aus ich die 1 war die zwei du die drei maus die vier und einteilung wenn alle die gleiche richtung von aber auch mir position 1 da wird gibt es ein kleines problem ja sind fünf personen und fünf einzel sitze okay dann zögerst noch zwei minuten bitte raus hier mache ich ich hätte alle achten falls ein hinterhalt kommt ja wir sind nicht geschützt auf dem motorräder also von links aus gesehen von oben ist okay genau musst du dann das vierte dann stelle ich mich aber rüber wir können uns ganz schön meist nur wenn jemand sein ich hätte noch eine highspeed unit falls jemand mitfahren will verstehen ja du fest ja jetzt mit motorrad ja da bin ich einteilt worden genau das wird schwierig am besten du hängst dich an dem tag aber dafür mit zwei einheiten pro was haltet ihr davon weil also das ding ist halt sobald die umsteigen können mit dem motorrad drehen und dann ist fertig ja das problem ist wenn wir dann aber mit zwei ein motorrad verfolgen und genau das auch noch umsteigt dann sind wir direkt schon mal noch also kann ich dir halt prüfen sie geben dass die alle umstellen dann kommen sie weg halt müssen mal viel genug täglich sondern ansonsten war es das wird halt nichts deswegen deswegen vorschlag wir verfolgen nur drei und nicht alle fünf und hinter die drei kommen jeweils zwei einheiten mal wir haben sechs einheiten die verfolgen können ich würde jetzt so lassen wir jetzt haben dass jeder einzeln wenn er keinen sichkontakt mehr hat einmal zur information täterkunde um 48 nach raus und fahren los dass wir jeder eins verfolgt und sollte eins verunfallen haben wir wenigstens ein oder wir müssen auf risiko gehen weil was soll man machen ja deswegen auf risiko ist für mich hat wir verfolgen nur drei stück und gucken halt dass wir die chance erhöhen bei den drei müssen auf jeden fall zwei minuten lösung haben ob du ich kann das ding nachher stürmen ich hätte noch eine high speed unit falls jemand die fahren ach das ist deine die da steht kommt man zusammen folgendes wir machen es anders wir verfolgen mit zwei einheiten pro motorrad heißt badger und ich nehmen ganz links das eckard und wenn haben wir noch egal und underwood verfolgen das zweite von links und dann holen wir das zweite von rechts also das vierte von links wo dann morris mit haben wir noch übrig den charger da hinten aber ich würde halt den charger ich würde halt charger und high speed als zweiteinheit bei wir haben nur eine minute wir müssen schnell klar werden weil die kommen gleich aus eckhardt du machst erste einheit oder gut dann hast du noch einen charger dabei soll ich jetzt high speed fahren oder motorrad motorrad welches soll ich jetzt nehmen eins oder zwei du bist glaube ich eins mein freund mache ich die zweite motorrad das ist auch so gut eckhardt und ich machen zweite ich darf machen erstes jawohl welches nehme ich jetzt? das ist in der Mitte zweite und sie ist die erste die erste die erste die erste ja die kommen raus ich verhindere dir nice car you totally don't look like you can afford it jetzt ist 48 jetzt raus ja fröhlich du hast ja schon bei dem ersten moment noch ja positiv B90 ihr seid das vordere wie sind das hinterher ich bin im falschen pvc ich bin im falschen pvc ja wie tun wir zu nüt ich habe da bei mir beim casino 2 auf einen haufen ich fahre jetzt Richtung mirror park runter bis zum casino kurz langsamer Ja Hat er verschwitten, was er gemacht hat? Was hat das? Ja Kommt durch, dann wird er nicht verzündet Ist er nicht? Ich glaube nicht Achtung, ich komm Wenn du shiften musst, du schickst, ne? Eckart ein bisschen schneller Probier's Wir haben keinen Sichtkontakt, natürlich Schissen noch Ich seh ihn noch ganz leicht Meiner fährt jetzt Richtung Hafenbrücke Wie bin ich schneller als wenn wir das gar nicht überholen? Aber wir dürfen aus Tinten Eckart Ja Ich glaube, der hat losgezündet Wir brechen auf den Abonaut an der Stelle Gucken, dass wir woanders viel herkommen Wir sind bei unserem Abonaut Wir sind bei unserem Abonaut Ja, aber ich bin... Ich bin am Einser Wir sind alle am Einser Ich bin im Zweier leider Wir fahren gerade um Wir fahren gerade um durch die Hills Also... Die Hills ist noch nicht immer durchgefahren Ich bin jetzt bei der Fahrschule mit meinem noch Ich bin jetzt bei dem Abonaut Ja, ich schick so kurz vor dem Ziel DWC2 Ich bin jetzt bei mir Wir sind jetzt beim Abschlepphof mit meinem Anheils Richtung Hauptplatz Dann ist er aufweg Zenober hat einen Golfplatz. Schule. Hoch, altes FD. Weiter in den Norden hoch. Meiner fährt den Kanal runter. Schwer gespürt. Ah, verdammt. Ich bin ins Wasser. Anna, warte, ich habe noch Kontakt. Leicht. Wo bist du? Kanal unten drin. Na, ich... Mit erhobenen Händen aus dem Wasser. Hände hoch oder ich werde sie das an. Wer bist du denn das? Linken 12, linken 16. Ja. Wo bist du? Oder ja. Ja. Kommens her. Gott. Ich helfe ihnen. Bleibs... Bleibs da. So. Wir schwimmen jetzt gemeinsam zum Ufer. Ach, auf einmal. Mal gucken. Welches rechts, links? So, warten Sie mal. Kommens mit. Nach hinten. Hören Sie mal. Auf einmal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 zwei einheiten hinter zwei offroad fahrzeuge plus high speed unit ja und dann halt er waren mit in der begleitung muss ich irgendwo ranhängen und er ist ja freigegeben von chief 1 dass die erst mal auf abruf ist ja die bleibt auf jeden fall erst mal auf dem boden am kleben aber kann die auch als zweites mit hochgehen die sollte wirklich nur hochgehen wenn die erste seine mit erreicht hat ja dann sollten wir die erst mal nicht beachten genau ich sage meine ausnahme der regelung intern und daher da machen wir das so wie du sagt es zwei offroader jeweils eine highspeed unit hinterher damit sollte man gut bedeckt sein morris möchtest du wahrscheinlich mit einer highspeed hinterher oder ich bin komplett das wollte ich gerade fragen noch solchen taue holen wir haben einmal den morris wir haben einmal den miller und den thompson als highspeed dann bleibe ich in der highspeed genau dann bleibst du in der highspeed wollen wir auf die mobile operation umsteigen holen sie mal vor und ja komm ich schon viel erfolg dankeschön ja klar geben wir dann bescheid was braucht ihr noch ich bin frei also ich kann holen was nötiges fahrzeug benötigen wir zwei stück also das heißt insgesamt 6 off-road fahrzeugen die jeweils dann zu zweit hinterher fahren plus highspeed unit das ist der aktuelle plan ich so gut ich weiß jetzt nicht wie weit er ist ich versuche das schon mal so ein bisschen auszufilgen 19 der wird einmal mit frage an alle einheiten und wo nagelbänder gelegt und dann versuchen wir mal ein paar officer heranzuziehen die auf jeden fall mit off-road hier verfolgen der hat gedroht dass sie schießen sobald sie durch nagelbänder fahren ja 10 vor vorne liegen auch keine viele nagelbänder dann würde ich sagen hol du dir schon mal ein off-road fahrzeug bitte ja schicke ich ihn schon mal los wo haben wir ihn oder mal und Eckart genau so so dann geht mich würde es interessieren um 22 muss den serven sorry passt auf ich auf guten haft ciao was nechle fragt mich mehr wo sind sie dann wo übergebe ich ihnen das geld weil ich ja dann in dem moment die geilen dann schon gerne wenn es vor der tür hier wo ist denn der herr da drüben äh vermutlich gerade nur ohne geschlafen ich weiß wo das ist schlafhahn vielleicht weiß ich nicht weasel 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 er hat noch keinen helm auf Если ist er nicht hier aufgemacht Wir machen es wieder gehen Sie über mich ? Ja wir fragen uns gerade was hier vorne gemacht haben die Lage geprüft Alles klar war ein bisschen nah das war dem dem Täter jetzt ein bisschen zu nah also ich habe nichts dabei alles gut alles gut es war nur überraschend kein problem okay wir waren stehen geblieben bei der übergabe wo treffen wir uns dass sie das jetzt dann kriegen weil sie wollen ja dann auch in einer wagen einsteigen er freut sich gerade wahrscheinlich übelst dass ich da bin vielleicht kriegen wir ja ein zudelt so lustig wir sind zusammen ich bin gerade vorgegangen habe nur so ein bisschen geschaut was machen sie hier das ist ein funk voll auf der nationalbahn 5 motorräder was macht denn da die verfolgungsanteilung das ist mir eine frage an die patrick ist wir wissen welche fahrzeuge aber wissen nicht wer wer steht die verfolgungsanteilung nein die sind jetzt bereit und die wollen gleich hier ab der kreuzung gefahren also die geiseln werden in schrittgeschwindigkeit bis zu der kreuzung hier vor den drei urus eskortiert und ab hier geht es dann quasi los ich will jetzt nicht sagen aber das kommt mir halt sehr krank vor von wo wird nicht gemacht von vor vier tagen halb zwei nachts von den zwartlern also gefasst wurde romanoff romanoff okay pizzeria vor vier tagen oder so muss es gewesen sein da wurden die zwartler einer übung am tomatenfeld das okay pizzeria ich mache das schon mal eine einschränkung was ist der einzige den wir bekommen hatten da waren vier da ist es sind auf jeden fall es sind auf jeden fall top provis da drin das heißt wir haben uns noch nicht sicher ob jetzt pizzeria 1 oder 7 oder kartell das heißt mit deiner aussage wert dass man die pizzeria des naheliegendste also die forderung war auch die letzte geise soll zwischen dem und dann ist freigelassen das war deren schema schwierig einruhe ist einfach über einen highway weggekommen der andere ist dann wurde gestellt und das dritte war ein turbo s der in den heli umgestiegen ist wer macht jetzt die verfolgungseinteilung ok wenn sie 16 um die um die geisen kümmert würde sagen wir weiterfahren dann die die flughäfen und die helfen ab ja 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 wir haben haben wir mit der verfolgung erst mal nichts zu tun genau wir fahren flughäfen und helfen ab wie du sagst genau also das meister porsche hat genau als das spritler war unten lax runtergefahren und da kam dann auf folgende officer bitte einmal in mobile operation schauen und zwar einmal gebert eckard morris wir sind früh nach urs connor cooper thompson rom gebert und thompson sind die seien person linken 58 mit der info ich habe keine highspeed mit meine highspeed ist kaputt durch den bankraub mit der dd den habe ich auch schon vorher verfolgt bis zur bank daher willst du dich an erster reihe oder was macht euch mehr sinn wenn du ein erster bist mit der highspeed macht keinen sinn wenn ich am vordersten reihe bin schwierig dann fährt er kurz auf road unterschiedlicher pwc ich würde sagen wir bleiben alle im selben funk wir nutzen unterschiedliche pwc also pwc 102 103 oder 1 101 102 das könnt ihr euch aussuchen 1 102 103 würde ich sagen grün 101 und so weiter genau also die einsatz 1 auf 101 1 2 tender 1 geht los geht los geht los geht los geht los geht los los jungs pack durch die leute geht los viel glück grüner urus ist pwc 101 haben wir schon auf geht negativ 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 ok dann grüner urus Wehrer, BWC, hellblau, Wehrer, BWC 1, 0, 3 Ein Urus fährt los Frage, dunkelblauer Urus, BWC 1, 0, 2 In dem einen Urus ist nur eine Person Fahrzeuge haben alle Motorhaus Positiv Morris Gerber, Position kam durch Ja, positiv 1, 1 1, 0, 1 Die nicht eingeteilten Petrels bleiben bitte vor Ort und sichern die Ausgänge bis wir drinnen alles sicher haben Den vor Und danach bitte sämtliche Flugheben etc. irgendwas abfahren Fahrt mal wieder den Explorer von der Kreuzung runter Den Offroader halt Der hier Positiv Den vor reicht, danke Wie eine Allee ist das hier So weiß jeder jetzt, wo er verfolgen soll Positiv Das geht los jetzt Wie gesagt, in Schrittgeschwindigkeit, in Schrittgeschwindigkeit auf die Kreuzung, dann geht's los Das Fluchtmuster kommt mir bekannt vor Habe ich schon durchgegeben Also informativ Drei sitzen im grünen Urus, einer sitzt in dem hellen Urus und der Rest sitzt in dem dunklen Urus Der dunklen Urus ist der hintere oder der vorderen? Äh, der hintere Der hellblaue Kerl los Geht los, geht los Geht los Geht los D-Team Rückseite ready David ein Okay dann rein Check Der hellblaue Kerl hat das ganze Geld, ich wiederhole, der hellblaue hat das ganze Geld, konzentriert euch darauf, Jungs Geht los Wir wollen alle Hellblauer Zententiv Linken sind die Axt, nur Zententiv Äh, Moris, pass mal auf, der hat das eingebaut, Kader Ja, warte Zweiter Tau, lass mich vor Ich glaub die ganze Zeit links Geht danach beim hellblauen, bitte komm, ich bin alleine mit der Heißbit Seht ins, äh, Offroad Seht ins Ding R1 weg Dann den hellblauen Urus verhitten Seht ins Ding Kontakt ab Schwer verunfallt Schwer verunfallt Direkt zustellen Wo ist der hellblaue? Das ist der dunkelblaue Die Hände nach oben Oder wir schießen auf ihre Reifen Kein Sichtkontakt mehr leider Mit erhobenen Händen aus dem Fahrzeug, falls sie mich hören können Können sie mich hören? Dunkelblaue Urus, den Trendy? Seh ich jetzt mich, ich näher mich Ja, positiv Kann mich jemand hören? Da war eine weibliche In dem Held In dem Mit dem Geld Hier Können sie mich hören? Ja Einzige Einheit Ich brauch mehr Feuer und Läutern Noch mal guck dich zu Warten sie, ich mach dich Sirene aus Freti ist 1.2 Also PwC 1.02 Kann mich irgendjemand von den Herrschaften hören? Hier Sind sie verletzt? Sind sie verletzt? Sind sie verletzt? Ja Ja Welchen bist du? 1? Alle 3? Oder ist einer bewusstlos? Gehens mit mir Immer bewusstlos Der dunkelblaue Urus fährt jetzt auf den West Highway Statt auswärts Fährt jetzt in ZB Okay Okay Wir werden jetzt einmal einen Arzt holen Kommen sie selbstständig aus dem Fahrzeug raus Oder müssen sie mit Gewalt raus holen? 19 David Ostseite zu Supreme Court gesichert Bestensaufklärung Bitte? Wir brauchen Verstärkung Wir müssen lauter reden bitte Sie flüstern Sie flüstern Sie flüstern Sie flüstern Der Funk ist so laut Die flüstern Sie flüstern Aber jetzt Bitte noch einmal Verzeihung Wir müssen versuchen es mal Okay Also sie kommen raus Verhoberen Händen Verhoberen Händen Verhoberen Händen Verhoberen Händen Rücken zu mir Wir kümmern sich dann um Ihre Gesundheit Müssen sie nun mal sichern Kollege Ja Wir haben die Gäter festgenommen An der Grünen 2P1 und eine Agera am Hauptplatz Sie scheinen sich für irgendwas bereit zu machen So Aussteigen bitte mal Wer? Beifahrer Hände nach oben Keine Sorge Wir können ihn auch gleich Kabelbinder anlegen Händen Der letzte noch Zielkontakt verloren Ist ins Gelände gezogen Gerade Bei dem Bei der Goldschwälze Wegen 24 WBP 1.02 So Dann werden wir jetzt mal Werden wir es hier mal entwarfen Vogelblauer Urus mit Dachgetecksträger Soll ich damit hinfahren? Warte mal Braucht sie noch irgendwo Unterstützung? Frau Rot fährt sie jetzt wieder auf den Highway auf Richtung große Brücke, Catalina Island Brücke Ok Wir sollten jetzt mal die Medics rufen Geht jetzt außer Dienst Scheiße Gut die gehen jetzt außer Dienst Das heißt Das heißt Das heißt Was? Wird wohl so gehen Na das heißt Wir bringen sie Wir sind dann verpflichtet sie Ja Na ich kann drauf verzichten Centrality Braucht jetzt noch irgendjemand Unterstützung? Wir haben den grünen Urus Ja Ja positiv Beim dunkelblauen mit dem Dachgetecksträger bin ich die einzige Unit gerade hin Soll ich den Pistole Ääh Wo ist der Zwischenfunkseite? Ja du mal hin Okay So Jetzt bei dem roten Wir müssen die jetzt transportieren Bei dem Tunnel wieder Richtung Oceans Jetzt weiter geradeaus Jetzt weiter geradeaus Jetzt im Tunnel drinnen Hätten es gern Ja Ich weiß es ihnen jetzt nicht Wir nehmen woher oder Eine unserer Einheiten Direkt beim Ääh Vorbeigefahren Jetzt am Oceans vorbei Jetzt auf dem West Highway der dunkelblaue Urus Warten Sie wollen doch aufstehen oder? Ja bitte Ja stehen sie auf kurz Wetter geradeaus Statt auswärts Jetzt weichen auch Kabelbinder So Der Form halber Achtung Minuten zu mir Ich tu aber nicht fest Ich tu aber nicht fest So Sorry Jungs Statt auswärts Dunkelblauer Urus Okay das geht nicht genau Okay Gleichhöhe Military Base Ich versuche aufzuhören Bei dem Dunkelblauen 19 Devils Mit der Frage aber Welche Position seid ihr? 0.02 Ich brauche noch eine Abholung da Er ist jetzt auf die Brücke Richtung Military Base Nehmt biegt vorher Rechtsab auf WUS-68 Ich Haneke Ist auch keiner mehr da Das heißt das Auto Legender Städel Er war dann wieder durch Kontakt Wir brauchen jemanden Der hat eine Abholung Wir brauchen jemanden Positiv Fährt weiter die Route 68 Richtung Sandy Wir bräuchten hier an der Position eine Abholung bitte Euer 10-20 Ich habe gerade gesendet in den 1.0 Das ist am Highway Am Heim Ja Sekunde So Wir fahren mit denen jetzt ins Krankenhaus Weil das FD dann nicht mehr da ist Ja Auf WUS-68 Ich brauche den Krankenhaus Ich brauche den 10-20 Von My Way Verstehen sie mich nicht falsch Wir sind verpflichtet dazu Und dann zahlen sie die Rechnung Was? Bekrankung Nein So Bei Einheiten sind desertiert Die haben aber noch 1.5 km Rückstand Na das ist natürlich auch ein Abflug Nochmal bitte 10-20 Der Abholungsbitte Ich fände hier Tod David 3,2 km Ich habe sie gehört Wir wollen den die Auge abholen Ja was? Ich höre nur an Wie nah bist du denn? Ja fahrst du Danke Ich habe 2,8 Ich meine Soll ich wachen oder willst du? Ja passt Mach du Check Weiter Richtung Hollywood Hill Dunkelblauer Uhr Du hast hier Du hast noch nicht Ich bin voll Ich bin voll Ich bin auch komplett voll hinterher Jetzt in die Hill Weinrichtung Tchi-lila-Bar runter Ja Ja Nickel 12 könnte auf Offroad umsatteln Und euch helfen in der Hill fine Total Backe. Rechtsab, der geradeaus wieder die Hilfto. Grüß Gott. Wir haben da leider gerade eine Sperrung. Okay, soll ich dann lieber rechts abbiegen? Genau, die drei Punkte fahren. Ja, warten wir langsam da jetzt in der Mitte, bitte du. Okay. 1025 Folge. Wir müssen gleich unten rauskommen, in der Nähe vom alten Kartellanwesen. Geht's aus? Passt, das passt. Dankeschön. So, die Abholung. Servus. Wir müssen mit den drei ins Krankenhaus. Ja, check. Auf die geht's. Ich muss die mal kurz checken lassen. 45 Sekunden. Und gleich ins Kartellanwesen. Zornpfalz. Geht's vorher rechts ab. Rechts abgebogen. Schuhe doch? So, Kofferensin. Passt, wir fahren jetzt gemeinsam rein, gell? Wir fahren jetzt Richtung Bord. Wir stimmen mich ums Auto. Links abgebogen. Wieder rechts abgebogen Richtung, äh, Süden. Nach unten, Makler. Hat jetzt, äh, Autohaus. Roughless. Ja. Hat gewendet, fährt wieder in die Hills. Braucht ihr noch irgendeine Unterstützung? Negativ. Sind da schon genug Einheiten dran? Da sind mehr als genug Einheiten, ja. Ich spreche auch ab. Ja, da können mindestens zwei Leute noch abfahren von. Ja, sehr gut, weil ich hätte da einen grünen Urus. Wo ist der 25? Wo ist der dunkelblaue Urus? Mal schicke ich den Hals von der 2 rein. Wir sind jetzt gleich, ähm, Oceans. Links abgefahren, runter. Richtung Autohaus. Liste abgebogen Richtung Strand. Wir wollen direkt auf die Fläche zurück. Der ist jetzt auf dem Strand. Link, ich nenne wieder den Brunnenfall. Brunnenfall ist es. In der Kase lasst uns fest. Fahrzeug im Wasser. Irgendwie schnell wieder mit dem Brunnenfall zukommt? Frente. Air-1 landet. So, in der Check-7 hast du mich auf gut damit. Ciao, ciao. Check, schön verärmt. Ja. Chief Roller is off Check-7. Schön verärmt. Wir steigen aus. Wir sind weg. Wir sind weg. Achtung lang, wir sind da. Achtung lang, wir sind da. Kommt noch. Es geht. Kletter noch, die Kletter noch. Da geht es gerade richtig zu. Faktung. Wir sind hier einverlässig. Barrikade und hier vorne welcher steckt der Bett. Punkt und Punkt. Einer gibt es vielleicht richtig. Ja, ran, leere heran, greif enger ziehen und fest nehmen. Oder Taser. Der kommt durch nen Kandai mit dem Boot. das ist heute ein geiler stream wir haben drei einpacken und weg hier nicht weil die haben gefunden die ganze zeit ist der stier erst abziehen wenn wir die eingepackt haben linksseite ich kann es noch mal lang gehen 1 2 a 3 ok jetzt mal kurz zu wer jetzt eine behandlung braucht das soll jetzt bitte wahrnehmen wer sie nicht braucht bleibt jetzt einfach da stehen und geht damit das risiko ein wir für uns haben dann für sie gesorgt quasi ok also wer jetzt nicht zu behandeln lassen will da geht es jetzt auf eigene gefahren das heißt aber auch wir behandeln sie danach nicht mehr mit rücksicht über haben sie dann trotz ihrer schmerzen ganz normal verstanden also braucht von ihnen keiner die behandlung ich würde nur gerne kopfschmerztablette geben lassen was brauchen sie eine kopfschmerztablette dann bist du ja bestimmt irgendwo am tresen anlegen oder nicht wenn mir eine anreichen könnte dann kopfschmerztablette ja weil mein kopf brummt ich bin voll gegen sitz geknallt r1 startet wie bitte auwei habe ich gesagt drücken sie mal ich habe wahrscheinlich wobei na auwei achso zweiter zitter ist am fahrzeug nehme ich mit fürs 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 alles läuft danke schön bitteschön ok das heißt wir fahren dann wieder zurück alle einhalten jetzt abziehen ok ja bitte wieso wieder zurück wir waren dort noch gar nicht für mich geht es zurück ja dann bringst du uns auch wieder zurück wo du uns herr hast ne viel spaß noch warten wir müssen also hier gehen lassen ja naja ja rufen sie jemanden ne ich warte auf jemanden 15 aber doch nicht auf den arzt oder ne 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 ok gut die sind nicht mehr im dienst wollte ich nur sagen ja ich weiß alle wechseln bitte wieder pwc 1.0 damit wir da nicht durcheinander kommen 15 19 16 aus 19 David 10 76 mission kurze frage ja 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 der hat ja einstellen dran kann der mir nicht rausfallen nein ich hab das einmal erlebt nein ok super 24 10 19 mission wenn dann muss er sich hier melden 2 2 same traffic eh 1 10 19 mission roll check ich bin jetzt einfach mit schrittdempo 80 dem pomade inzwischen check ich lieg im straußengrauben 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 5 4 5 5 30 likes das haben wir schon so lange nicht geschafft das ist absolut krass was ich heute dargestellt hat sie im stream danke schon mal dafür wirklich vielen herzlichen dank wirklich vielen herzlichen dank 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 8 6 7 6 7 8 7 9 9 8 10 8 10 10 10 11 10 11 households 11 Hinten Ich denke mal, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Da ist er, dann müssen wir uns jetzt selbstständig reingelassen. Oh, ich habe gehört, ihr 5 Sterne-Service sei ausgezeichnet. 5 Sterne-Hotel, wir haben Gäste mitgebracht. Ja, sehr schön. Ja, hallo. Zimmer-Service auch gut? Ja, bei uns immer. Oh, ja. Schau, wir haben Gäste mitgebracht. Schau, Arbeit. Wir haben Arbeit für euch mitgebracht. Das ist ein bisschen feuer unten. Drei Stück. Oh, mir geht es auf jeden Fall ganz schlecht. Sie nehmen die vollgekackte? Gerne. Gerne. Okay. So, sie kann man da rein. Gut, wunderbar. Sie dürfen sich begärmen. Sie nehmen die große. Die Acht abnehmen. Ich habe recht natürlich im Club. Jetzt müssen wir mal. So, dann müssen wir kurz was. Jetzt muss ich mal checken auf jeden Fall. Ne, die können die ruhig behalten. Sofern wir nehmen nur Waffen ab. Normalerweise Kommunikationsmittel. Da reicht aber auch, wenn man ihnen die Batterien entnimmt. Ah, sie stehen bei mir in den Acht draußen. Und halt in Verbindung mit zum Beispiel bei einem Kocher jegliches Material. Nein, nein, ich saß da rein. Super. Der Urus ist ja von Bibi-Ray-Code. Achso, bei mir standen sie draußen. Sorry. Oh, er steht auch gerade draußen. Er steht drin. Jetzt ist er drin bei mir. Ich bin drin. Gehen Sie mal, gehen Sie mal einmal ganz hinten in die Ecke. Ich werde sie nochmal machen. Also ich finde es super. Jetzt? Hast du davon Kontakt gemacht? Die, Frau Kieschen. Der, äh, durchsucht wurde der schon, oder? Hi, kannst du mich grüßen? DKO? Nein, gar nichts. Die sind Feuerdurchsucht worden. Nein, keine Durchsuchung, keine Ausweise, gar nichts von denen. Bitte? Ja, so muss alles gefolgt. Wir müssen sie ihnen jetzt noch die Rechte vorlesen. Das ist auch ganz wichtig. Rechte kennen Sie? Ja. Ich will nichts verpasst sehen. 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 Äh, die Pendelregel. Kennen Sie Ihre Rechte? Jawoll. Ja, keine Minderstrahl. Ich lausche auf. Sie haben das Recht zu schweigen und Fragen zu verweigern. Alles, was Sie sagen kann, vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Kannst du mich stellen, Herr Kieschen? Ich weiß nicht, Herr Kieschen. Danke sehr. Warst du einfach mit denen jetzt vor? Verbrecher der Flucht, oder was? Nein. Die sind die Namen für den Szenen. Jetzt zu den Zukunft anwesend zu haben. So. Da kannst du Bikes rausnehmen. Durchsuchen wir die am Gitter direkt, oder? Wir können auch zusammen reingehen. Ja, können wir auch machen. Die haben ja Handfesseln. Nicht schlecht, ne? Start mal beim Stierdi, oder? Ja, dann werde ich jetzt die Zelle öffnen. Ich bitte Sie einmal hinten zur Wand. Mit dem Rücken zur Wand. Durchsuchst du, oder soll ich? Ja. Nimm einfach. Du sicherst. Du schaust böse aus. Okay. Dankeschön. So. Dann werde ich sie jetzt einmal durchsuchen. Achtung, ich komme zu in und rein. So, Kollege. Einmal zur Seite. Bitte. Bitte. Du suchen ihn jetzt. Kollege. Achso. Nee. Zuerst ich suche ihn, dann Personalausweis, und das alles. Und dann... So, ich werde Ihnen jetzt die Handfesseln abnehmen. Sie nehmen dann die Hände nach oben. Okay? Noch einmal. Ich gehe davon aus, dass Sie nicht durchsucht wurden. Es wurde ein Blick in die Tasche geworfen, glaube ich. Ein Blick in die Tasche geworfen. Kommen Sie auf dumme Gedanken. Wir haben Sie getasert. Noch schon mal als Vorab-Info. Sie sind ihr lieb. Sie haben mit der Abarbeitung der Täter... Dann nehme ich einmal ein paar Sachen ab. Auf jeden Fall bitte er um eine schnelle Abwicklung. Meine Funknummer verrate ich Ihnen nicht. Ich kann Ihnen aber meine Patchnummer geben, wenn Sie wollen. Gerne. Ich habe es weitergegeben. So. Akku aus dem Handy und aus dem Funkgerät nehme ich raus. 65, 20, 27. Was Sie ein Problem haben, jederzeit melden. Wir haben ein paar Funkgeräte. Ich nehme sie Ihnen von allen weg. Ich nehme sie Ihnen von allen weg. Ich nehme sie Ihnen vier SIM-Karten und fünf Akkus weg. Ich mache sie weg, okay? die letzte zelle oder ich brauche einen ausweis von ihnen das war noch ein bisschen durchsuchen haben sich richtig grüne urus waffen billy ray kohl zugelassen ich glaube ich habe hier dreh sich einmal um das ist meine wo ist mein motorrad das bin ich in und schuldig komisch was das gerade war mit einem mal 90 grad nach rechts gibts was willst du was von mir so herr kollege steigen sie an war das richtig oder der rookie von mir hatte gesagt dass wir das ins wasser gefahren hätten der rookie hatte gesagt dass wir das ins wasser gefahren hätten nein da hatte ich ihnen aber ein schmarrn erzählt ich habe jemanden gestellt der ins wasser gefahren ist aber das motorrad ist heile ich habe es nur versteckt ich habe nämlich ich habe mich oben eine high speed und habe das moped versteckt oben ja er war ja nur für den bankraubend gedacht ja richtig deswegen bin ich wieder zurück und habe es dann dort versteckt ja herzlichen guten wunsch du heiß und schöne grüße aus deutschlandsberg und krius im chat kus kus mache ich liebe grüße an den chat und liebe grüße an dich gamer geek bitteschön da steht es ah perfekt ich danke danke fürs ausleiden kein problem wir sehen uns das stimmt ich fahre schon wieder wie ein oaschler 50 davis geht und jetzt aber auch sitzen wir werden und ich wünsche euch auch schön ab ich muss jetzt auch bald schlafen gehen und morgen wieder arbeit 19 davis 10 schrägflich gute nacht die wir aus dem morgen früh oder spät ich will dich jetzt nicht so lange her foltern und morgen früh raus musst so 16 dollar ist auch gratis tisch dann bitte geschlafen das macht ja kein sinn ja ich hätte eine frage geistnahme gibt es ja noch immer nicht als eigenen punkt ich dachte es wurde es ist die freiheitsberaubung oder ich dachte ich dachte ich da ich weiß nämlich drei wochen urlaub und ich dachte dass man das ist dann die entführung kriegen für dich die bodycams und so die kann ich dann nachhinein ich habe alles von meinen fällen wo bräuchte sie denn jetzt noch über unterstützung und einmal dass ich ihren rücken sehen kann sämtliche bodycams und alles bitteschön und 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 und